hallo liebe leute und ein herzliches willkommen wieder zu einem neuen real life on a live stream seit gefühlt einem jahr wieder zurück in aller frische ja nicht ganz ein bisschen husten kann sein dass ich heute noch habe weil sie sich fragen warum jetzt so lange keine streams gekommen sind die leute die auf insta folgende wissen ich lag mit corona im bett und genau in dem moment lief die hölle heiß ich kann euch folgendes erzählen weil sehr viele denken wir haben ganz viel content auch verpasst wegen 1 zu 7 und so weiter ihr werdet das nicht glauben aber in dem moment wo ich mit corona lag erscheint hat ja auch corona gehabt wir lagen ja beide im bett geht es seit über einer woche gegen einfach der server nicht mehr unser unser komplett ihr müsst euch vorstellen dieser ganze rlo servers down alles es ging nichts besser also verbindungen beim poppes man konnte nicht connecten und ich habe probiert irgendwie das noch hinzukriegen ich bin halb tot im bett gelegen habe damit diesen support rumgeschrieben pipapo das war echt kretzer jetzt die letzte also die woche war so kresslich einfach ich bin so froh dass es jetzt vorüber ist und ja war jetzt auf dem fall nicht so schön aber hey man sind mal pünktlich ja immerhin etwas und wenn euch wenn euch heute vielleicht auch hustet etwas stören sollte es könnte sein dass ich ein bisschen noch husten habe ich habe extra noch husten saft genommen vor dem stream ich bin noch nicht komplett ready für dass es mir komplett gut geht aber es geht immer schon so gut dass jemand streamen kann so auf jeden fall sind wir uns wieder back am start und ja wie gesagt rlo war down es ging bei 1 zu 7 auch nichts weiter es war alles alles stopp gewesen keine streams kann rlo kein gar nichts war jetzt er hat sich irgendwie krank ja ich bin ja auch noch krank ein bisschen ich bin ja noch nicht ganz gesund also ich habe noch ein bisschen husten und jetzt meine stimme perfekt ich probiere mein bestes auf jeden fall leute wenn ihr es noch nicht wusstet lasst euch mal ein like da unten aber würde mich sehr hart freuen würde mich sehr freuen und ja wir fahren heute mit unserem lamborghini aventador wieder einfach bock hatte wieder damit rum zu gucken so ich merke mein hals der meldet sich immer keine halsschmerzen mehr also das war das schlimmste jetzt aber ich muss sagen ich habe es gut überstanden es war gar nicht so schlimm zwar hat es etwas gedauert über eine woche aber es war nie so schlimm wie diese drei vier tage magendarmgrippe das war viel schlimmer als das was ich jetzt hatte aber kommt auch immer darauf an wie man darauf reagiert auf corona wie das immer ist da geht ja jeder anders also ich sage ich sage nur gott sei dank mit ein bisschen fieber im bett so 38 ich meine fast kurz mal 39 grad gehabt aber nicht also ich war schnell weg fieber drei vier tage gehabt der rest war eigentlich nur halsschmerzen kopfschmerzen gliederschmerzen sowas aber sonst ist ganz gut eigentlich aber da habe ich schon ein bisschen glück gehabt muss ich sagen war nicht so schlimm so starten wir durch vielen dankchen florian adam oder so ich sein florian adam endlich bist du wieder da ich hoffe euch geht es wieder gut flachwitz wie nennt man einen pünktlichkeit das kann ich mir nicht vorlesen da kommt direkt die keule drauf martin wollen wir mal dankeschön für das wird werden käsebällchen x3 pringles bist der beste weiter so dankeschön sehr hart willkommen zurück hoffe du hast es geschafft viel spaß beim streamen dankeschön ich freue mich immerhin dass ich heute wieder den entschluss gefasst habe dass ich heute wieder streamen kann es freut mich einfach dass ich wieder kann es auch mit ein bisschen husten nebenbei ich hoffe ich störe das nicht zu krass ich werde in der zwischenzeit ein bisschen was trinken ja ich fahre jetzt extra ohne tempomat by the way hier ist ja noch 130 perfekt so ich muss was trinken die kollegen perfekt vom amr sind auch da ja ich meine immerhin als einzig gute was es war dass das server down war war es ernsthaft einfach dass wir nichts verpasst haben soll schon sagen das war das einzig positive dass das server down war bin ich schon irgendwie froh darüber es sehr hart und martin wollen wir danken für's mitwerden vielen vielen dank vielen dank warum war der server down was hat woran hat es gelegen unser hoster wo wir waren wo ich eigentlich jetzt sehr lange zufrieden war da ist die karte eingegangen die die netzwerkkarte ist eingegangen und anscheinend hat das kabel auch ein problem gehabt und das einzige problem war aber einfach dass der sofort richtig grottig war die haben eine woche gebraucht erstmal jetzt die netzwerkkarte zu tauschen über eine woche das darf eigentlich nicht sein für so viel geld wie wir ausgeben für den server das darf nicht sein wenn so ein projekt down geht ja jetzt sind wir tatsächlich wenn wir euch jetzt vorstellen ich bin jetzt tatsächlich zu dem schluss gekommen dass wir den server hoster wechseln jetzt der was war es vor zwei tagen oder so vor einem tag da haben wir durchgemacht ne war vor zwei tagen haben durchgemacht an den server host gewechselt haben um 23 uhr einen host ausfindig machen können wo der server hatte wo die leistung gereicht hat mit die durch schutz allem drum und dran und dann haben wir dann gemietet weil ich nicht wusste wie lange es noch dauert heute schreiben sie mir ja ihre 10 gigabit karte ist wieder drin aber bringt sich zwar ist zu spät jetzt ist jetzt zu spät haben kunden verloren so gesehen also der andere server läuft jetzt zwar auch noch weiter aber der support war halt echt nicht gut der war halt wirklich schlecht also ein server darf doch keine über eine woche down sein finde ich dass das darf halt nicht passieren stell dir mal vor ihr seid eine große firma du hostest wohl für viel geld dann ist der server einfach über der woche down einfach nicht erreichbar was machst du dann und ich lag also halbtot im bett mit corona und habe noch probiert mit dem supporter irgendwas zu machen nichts funktioniert nichts ja jetzt sind wir zum anderen hoster wo wir sogar für einen besseren preis und besseren server bekommen haben muss man ganz ehrlich sagen jetzt zahle ich zwar diesen monat sehr viel geld nächsten monatlich auch noch weil ich muss ja den anderen server auch noch mit bezahlen das ist jetzt ein bisschen blöd aber immerhin der server läuft er läuft immerhin das ist das einzig gute ich zahl zwar doppelt den server komplett unnötig aber was willst du machen so soll ich ihn draußen stehen lassen ja komm alter husten nervt es nervt wirklich einfach mag es noch weiter so du hundebande ja ich bin eine ganze hundebande heute nennen wir jetzt die ganzen cops hundebande chris oder der boss doch chris oder der boss heißt er endlich bist du wieder back habe dich vermisst kuss juki kauft dir einen halben döner in der schweiz für fünf euro dankeschön mixix dank für den euro auch vielen vielen dank an ich bin es auch für den euro schuppi ist auch dabei wolf 77 ist auch mit am start und alter andy 25 euro mit fies gute besserung vielen dank vielen vielen dank manuel ross bruder das allerbeste wünsche ich dir dass du zu was dass du keine zu krassen symptome hast nee ich bin ja schon ich habe ja schon durch dankeschön manuel vielen dank ich bin ja schon durch mit allem alles geschafft so da ziehe ich mich jetzt nicht um ich hole ein bisschen geld raus also das schlimme ist überstanden es ist nur noch ein bisschen husten und ein bisschen verschnupft und so aber ich bin aber noch ein bisschen durch den wind ich merke gerade so ich streame es ist doch etwas anstrengend also ich merke wenn ich mit euch rede das ist das ist dieses wenn du corona hast dann fühlt sich alles anstrengend an du stehst auf du möchtest am liebsten im bett liegen bleiben das habe ich jetzt aber gerade auch ich merke das so richtig es zieht sich so ein bisschen alles also wenn ich hier mit euch rede es fühlt sich anstrengender an als sonst es ist uns nicht so anstrengend wenn ich da rede aber irgendwie das reden jetzt gerade ist ein bisschen anstrengender auch das zocken gerade es ist ganz anders aber vielleicht muss ich auch wieder reinkommen weil ich jetzt einfach eine woche im bett lag nichts machen konnte so tragen muss mal ein ich freue mich drauf pc ad wir tragen uns ein mit einer high speed freie sondereinheit wir sind lieutenant zwei wenn rumpel 10 05 jawohl bin ich drin habe ich sonst noch irgendwas zu machen ich glaube nicht nur funk anmachen sowie alles dabei was wir brauchen genau so haben wir noch einen tank drin im wagen jetzt auf nichts vorbereitet ne falls die leute wieder fangen der wagen ist fulltune aber wir müssen jetzt auf nichts vorbereitet ne ich kann ihn nicht mehr tun fahren der ist voll so wir tanken aber hier direkt auf rein mit der olga so sound pack ist drin ich habe dran gedacht immer in etwas ich habe schon gedacht ich habe das sound pack nicht drin ganz kurz gedacht das sound pack ist nicht da so wir fahren aber heute wieder ausnahmsweise nicht lang Oh, äh, Vol. 20 oder Vol. 30, mach mal. So. Gut, ich, äh, mach mein Gerät an. Toggle Display, yes, please, please do that. Mit Plate Reader, yes, please do that, too. Und wir sind X mit, X mit, war das, glaub ich, ne? Doppelt. Same lane, opposite lane und dann auch 140. Ja, perfekt, ist drin. Gut, äh, was haben wir hier für ein Auto? So, ich kontrollier den Mannenwagen. Servus und du bist sehr leise, Kollege. B074. Ted Whiskey, erst mal schauen, wer auf der Fahndung steht. Peter Siele steht auf der Fahndung, verpasster Gerichtstermin. Hier oben der Bakari, Pick Johnson, Felix Yu, Luca, Ben. Ben, Luca, Felix, Peter, Bakari und Rick stehen drauf. Okay, gut. Ich hoffe, ich kann mir das heute merken. Hey, die 50 ist überfallen. Alter, Schuppi, vielen Dank fürs Raushubbeln heute. Haut schon vom 50. Mal raus hier. Danke für 30 Euro und vorher nochmal für 20 Euro, lieber Schuppi. Hey, die 50 ist überfallen. Für den frechen Support. Lena, vielen Dank. Och, Lena, meine erste Spende geht an dich. Vielen Dank, Lena, unknown. Alter, 23,99, vielen, vielen, vielen Dank. Wann triffst du mich schon rein? Da haut sie einfach zwei Pizzen raus. Ja, aktuell ist schlecht. Officer Seowitsch, wer ist uns alleine hier auf der Autobahn? Oh, ich habe kein System-Mode on. Na ja, geil. Oh, mein Gott. Wir müssen die Fahrzeuge der Kollegen auch noch wegbringen. Okay. Ja, dann machen wir uns halt bei dem Achtung. Ich mache mal, wir genau atmen und zürme mal. Warte mal. Ja, die müssen aber auch irgendwann weg, dann schlitz wenigstens zur Seite, bitte. Eins hab ich vergessen. So. Bist du rot gefahren? Scheiß drauf. Straße ist oder so voll gesperrt. So, auf geht's auf die Autobahn. Mit unserer Highspeed heute. Punkt, check. Check. Echt, die Polizisten fahren mit einem echten Lamborghini Aventador auf einer echten Autobahn. Blitzen mit einem echten Radarblitzer. Ja! Oh, wie gern würde ich da unten durch, drunter, ne? Oh, wäre das geil. Ich kann das nicht. Ist das mal cool, wenn ich mal mit jemandem zusammen auf Streife fahren würde. Nicht mal alleine. Wäre irgendwie mal richtig nice, ne? Mal zusammen mit jemandem auf Streife. Rubelos habe ich nicht gekauft, stimmt. Na gut, wir fahren eh gerade da lang. Passt schon. Es passt, tschüss so. Ich fahre auf der Autobahn. Pandi, danke fürs Subwerden. Vielen Dank auch an Florian Ader mit Andi ist schuld. Andi ist an allen schuld. Lux Gaming, endlich ist der Abend wieder gerettet. Dank dir. Kuss. Vielen Dank. Haben sie mein Flachdach gesehen von Chris oder was? Nein, hab ich nicht. Oh, Schoki Gaming. Hallo Kurt, schön, dass es dir besser geht und dass wir wieder deines Streams genießen können. Like, hab vielen Dank. Oh, eh viel Stamm, 77. Wie wäre es mit einem Polizeishield für das Spot? Hatten wir mal, aber es ist etwas OP, wenn wir das reinballern, weil das halt kugelsicher ist. Das ist mit AMR oder FD, weil die sind immer nur bei uns. Ist halt sehr overpowered sowas. Genauso wie so Blendgranaten oder so. Vielleicht irgendwann mal Rauchgranaten wären ganz cool. Und Blendgranaten sind auch übelst OP, weißt du. Da kannst du halt nichts dagegen machen. Da sitzt du dann da, weil es gibt halt Server, die haben die ganzen, den ganzen Schmarrn, sagt man so. Aber das ist dann meistens so Polizeistart-Server. Wenn die, äh, Polizei einfach nur eine Blendgranate reinwirft und du da nichts mehr machen kannst. Man muss immer gucken, dass das Game sehr ausbalanciert ist. Falls du irgendwer alles rausgelöscht hat, bitte einfach zurücksetzt. Ja, einfach mal nach Palito, nach oben. Eine Runde, bitte schon mal entgegenkommen oder so, weil es so schnell ist, dass ich anhalten kann. Meine erste Anhaltung mit Corona. King 20, informativ, Ambulanz eingetroffen. Bei G5. Lena Ander und auch, danke fürs Subwerden. Vielen Dank, Lena. Liquid Viper. Ey, weiterhin gute Besserung. Ich hatte über 40 Fieber wegen Corona. Jetzt ganz viel, liebe Kuss. Ja, da siehst du, das ist halt, über 40 Fieber ist halt echt viel, ne? Bei 39 fängt es ja an, dann problematisch zu werden. Dass man dann Richtung, äh, Krankenhaus gehen sollte. Wenn ich einen Arzt suchen, bei 39 fängt es dann an. Ja, dann kann ich mal. Du darfst jetzt hier dein PCAD nochmal neu eintragen, weil einer so lustig war und das PCAD den der gemacht hat. Jetzt gerade der gemacht? Ja, positiv. Das war auch einmal der jetzt gerade. Aha. Puh. Oh, nee. Nicht jetzt. Oh, den halte ich jetzt nochmal an. Puh. Puh. Äh, King 4, ähm, flüchtiger Bugatti Veyron auf dem East Highway. Wollt ich mal bitte Unterstützung? Auf dem East Highway? Ja, positiv East Highway gleich, äh, am Walmart vorbei. Ich guck, was Stadt aus hört. Äh, Kennzeichen Pressure. Äh, dann war das Lesegerät auf dem Porsche. Dann hab ich das vom, äh, Ding doch herrsch. Ah, verunfallt. Äh, nochmal Update. Äh, Fahrzeugkennzeichen 1 zu 7 E-Din. Äh, der Porsche Turbo S verfolgt mich gerade mit dem Kennzeichen. Äh, Pressure. Wir fahren jetzt ab, East East Highway. Ich hab noch ein Porsche hier. Der verfolgt mich gerade auch. Okay, der fährt weiter in die Verletzung. Okay, ja, der, jetzt ist er hinter mir weg anscheinend. Ähm, wir sind weiter, East East Highway. Gerade an der Tankstelle vorbei, Richtung Stadt einwärts. Dann wollen wir mit was für einem Fahrzeug, soll ich respawnen. Ich bin da, mit dem linken 45. Jetzt gerade an der Mautstelle vorbei, East East Highway. Okay, der hat, der hat echt Probleme gerade, der Wagen. Ich muss einen Powernap machen, ich krieg meine Kopfschmerzen nicht in den Griff. Ich bin gerade in was für einem Fahrzeug, soll ich dir? Was machst du denn da? Ich glaub, sonst ist er ein weiterer. Aber warten wir hier. Immerhin, immerhin hält er an. Ich möchte überfolgen, wenn du dein Kind mit deinem Arzt. Immerhin hält er an, Alter. Äh, äh, äh. Aber der Wagen ist halt echt nicht so schnell, ne, der Aventador. Ja, East Highway 22 würde respawnen. Ja, sind wir. Immerhin macht er. Dicke Kopfschmerzen, aber... East Highway 22, wie viel Client hast du? Ist du deppert, hast du es gerade gesehen? Er hat den Ping Over 3.000 gehabt. 400 Meter. Ich glaub ich. 9.50er Ping. Ja, wir warten mal auf... auf entspannt. Das ist jetzt fast vergessen mein, äh... Entziehen. Hätte ich jetzt fast hier stehen lassen. Das ist der Sound, auf der Spende. So, ähm... Pascal Kain, willkommen unter den Lebenden. Auf einen guten Stream, liebe Grüße aus Lübeck. Dankeschön, zurück. Dann Habub, BG2, danke für den Euro. Ähm, Schnuppi, danke nochmal für zwei Euro. Der Max, mach weiter so. Das war sogar noch vorgelesen. Juki hat mir auch vorgelesen mit dem Döner. Das haben wir auch alles. White Dog. Bist du besser? Gute Besserung, vielen Dank. SFX Nico, Servus 100, vielen Dank fürs Subwerden. Benny Winzer, der Abend ist gerettet, weiter. Gute Besserung dir, Dankeschön. King, moin Kurt, hoffe dir geht's gut. Und komm morgen... Kommt morgen 1 zu 7, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich morgen stream. Vielleicht. Mal schauen. Ich hoffe, da kommt bald wieder zurück, dass ich weitergehen kann. Ich hoffe es mal. Andres Stunek, Dankeschön für 90 Cent. Gothic Girl, Sophie. Ich wurde angenommen, freue mich schon mitzuspielen. Und kennst du mich noch? Dich kenne ich noch, ja. Was schön, dass du angenommen worden bist. Freut mich. Freut mich sehr. Ja, Black App, bleib jetzt mal gesund, vor allem zu Halloween Stream. Ich überlege vielleicht Halloween Leute, sollen wir dann einen Perch machen auf RLO? Lincoln 41 für King 20? Ja, schon geil. Danke, Black App. Aktueller Standort? Das ist ein Rope. Stand vor, ich hole dich einmal ab. Ab vor. Ja, die Bikes. Ey, warte noch kurz auf mich, ich fahre damit, dann müsst ihr euch alle auf einmal holen können. Front, away. Das war doch fair play, ne? Ich hoffe, der pickt das hin mit dem... Was sagt der Chat? Ja, ja, Chat schreibt ja. Na gut, ich war klar, dass ihr alle ja schreibt. Ich gehe jetzt ab. Nein. Wheel, closing. Huch. Das ist das Hände, aber ich spiele mich. Ich bin schon als Kino, ich bin froh, ich spreche. Ich habe auch den Euron raus. Was macht der? What? Was macht der? Ja, da zieht es die Sideway. Die Sideway statt einwärts. Braucht ihr noch eine? Eine Einheit wäre vielleicht noch gut? Ich bin nun gleich auf dem Weg. Ja, informativ nicht. Dann hätte ich das Glück noch nicht so richtig. Sieht recht schnell, ne? Weitere Stadt einwärts vom East Sideway. Ja, dann vordern kommt ihr mir entgegen. Auch von Kopflosen. Gleich an der Mautstelle. Nee. No, no. Ui, 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 das mir eintritt. Boah. Haste eine Sichtkontakt? Er fährt geradeaus Richtung Flughafen. Wolltest du mir einmal kurz? Ich versteh. Der fährt im innerstädtischen unter dir. Der kommt im innerstädtischen Haus gleich. Ich war zu einer in Lamborghini. Ich bin auf dem innerstädtischen 6 stehe ich gerade drauf. Hier ist keiner vorbeigekommen. Nee. Ich war auch bei dem innerstädtischen. Da fährt kein Bugatti. Du hattest mir eintrat erst auf der Autobahn. So ein scheißes Ding wirklich. Hattest mir eintrat. Was? Mit dem Bugatti sag ich schon. Mit dem Aventador draht es mir einherst. Glaub ich spielen. Der ist wirklich weg. Na geh. War zu schnell dort unterwegs. Aber der hat halt auch Vollgas gegeben. Ohne Bremsen, ohne alles. Voll durchgezogen. So eine Scheiße. Nur ein Werkzeug casten eigentlich. Bitte sag ich hab noch einen. Nö, ich hab kein Werkzeug casten. Ich mag nicht. Wobei man nicht... Ach, ist die noch nicht kaputt. Ne, dann passt's. Werden wir so schnell. Hallo. Und der? Der wird nicht geblitzt. Schade. So. 105? Ist das so schnell? King 20, 1076, 1090 Mission Room. Der war nicht so schnell herst. War es nicht? Jetzt wird er langsam. Jetzt lass ich ihn mal. Ich werde gleich mit einer Frage. Das P-Cat, ist das so gewollt, oder? Ich denke, ich werde ihn auch sofort. Das ist die gleiche Person, die es umgestellt hat. Das ist glaube ich nicht so gewollt. Ich sag mal, irgendein ganz lustiger Patient stellt das die ganze Zeit um. Und das ist die gleiche Person, die es umgestellt hat. Ja. Das sieht man am Namen. Hier wurde vorher ein Grauer-Fasche-Turbo-Ehm... Verfolgt? Kommen? Ja. Dann machen wir einen IP-Abgleich davon. Ich schreib mal schnell. Wir machen einen IP-Abgleich, wer das ist. Der fliegt da aus dem Projekt. Ich schreib wirklich mit der Frage, wurde vorhin ein Grauer Porsche 911 Turbo verfolgt? Ja, da ist irgendwer, ganz lustig, der weiß nur nicht, dass das Ding hier IP gedingst wird. Das heißt, wir sehen das, wenn er das ändert und wenn wir die IP-Abgleich mit dem, der hier connected hat, dann sehen wir welcher Spieler das ist. Ist ziemlich dumm, wenn man das macht, aber... Da fliegt der halt aus dem Projekt raus, ist mir doch egal. Dann fliegt der halt aus dem Projekt raus. Das ist halt echt hart unnötig, da jetzt das PC-HD umzustellen. Ach komm! Dann machen wir das PC-HD nur noch via Login. Dann kannst du dich nur noch einloggen, dann kann gar keiner mehr was machen. Mir demnächst so kommen, so wie es aussieht. Aber das mach ich jetzt nicht on-stream. Das kann, äh... Macht ein Dev. Sets on-stream machen wir dumm. Kannst du hier parken? Am Dings eigentlich nicht, ne? Aber das ist jetzt ja auch nicht mein Aufgabengebiet. Ich spiel jetzt mich extra... King 20, einmal 10-6 in Mission, bitte. Ich glaube, dass ein Motorrad müsse noch hinterm Jubiläer stehen, eine KTM. Ich glaube, dass ein Motorrad müsse noch hinterm Jubiläer stehen, eine KTM. Schussgefächt? Oh, jeb! Ich meine, das war nicht die KTM, sondern die zwei Polizeimutoren. Sie sind wieder drin. Wurden alle weggekommen? Brach, nein, das ist nicht klar. Ja, 10-4. So, komm ich noch eine kurze Frage. Kannst du jemand erklären, wer in unserem Leitstellensystem überall den Herrn Anderoth eingetragen hat? Um 19.55 Uhr? Es wurde auch eben das ganze PCAD auch alles leer gemacht. Also, irgendwer erlaubt sich halt die ganze Zeit Spaß. So können wir mal raus, wenn wir eins machen. Er tanken muss ich fahren, ne? Perfekt. Nee, Fahrschule negativ. Raphael, kannst du den Aventador in der Driving-File schneller machen? Ja, schon, aber er ist ja eigentlich nicht da, um gefahren zu werden. Ich mach das nur ab und zu mal, so zum Just for Thunder mit zum Fahren. Es soll ja kein Auto sein, was die Leute fahren können. Das ist eigentlich nur Just for Thunder. Also, ich könnte natürlich schneller einstellen, aber wozu? Wir fahren den eigentlich so selten. Ich fahre jetzt das zweite Mal. So Just for Fun halt mal, zu damit rumgurken. Aber es ist kein Auto, was wir für immer drin haben werden, dass man damit immer rumgurken kann. Da frittst du die, äh, leistet ihr wieder Streams, schau ich morgen mir an? Jawohl, vielen Dank. Freut mich. Ich muss noch ganz schnell tanken, fahren wir da, tanken wir wieder fast leer als bei der Kiste. Und, äh, Werkzeugkasten wäre eigentlich auch nicht schlecht für ein paar Kratzer wegmachen, aber... Ja... Sobald ich in der Verfolgung bin, ist das Ding eh wieder zerkratzt. Das bringt sich eh nichts. Kratzer sind wieder instant da, dann, siehst du? Ich fahre jetzt mit einer Frage, der zweite Täter vom Jubiläe, wurde der geschnappt oder nicht? Also, ein Täter wurde direkt vorm Jubiläe erschossen. Ja, das ist ein Täter. Der Täter hat das genommen worden. Das ist also niedergeschossen worden. Henne McNeil, für den Server, schönen Abend euch allen. Vielen Dank, Henne McNeil. Äh, Trakati-Tob und Wahlfänger, danke fürs SIP-Währen. Weil du eine Polizei mit Rookie, äh, hätte was. Mir geht's natürlich leider nicht so gut. Der Zusammenhang war also auch geil, ne. Äh, ich hoffe, ich kann dich aufhalten, mein Lieber. Hm. Aber die Zeiten derzeit sind eh ein bisschen beschissen, muss man sagen. Ich muss sagen, real life so, ist grad eh alles... Also, alles, was grad so passiert auf der Welt, ist eh grad alles beschissen. Äh, da kann man schon froh sein, dass man ein bisschen Ablenkung hat, so. Es werden sicher mal bessere Zeiten kommen, jetzt grade ist alles ein bisschen Debrie da draußen. Ich bin massiv am Hauptplatz, Parkplatz, wenn maskierte Personen mit, äh, mit einer Westen mit Hundebande, wo draufsteht. Ahahahah. Kann das denn wohl sein? Ja, aber das ist schon. Ich glaub, das ist ein bisschen aus, halt. Mit Hundebande maskiert auf dem Hauptplatz, wer kennt's nicht? Äh, weil momentan da irgendwie, äh, Bief zwischen Kaselle und 1 und 2 müssen mit Schuss. Oh, so ein bisschen, ne. So ein bisschen Bief. Haben sie grad aktuell was mit denen zu tun? Neh mich mal hier hin. Was ist das denn neuer Eintrag, oder ist das alles noch drin? Haben sie, äh, Personen mit dem Maibach hier am Hauptplatz gesehen, die maskiert waren, als der Weg der maskierung war nicht jetzt? Ich hab mich da auch nicht eingetragen. Tenant 2. Ich weiß noch, ob der da ist. Ich komm mal zu dir. Wo stehst denn du? Was ist das denn? Äh, am Hauptplatz. Immer noch. Ein Porsche. Das ist ein neuer Strafkatalog. Können wir eigentlich mal, denen können wir eigentlich mal Dings machen. King-10 und Lincoln-63, 10-15, 10-90 Mission Road PD. Und du musst streifen. Schauen wir mal ganz schnell. Dasselbe ist, dass der eingetragen hat. King-10 für Lincoln-41. Warte mal. Darfst du das denn sagen? King-10 hört. Und meine Bodycam bezüglich, äh, wo ich geschossen hab, ist in Bodycams. Den vorher lade ich hoch gleich. Den vorher. Ui, aufpassen. Da geht wieder Köter über die Straße. Äh, Köter. Wie heißt die, sind die genau mal? Hygiene? Ach, keine Ahnung. Da kommen wir uns vergessen. Wieder komplett Lust. Ach, ja. Daoriotoni. Danke fürs Wippwerden. Vielen Dank. Matthias Prast. Wir wünschen dir viel Spaß und einen guten Stream. Ich hoffe, es geht dir besser. Seppl und Matthias. Dankeschön, Seppl und Matthias. Wie wärs denn für 3.0 ein Leitstellensystem von NRW Ben? Hm. Ich muss sagen, so wie das System derzeit läuft, ist es eigentlich relativ gut. Äh, Leitstellensystem müssen wir mal überlegen, ob wir sowas machen. Vielleicht als Script wär das ganz gut. Weil wenn du ne Leitstelle hast, der muss halt immer in der Leitstelle drin sein. Und die Arbeit, ich weiß nicht, wer das übernehmen möchte. Wenn du sagst, du spielst heute mal Leitstelle, dann sitzt halt die ganzen Tag im Office und gibst Einsätze durch, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen. Irgendwann mal. Weil ich war immer Verfechter davon, dass wir es nicht machen sollen. Oh, da kommt wer schnell. Uiuiuiuiui. Der rast. Der rast. Der rast. Oh ja, dich hab ich mein Lieber. Und, das war schnell. Den hab ich schon kommen sehen, ne? 2.25 gelockt, 2.15, 2.15, 2.31, 2.26, 2.31 geblitzt. Rast. Rast. Prost und pills. Prost. Prost und pulizzen. Schlag выходs. Rast. wie das wohl sein kann hat ein Annäherungsverbot gegen Frau Sala und Frau Moonlight Annäherungsverbot am 10.3. ist ja schon länger lang gut stellen wir mal aus guten tag grüß Gott Herr Inspektor wissen sie wie schnell sie waren ja ich war ein bisschen schnell es tut mir leid ich sage ihnen ehrlich ich habe einen Termin in Palito und das Problem ist da muss ich schnell hin so schön dass man über 230 fährt nein das waren sie nicht ja doch geblitzt schon na wirklich ernsthaft ja ja über 230 ja scheiße was da haben wir da jetzt ein Ticket ausstehen bleibts beim Ticket sie können gerne einen Führerschein abgeben wenn sie das wollen das können sie selber gerne machen also wenn sie mir nur einen Ticket ausstehen würden wäre ich ihnen sehr dankbar tut mir auch sehr leid ja wie gesagt wenn sie sich selber so sehen dass sie den Führerschein gerne abgeben wollen freiwillig dann können sie das gerne bei mir machen das ist kein Problem ja dadurch dass ich ja mal selber Beamter war da weiß ich ja dass man einmal bei doppelter Geschwindigkeit Führerschein abgibt oder nicht ja was die doppelte achso na eh nix na eh nix achja dann passt ja alles ja also fahren sie müssen es doch wissen ich war gerade ein bisschen brainfuck ja da müssen sie über da müssen sie 261 fahren dass wir das zusammen kommen nächstes Mal ist das ein Challenge oder? nächstes Mal dann ja hoffe ich halt nicht wo haben sie den Termin und müssen sie denn hin müssen sie nach Palito ja richtig Palito da wartet der Kollege ja und dann machen wir ein paar Geschäfte verstehens? ja gut was sie für Geschäfte machen frage ich jetzt mal nicht aber richtig das geht sie auch nix an das geht mich auch nix an was sie da vorhaben genau sie hören sich ein bisschen erkältet an was ist denn los mit ihnen? wir haben mit Corona im Bett gelegen mit Corona und dann dürfen sie schon wieder aus zuhause? ja ja ein bisschen ansteckend bin ich noch springen gegen einen zuhaubit da sind sie wahnsinnig ja ich wollte mal da oben meine Bakterien nehmen ja super jetzt könnt ihr waschen noch fahren ist das hier ja das haben wir ja einer ja alles gut ne mir geht es schon wieder gut danke das ist schon alles wieder tipto das ist schön alles gut dann wünsche ich noch einen schönen Dienst jawohl danke schön danke kannst du aufpassen auf mich ja bitte man muss einfach langsam fahren 130 Tempomat rein und dann passt es sehr gut so machen wir jawohl machen wir das so verbleiben wir so gut verbleiben wir so jawohl jawohl ist noch mehr als 30 km h drüber ja aber das gesetzbuch schreibt vor 30 km h drüber sind 3000 dollar doppelte geschwindigkeit wäre der nächste Fall das heißt egal wie schnell er fährt ob er jetzt 210 230 fährt erst trotzdem diese 30 km h marke drüber wenn du mehr als 30 km h zu schnell fährst so beschreibe ich das immer beim strafgesetzbuch steht das so drin 30 km h drüber über die erlaubte geschwindigkeit du meint er hat dort nen Deal ich fahr da mal hin einfach und schau mir das mal an was er da macht ja ich hab's noch weiter getan hey den 50 ist überhaupt alli ja von wem von wem von wem ping-forten hat die 6 beendet so random mitten rein was soll ich sonst machen und nicht meine wussten ich hasse es immer so Ich würde dir vielleicht eine kurze Info an alle im E-Mail-Verteiler, damit jeder auf dem gleichen Stammt ist. Den Info mach ich gleich nicht. Ach, wie gesagt, da hat ein Kennzeichen drin. Ein bisschen langsamer. Das ist der Sound, aber ich spiele dich. Dann muss ich mich hier mal einparken, da ein Kennzeichen drin. Oh, hat der Kennzeichen drin? Jetzt fährt er schnell, weißt du? Komm, leck mich. 2.32, das ist wieder so typisch, weißt du? Das ist Führerscheinabnahme, 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 Führerscheinabnahme. Lenken 41, Lenken 40. Welch mein, sonst bist du da gebunden? Das Ding erkannt ja fast frisch. King 4, flüchtendes Motorrad in Palito. Äh, Straße oder Offroad? Straßenmotorrad. Flüchtendes Motorrad in Palito. Flüchtendes Motorrad in Palito. Ich weiß gar nicht, ob er es steckt. Clear, Veränderungen zu verletzen. Fährt jetzt am oberen Highway Palito Richtung, ähm, Richtung Unterführung. Fährt jetzt am Diner vorbei. Jetzt am Diner vorbei. Fährt auf der Gegenfahrbahn. Fährt wieder zurück Richtung Palito Richtung Diner. Geht wieder Richtung, äh, Richtung Unterführung. Ach, scheiße, jetzt hat er mich da. X-22, Specter-Nate. Ist ja mal den Palito gerade. 18-Devil, mit der Frage haben wir gerade einen Sargent, da der einen Wartenschein aussehen konnte, in der Schmutz. Hatte ich nichts, können Sie von der Hand. 14-Devil, danke dir, der Mann wartet vor dem Eingangsbereich. 14-6, nein, die müssen wir schon mal in der Schmutzung kommen. 14-6, nein, die müssen wir schon mal in der Schmutzung kommen. 10-20 vom Bike. Ja, kein Sichtkontakt mehr. Ist weg. 10-4. Ähm, ist, warst du in Palito gerade? 14-6, nein, ich wäre jetzt von der Stadt angefahren, aber wir hatten keine County an uns. Ich komme gerade von West Highway, aber ich habe da nichts gesehen. Ja, der muss sich noch dann irgendwo verstecken, weil, äh, der ist auf die Gegenfahrbahn gefahren und ich bin halt in den Tunnel rein. Der, ähm, wird irgendwo noch Richtung Palito sein. Ja, ich komme vom West Highway, äh, vom East Highway gerade hoch. Ist jetzt noch nichts entgegengekommen. Also ich, also, als der da drüben steht, stand, wusste ich, jetzt ist er weg. Die Five für Lincoln, die Five. So ne Scheiße, ey. Äh, ja, Lincoln Fifty-Free würde sie mitnehmen, in Mission OBD. Das wäre eine Führerschaft, meine, gewesen. Ja, den Fall. Wir sind schon am Ausflug, deswegen. Das war aber wir auch. Was mit dem Kollegen hier? Ich gucke die Wische durch, wie gut wäre das, was Nächste gewesen ist, gemacht hätte. Ja, hier war er dann auf einmal weg. Ich checke auch mal ab. Und auf einmal weg war, weißt du? Auf einmal, zack, und weg war er. Aber, äh, das war echt eine Scheiß-Idee, dass ich auf der Spur geblieben bin, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass sie ja vorne splittet, die Spur. Jetzt ist er da irgendwo am Arsch der Welt sicher gewesen. Der hätte, schau mal, der muss ja nur hier irgendwo reinfahren und dann ist er ja weg. Ja, ich sehe ihn ja nie mehr wieder. Ein richtiger Scheiß gewesen, dann warst du hier. Das ist auch vergessen, oder ist er nicht? Er kann ja nicht so schnell weg gewesen sein. Der ist hier gefahren, hier habe ich noch gesehen. Nach der Kurve und dann war er weg. Ich vermute mal... Also jetzt nur mal der Vermutung, dass sobald ich da reingefahren bin, er dann hier umgedreht ist und dann hier weiter, hier vorne. Dass er sich dann irgendwo eingenistet hat oder verpisst hat. Die Frage ist halt, wo? Also ich würde dann logischerweise hier reinfahren und mich hier irgendwo hinten verstecken, glaube ich. Hier würde ich mich verstecken, logischerweise. Ach, schau mal. Ja, da ist er nicht. Der ist weg. Ich gehe mal auftanken. Vielleicht kommt er uns nochmal entgegen. Nächstes Mal Motorradpolizeistreife machen. Der hat es ja einmal fast aufgeschmissen, ne? Wobei, nicht nur einmal, der hat es ein paar Mal fast aufgeschmissen, den Typen. Das ist ja schön gewesen, der hat es ihn richtig auf die Fresse gelegt, weißt du? Das hätte ich, das hätte ich schön gefeiert. Da hätte ich ihn ausgelacht. Null, danke fürs SIP-Werden. Xen, Armin, Xen, kannst du RLO-Aufkleber machen? Es kommen ja Anhänger, vielleicht kommen Aufkleber auch? Auch, ich weiß noch nicht. Spielst du mal wieder Minecraft für gute Besserung? Ja, wenn es passt, dann schon vielleicht mal wieder. Jonas TV, gute Besserung, Dankeschön. Nico Arr, meine erste Do-Nation. Eine Do-Nation, okay, perfekt. Man kennt sie, die erste Do-Nation. Die Autokorrektur ballert rein. Ist er da gerade gefahren? Ach nee, das ist ein roter Kübel. Ich dachte gerade, das wäre das Ding. Jawohl. Und Essen muss ich auch. Der Chat wieder sicher richtig am Auslasten. Rubbeldose und Essen hole ich mir. Das ist das Lame, richtig. Weil so weiß ich, Crew sind ja nicht anders. Schade. Harry Potter, hallo. Hier ist alles super. Wieder Sichtkontakt zu dem roten Motorrad. Er fährt jetzt wieder von Deiner vorbei. Richtung Unterführung. Alito. Wacht, hat das ein zweites Mal? Welche Richtung? Verlandet oder weiter Richtung Alito? Er fährt jetzt Richtung Sandy. An der Unterführung da vorbei. In einem Gegenverkehr ist er gerade. Wäre fast hingefallen. Flüchtet weiter gleich Richtung Grenze. Ja, ich bin hinter dir, aber mit ein bisschen Abstand. April 20 ist jetzt die Autofahrung ab, fast Sandy. Aufpassen, aufpassen, er kommt da vorbei. Ich bewege mich nicht. Wird immer noch Gegenfahrbahn, Autobahn, Richtung Sandy runter. Hält an, hält an, dreht um. Bleib recht. Ich wusste, der ist noch in Polito oben. Ich wusste es. Drei Stück. Noch nämlich kein weiteres Mal. So ein bisschen Abstand halt. Der Typ, der... Ich glaube, der fliegt... Also so gut der fährt, der fällt irgendwann mal auf die Fresse. Ich gebe dir noch zwei, drei Minuten und fliegt er auf die Fresse, Leute. Was wetten wir, dass er auf die Fresse fliegt? Haben wir eine Motorrad-Einheit? Ich könnte noch fix wechseln, aber ob ich dann mit meinem Seher kommt. Ich wechsel schon. Lincoln 13 für King 20? Ja. Ich trage dich als Zeuge ein. Ist das richtig? Gestern, ja. Oh, mit Husten, Verfolgungsjagd machen. Gar keinen Bock, Bruder. Ui, ui, ui. Alter. Ich dachte, das war es jetzt. Lincoln 13 für die Fresse, kurz vor P. Ja, fällt doch gleich auf die Schnauze, wenn er so fährt. Ja, ich sag's euch, ich sag's euch doch. Ich sag's euch. Ich hab's euch gesagt. Zwei Minuten. Ihr habt es gehört, Leute. Ihr habt es gehört, legit. Ich hab's wieder verflucht. Ich sperr mal die Straße. Ich glaub, die ist bewusstlos. Hallo? Ähm, wie ist denn da Schadester, du, du hast das Rumpf auf der Backlap? Ähm, Person hingefallen. Nein, der liegt bewusstlos am Boden. Negativ. Äh, der ist jetzt am Boden. Also, wir brauchen keinen Backup mehr. Danke. Aber ich hab's euch letztendlich vorhergesagt. Seht ihr? Mit Ansage. Ich geb ihm noch ein, zwei Minuten, dann legt er sie auf die Fresse. Und es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Ich hab's euch gesagt, so wie der gefahren ist. Mit Ansage, Alter. Mit Ansage. Ah, das ist Karma. Das ist so Karma, Alter. Und der Führerschein, der wird schön abgenommen. Hat schon jemand, ähm, Feuerwehr und so kontaktiert? Ja, ich mach grad die Straße zu. Nicht, dass wir jetzt überfahren werden. Fortunatisch, kurz, kurz. Aber ich mach's. Ja, bitte. Ich geb grad CPR. Ah, ist das lustig. Der Arme, Alter. Wie ich einfach predicted hab, das ist den auf die Schnauze. Aber wisst ihr warum? Weil ich schon gesehen hab, wie der fährt, der Typ. Leute, so geht das nicht lange. Der ist gefahren wie ein kompletter Asi mit dem Motorrad. Und wenn du so fährst mit dem Motorrad, dann schmeißt es dich einfach auf die Fresse irgendwann. Ihr habt ja auch gesehen, wie er die ganze Zeit übelst nah an den NPCs vorbeigefahren ist und so, ne? Der wollte das, glaub ich, machen, damit die uns reinfahren oder so. Ich weiß nicht, was seine Intention war. Aber ich hab gesehen, das geht nicht lange gut. Das wird nicht lange gut gehen. Und einfach predicted. Ein, zwei Minuten, dann haut's dir noch auf die Fresse. Das ist einfach passiert. Nico Schmidt, danke Robert. Danke. So, jetzt hauen wir mal einen Like-Alb raus, oder? Unser erster Like-Alb nach Corona. Ja! Leute, lasst mal ein Like, das kostet nix. Wie sehr, Freund? Macht einen kleinen Schieber. Ja! Für mehr Hundefutter im Napp. Ja! Jeder Like ist ein Leckerli. Wie viele Leckerlis schafft es? Ne, Spaß. Ähm. Oh, ne. Oh, ne. Du hast gesagt, ich hab einen Euro gesagt. Und gute Besserung. Gleich schön, Max. Äh, Karebo, danke fürs Hüpfer. Vielen Dank. Ne, Cherry, mach weiter so. Habel mich beworben und wurde sofort angenommen. Und jetzt heißt es, warten wir. Aaron Taylor. Freut mich sehr, dass du angenommen bist. Ich hab die Fangearbeitung aber ja, hört. Oh, Nina Dragon, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Schön, dass du euch hier bist. Ich hab heute noch kein Rubbel los mir gezogen, ne. Aber das war doch der, das war doch 100 pro derselbe Typ vom Vorhaut. Ich meine, so wie der Gefahren ist, ist sowieso Führerscheinabnahme, ne. Das ist, äh, Führerschein abgenommen, instant. Ah, das ist der Typ. Schau, ich hab selber Maschine ohne Kennzeichen, selbes Outfit. Julius Emergency. Danke für 90 Cent. Der Null haben wir vorgelesen, ne. Äh, Jonas TV. Mit guter Besserung. Dankeschön. Das haben wir auch vorgelesen. Baba Yaga ist auch, Alter, viel dafür. 50 Euro von Baba Yaga vorhin. Vielen Dank. Bin wie, äh, hey, bist wieder fit und gucke später nach. Vielen Dank. 50 Euro, Röntgen. Super Chat. Mua. Kuss geht raus. Äh, Schurli GmbH. Bist du am besten noch weiter so deinen, deinen Xion GmbH? Bist du nicht die Schurli GmbH? Danke, Alter, für 25 Euro mit ihren Fies. Dankeschön. Jonas TV ist auch VIP geworden. Hellcat, nicht mein Hellcat. Heute mein E60 endlich vom Blackiefer bekommen. Hui, E60, schönes Auto. Ein sehr schöner Wagen. Vor allem die M-Version davon mit dem V10. Mh, lecker. Aber leider zu anfällig, das Ding. Oder der V10. Seat, kannst du mit Spoiler fahren, bitte? Muss ich später, äh, raushauen aus dem Auto, dass der funktioniert. Äh, Schnuppi. Danke nur für 30 Euro, Alter, Schnuppi haut raus. Liquid Viper. Ich hätte so Lust, auf dem Server zu spielen, aber leider kein PC mehr. Hui, das ist schade. PC ist wichtig und richtig. Stormman, oh, und endlich wieder auf streamen. Hoffentlich geht's gut. Dankeschön, Stormman. Ja, mir geht's wieder besser. Und nicht ganz gut, aber, ja. Schon besser. Genau. Dominik, Burgi, danke für das Sippwerden. Vielen, vielen Dank. Ich frag mich, wann hier jetzt endlich mal die Feuerwehr kommt, dass die mir den mal abnehmen können. Da, wo ich auch irgendwie abholt bin. Der Rettung habe ich alarmiert. Wo habt ihr ihn jetzt? Ich muss mich mal einen zurückrufen. Warte mal. Was hast du gesagt? Ich hab dich grad ganz, ganz schwer verstanden. Der Rettung wurde alarmiert, aber immer nicht angerufen. Ich habe mich angerufen. Und, äh, wie sieht's aus wegen Feuerwehr? Ja, Feuerwehr habe ich halt angerufen. Ach so, nur Feuerwehr. Ich dachte, Rettung auch jetzt, okay. Ja, Feuerwehr. Das ist ja die Rettung. Ich denke mal, die sprechen sich ja untereinander aus. Ja, ja. Wenn die jetzt zu wenig Kapazität haben. Äh, willst du mal das Motorrad abstellen, dass das ja nicht rumliegt? Nicht, dass das anfängt, das es anzündet oder sowas. Das fehlt uns noch. Und dann zündet sich das auch selbst. Aber wir gehen das Motorrad in Flammen auf. Oh, nee, mein Rücken, mein Hals, ey. Kasper, schöne Grüße aus Amstetten. Und kennst du mich noch? Mein alter Name war Crazy876U. Ich kenne nur einen Kasper. Den alten Namen kenne ich irgendwie nicht. Aber Kasper sagt mir was. So, schau, da kommen sie. Ja, endlich kommen sie. Richtig, sonst sind sie heute immer schneller als der Abschlepper. Das ist der Sound, auf die Spinde. Das ist der Sound, auf die Spinde. Das ist der Sound, auf die Spinde. Die Person ist gegen ein Auto gefahren und dann auf den Boden gefallen und ist jetzt bewusstlos. Ja, wissen wir nicht. Oder ich zumindest. Ich übernehme. Das ist der Sound, auf die Spinde. Letter One benötigt 1080. Ähm, Abschlepper bräuchten wir auch noch, ne? Ja, hab ich gerufen. Ich check mir, ist noch was drin? Nee, fast. Nee, aber Kennzeichen RLI, Blair 426. Das müsste halt der selbe Typ gewesen sein, der vorhin abgerissen ist. Der war die ganze Zeit im Palette oben. Ähm, der ist mit 263 geblitzt worden. Also für Roschenabnahme war es gewesen und ist dann geflüchtet. Ja. Also müsste der selbe gewesen sein, das Outfit, selbe Maschine. Ja, die Sache ist halt, dann bekommt er nicht mehr Entziehung in der Amtshandel, sondern verbrecherisches Flüchten, weil das das zweite Mal dann passiert ist. Einmal ist er uns entkommen, danach... Nee, das muss er gewesen sein, weil er ist auch nicht hier am Highway runtergefahren oder so. Der war immer im Palette oben. Ich bin ja, wir sind ja die ganze Zeit abgefahren. Wir haben die Büsche durchgesucht und so. Weil er ja hier runter nicht gekommen ist, aber oben ist er auch nicht rausgekommen. Das heißt, er muss nur irgendwo im Umkreis gewesen sein. So wie es halt war, wie wir es gedacht haben, ist er dann im Palette wieder runtergefahren. Mir ist er direkt aufgefallen mit der Maschine wieder. Hinterher und wieder geflüchtet. Ja. Und jetzt hat es ihn hier halt aufgeschmissen. Ja, verbrecherisches Flüchten wahrscheinlich in einem... Ja, aber Führerschein auch direkt abnehmen. Ja, Führerschein sowieso. Also, so wie der gefahren ist, äh, lebensgefährlich. Sieht man ja. Nicht so voll im Gegenfahrtverkehr. Ja, der ist nur im Gegenfahrtverkehr gefahren, dauerhaft. Der ist nicht anders gefahren. Der ist nur im Motorrad. Hm, und das ist echt... Das ist verrückt gewesen, was er gemacht hat. Ja. Besucht wurde er aber... Also, außer... Nee, noch gar nicht. Ich habe jetzt noch nichts gemacht. Müssen wir noch machen. Weiß ja nicht mal, warum er geflüchtet ist. Ich schätze mal einfach Just for Fun, so wie es aussieht. Weil sonst fährst du ja nicht so verrückt. Der hat halt kein Kenz dahintragen. Also, ich glaube, das ist schon ein geplanter Flucht gewesen, was der gemacht hat. Also, ganz ehrlich, wenn ich eine geplante Flucht mache und ich komme weg, dann schaue ich, dass ich von da oben wegkomme. Weil wir sind ja hier abgefahren. Hier ist ja oben geflüchtet irgendwo. Ich bin ja West Highway hochgefahren. Du bist East Highway. Also, der konnte fast nur ums Flüchten. Naja, er hätte sein Fahrzeug irgendwo unterstellen können. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das hätte ich ja gemacht. Hätte ich irgendwas zu verstecken gehabt. Der hätte alle Zeit der Welt gehabt. Aber nee, der fährt mit dem Ding weiter ohne Kennzeichen und kommt uns direkt entgegen. Ich gucke mal in seiner Akte. Felix Wolfs. Wie heißt der? Felix Wolfs. Was ist das? Ja. Ja, geht so weit. Felix Wolfs heißt er. Aber ich muss mich mal abchecken. Motorrad angemeldet. Ich meine sie. Machst du weiter, ich versuche ihn mal schnell. Ja. Informativ, könnt ihr das übernehmen? Ja, eine Kanteinheit übernehmen. LAPD ist Missy, hallo. Frage, was genau übernehmen? Den 50 von den Kollegen. Hi. Mit Projektenabschliffer von der Toda. Alles klar, bis dann. Ciao. Äh. Wir müssen jetzt die Muff an. Weiß ich nicht. Hä? Kann ich einfach wegfahren? Ich glaube, der hat das falsche Fahrzeug. Ja, das ist trotzdem etwas blöds jetzt. Äh. Ja. So ist es ist. Kann ich ja einfach wegfahren, sondern einen Kollegen holen. Ich habe da irgendwas gehört, wie lange brauchst du noch? Und dann hat er gesagt, ich muss gehen. Und dann, ja. Mehr habe ich auch nicht verstanden. Nein, ich brauche der Kollege etwas zu lang. Der wechselt kurz hier in, der hat ja glaube ich im Sandy auch nochmal einen Platz, wo er wechseln kann. Okay. Bestimmt, wir müssen ihn ja eigentlich mitnehmen. Ja, er hatte nichts dabei, wie ich dir gesagt habe. Du hast, du hast verfahren gefahren. Er hat nichts dabei gehabt. Das ist der Sound, ob ich spinne. Ich muss noch was essen. Ich muss nämlich während der, während der Verfolgung was essen. Nee. Ich habe fast gestorben bei der Verfolgung, wenn ich nichts mehr zu essen hatte die ganze Zeit. Wäre ich fast abgereckt einfach. Was ist das denn? So. Mal das reinziehen hier. Naja, ich bin froh, dass wir wie ich es sehen jetzt so bekommen haben. Das ist endlich mal. Quality Water. Wenn Husten fühle ich. Ich hatte Corona immer noch nach fünf Monaten Probleme. Ui, das ist nicht gut. Es gab auch so eine Frau jetzt, die, äh, eben die angefangen hat zu stottern durch Corona. Ach, da kommt ihr mit dem Heben. Da war ich hier unten aber eine, Dings, eine Zone. Das will ich nicht aufmachen. Aha. Aha. Mir geht easy hat man auf, wenn ich das hier drücke. Also irgendwie hat er was richtig kaputt gemacht. Gibt es das mal, sobald ich hier das aufmache? Aha. Das, äh, pretty strange. 6, 11, 8, 8, 8. Jemand anderes hat es auf dem F5-Menü gehabt. Guten Abend. Also irgendwas stimmt da nicht, glaube ich. Irgendwas ist da kaputt. Auf drei Punkten gefilmt. Link 35 für Link 32. Äh, hast du eine Minute auf Draht? Ja, habe ich. Schöne? Oh, nur schnell mit der Ertragung. Ja. Taschenlampe auspacken, ne? Man muss ja. Sif NBK, Dankeschön für 1,07 Euro. Vielen, vielen Dank. Sif NBK. Schau mal, der hat ein richtig cooles Outfit sogar. Mach mal kurz weiter, da kann ich den Herrn in den Zug anlegen. Äh, wie schnell da war oder sowas? Wisst ihr nicht, ne? Der war, der ist die ganze Zeit auf dem Gegenfahrbahn gefahren, hier in die Kreuzung rein und kam halt ein LKW in das seitlich rein. Definitiv sowas über 100 muss es gewesen sein, zwar nicht langsam. Ja, das stimmt. Okay. Gegen dem wieder Tenet. Lief erabreicht, dann gehen Sie mal ein Stück zur Seite. Ja. Jetzt mal versuchen zu schocken. Wichtig für Sie wäre Täterstatus. Jawohl. Ähm. Ach, nee. Ich mein, die Sprilators alle. Ähm, Ambulance 1, könnt ihr mal schnell nach, ähm, zu dem Dispatch-Woch-Fraum, den ich hatte. Linken vor der 5, 10, 7, 10, 6, des Ausschusses. Ist der Defi noch leer oder was? Der hat ja richtig die Arschkarte gezogen. Der hat ja gerade, wo liegt jetzt der Defi noch leer? Ich glaube, der steht nicht mehr von den Toten wieder auf. Äh, Vampir Victor, kannst du meine Freundin Svenja grüßen? Natürlich die Svenja grüßen. Aber vielen Dank für den Zwanni. Vielen Dank schön. Vielen Dank schön statt vielen Dankeschön. Was? Wie sagt man? Vielen Dankeschön. Nein, Dankeschön sagt man einfach. Vielen Dankeschön. Ist doch noch ein gutes Wort, oder? Brauchst mit der Taschenlampe nicht stehen. Ah. Jawohl. Müllens, brauchst bloß schnell hochkommen, Akkus für den Defi geben und dann kannst du wieder los. Der Opschlepel. Alter, gib dich das mal, wie das aussieht hier. Sheesh. Hallo. Na, Bernd. Das sind wir zum Abschleppen und, äh, zum, äh, sie können es eigentlich komplett abschleppen lassen, wenn sie wollen. Das bedeutet Abschlepphof, oder? Ja, können sie eigentlich machen, Fahrzeug, äh, können sie eigentlich zum Abschlepphof bringen. Jawohl, mein Bock ist drin. Erfolgen drin. Jawohl, perfekt. Gut, falsch. Ähm, wurde das bereits schon vom FD überprüft, oder? Das wurde schon überprüft, aber es, wir haben es ausgeschalten, es sieht nicht so aus, dass da irgendwie, äh, das Entflamme jetzt da ist, weil, es lag auf dem Boden, es lief wirklich ziemlich lange und, ähm, wir haben es jetzt ausgemacht. Also, es ist ja nichts ausgelaufen, so wie es aussieht. Na, okay. Gut, weil ich dann aufladen und zum Clubhof bringen. Alles klar, perfekt, danke. Nett, aber. Ich bin schon nass, ist schon egal. Da regnet es ja auch rein. Er hat ein paar kleine Lächer, ja. Hm, nee, es ist von der Seite auch. Es windet rein. Ich glaube, jeder liegt mit seiner Lederhosen. Herr Cooper, Nico, danke fürs SIP werden. Sie ist der beste Dankeschön für deine Domi. Kannst du mal, äh, sagen, äh. So, bitte schön, Nico. Das war 1,07 Euro wert. Check, Ben. Auch mal was raus, danke schön. Irgendwie, danke. Fandschule, danke fürs SIP werden. SIP NBK, danke auch, dass du wieder dabei bist. Ähm. Nina Drang, 15 Euro, fies. Also vielen Dank, Nina Drang, für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Nina Drang hat immer was raus, das ist unnormal. Hast du ja vorhin auch schon rausgewuppelt. Äh, äh, was waren das? Ja, auch 40 Euro. Ja, 15, 10, 10, 6, was schon war. SIP, Pardo, Dank für SIP werden. Steve, Gröber, moin, gute Besserung, endlich wieder. Abendunterhaltung, auf und guten, vielen Dankeschön. Florian, mein erster Spiele, Florian, Nicolo. Moin, moin, kennst du dich doch, Nicolo kennen wir noch. Jonas, Gott, danke für eure Dominik Burgi, danke für SIP werden. Adrian, Polarik, gute Abend, Sören. Wie geht's dir? Schon gut, Dankeschön. Schau dich schon seit den ersten Dinos und freue mich noch auf viele weitere Gedanken. Ja, der letzte SIP ist viel leicht, wird kommisch schon interessant. Ich kümmere mich gleich rum. Ja, hab ich hier alles noch vorgelisert. Ja, hab ich. Yes. Daniels Spiel, Dankeschön fürs WIP werden. In der Zwischenzeit Beiler fahren, oder? Ja, kannst du eigentlich weiterfahren. Ich stehe auch schon hier ein bisschen. Ich bin ja hier. Alles klar, danke. Das ist gerade so ein schöner Tag, guck dir das mal an. Alter, das Wetter gefällt mir gerade richtig. Ich will nicht mal das Wetter, wie geil das ist. Jetzt muss ich mal Richtung, äh, ah, da kommen sie schon, ne? Äh, ich muss mal Richtung Mechaniker, weil meine Scheibe vorne ist kaputt und mein Licht auch. Ich muss jetzt zu Mechaniker. Frau Mechanikerin, bietet uns mal den Fallen und baut uns mal bitte von der Windschutzscheine ein. Man sieht nämlich nix, weil ich die ganze Zeit den Regen ins Gesicht kriege. Ah, das war glaube ich 143. Wer ist denn das? Was war denn das? Ich bin mir auf dem Poppes, 143 hier hinten. Aus, Ende, Schluss. Wir müssen nämlich schauen, dass die Windschutzscheibe drin ist, weil es regnet. Ich kriege den ganzen Regen ins Auto. Alter, es tut es weh, das so zu machen. Bloody. Na, danke nochmal für 249 und, alter Franz Schuler. Kannst du Laura grüßen, natürlich die Laura grüß mal. Hallo Laura, ich kann da nicht so riechen wie Andel. Letzter Dispatch-Verkehrs- und Verlauf im East Highway. Andel, die Schoko-Ente. Ich bin ja einer extrem fett an. Perfekt, danke. Ich versuche mir so lustig, dass Andel alles wegbannen lässt, das mit Enten zu tun hat. Bei Andel darfst du im Chat keine Enten schreien, die werden rausgebannt vom Bot. Du kannst sogar ein Permaband bringen. Andel hat mich letztes Mal aus seinem eigenen, also ich bin ja Mod bei Andel im Chat, er hat mich einfach mal rausgebannt für 300 Sekunden auf die stille Treppe, weil ich irgendwas Andel, die Quack-Ente reingeschrieben habe. Selbst sein Best-Friend lässt da Time outen im Chat. Aber umso lustiger finde ich das, dass ihn das so triggert, weil genau das ist das, was ich so lustig finde daran, dass er das hartes triggert, ne, das Entchen. Die Schoko-Ente. Alter, kann ja aufhören mit 140 zu fahren, ich halte ihn gleich an. Mein Radargerät geht nämlich nur mal bei 140 an. Boah, ich würde mich das anzipfen im U-Live. Das zipft mich hier auch schon an. Andel, die Quack-Ente. Ey, Lauri, danke für den Euro. Herzregen. Das ist schwer. Ach, komm, wir machen einen. Weil wir jetzt wieder alle da sind, Leute. Weil wir jetzt wieder alle da sind. Machen wir mal ein Herz in den Chat für alle, die heute mit am Start sind. Nach über einer Woche Livestream. Also kein Livestream, das meine ich, natürlich. Aber wir haben einen raus. Alle mein Herz sind da, lass den Chat. Für alle, die jetzt aktiv dabei sind. Jetzt habe ich schon wieder 144 geschwärt. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich komplett aus, wenn der da mit 144 fährt. Jetzt reicht es dann mal. Ich raste gleich wieder. Ich raste gleich wieder. Ich raste gleich wieder. Das ist wieder gefällt mir. Jetzt ist das Arm, du, wie schwingst du? Das wird gefällt mir gut. Das heißt, wir kaufen Werkzeug, Carsten. Wir sind los. Ich finde, der Motiv in meiner Position ist ein verlassenes Fahrzeug und ich lasse eine Straße. Mal 88. Ich habe es vielleicht irgendwelche Angaben zum Fahrzeug. Meine Wildschutzschäbe ist im Arsch. Meine Wildschutzschäbe. Geh bitte. Was wird denn das? Alter, vergesst. Da vermiss ich nicht ein Zucker. Was wird denn das? Was wird denn das? Was wird denn das? Im Dialekt der Herr Zucker? Ah, das ist so lustig. Daher Zucker. Warten wir den alten Herrn Zucker und den neuen Herrn Zucker. Der alte mit den weißen Haaren. Wisst ihr den noch? Ah, das ist... Das war mein erster Polizeicharakter, den ich dann auf jeden Fall verschmissen habe. Weil der mir dann zu alt war irgendwie. Ich wollte dann einen jüngeren haben. Dann gab es den jungen Herr Zucker und den habe ich nur so gefühlt. Und jetzt habe ich den Bruder von Rumpel. Den finde ich irgendwie gerade am lustigsten. Seit er ein Bruder ist. Voll ernst. Oh nein, wer ruft denn da an? Der Bastian Miller ist noch ein Kollege. Servus. Das ist der Sound, der verspricht. Ah, positiv. Hallo? Servic hier. Hallo, bitte. Meine Frage, wo bist denn du mit der High School unterwegs? Äh, jetzt gerade nirgends. Jetzt bin ich gerade beim Mechaniker eingetroffen, weil die Scheibe vorne kaputt ist. Achso, ähm, gehst du auf dem Highway oder bleibst du in der Stadt? Äh, ich fahre die ganze Zeit Highway. Ich fahre heute Highway den ganzen Tag. Alles klar, dann fahre ich in die Stadt. Alles klar, perfekt. Perfekt. Grüß dich, tschüss. Ebenfalls, ciao. Hallo. Guten Abend. Einmal Reparatur nehme ich an. Ja, und die Windschutzscheibe ist auch rausgefallen. Die, jetzt vor allem beim Regen, ganz schlimm. Ja, das glaube ich. Ja, ich habe alles ins Gesicht bekommen. Und, ähm, ich hätte auch gern Werkzeugkasten dazu. Alles klar, kriegen wir hin. Äh, schließt das mal bitte ganz kurz auf? Jawohl. Ja, ja, aber guck mal, türkis, das Brems-Sappen habe ich auch noch nie gesehen. Der Lambo ist echt nicht schlecht. Außer, dass zwei Millionen von der Seite komplett seitdem gepfüste. Ja, außer Saka-Bone sieht er gut aus. Ja, ja. Vor kurzem haben wir die Sanika wieder. Ui, sogar mit Fliegekürten. Ja. Gut, dann warten wir hier ein bisschen. Ich muss mich im PCD umtragen. Sofern da nichts umgestellt wurde. Ja, ja. Ähm, ich komme mit der Investigation Unit King vor. Okay, alles klar, dann, äh, kannst du mit Referieren anfangen, hast du ja gesehen. Schein über vorne, äh, links komplett tot, rechts eine Lampe kaputt und hinten war auch nicht... Ui. Ja, mach, kannst du schon mal anfangen. Schick. Alter, äh, ich wusste gar nicht, dass man das Dach so machen kann. Äh? Gegen den Informativ an die Chiefs, äh, Geil. Rückruf einer Führungsposition im letzten Dispatch gewünscht. Äh. Ich hätte da noch, äh, Das, wo nach, äh, Fröhlich und nachdem gefragt wurde. Ne, da steht nur Rückruf von der Führungskraft, bitte. Führungskraft, da bin ich, äh. Watzink nicht dabei, ey. Bin ich froh, dass ich keine Führungskraft bei mir liebe. Ja, wenn keiner kann, sonst mache ich das halt zart. Ja, ich kann als Käpt'n auch. Ich wollte nur die Chiefs nicht ausbohren lassen. Nicht rufen an. Ich guck mich hier ein bisschen um. Oh, da ist noch so ein BMW. Ein BMW-Zi. Und ein Maybach. Schau mal was Kennzeichen. Hundebande-Kennzeichen, natürlich. Werdet ihr schon bedient, oder? Äh, ne, ich warte noch. Ihr werdet noch nicht bedient. Ich wurde vor ihm bedient. Oh, ne, Husten. Arjan Kollerick, lange verziert werden. Franz Schuler, kannst du mich grüßen? Grüß mal den Franz. Handel für das Entenfutter. Schau. Und Zehner. Mit Fies. Mit Ehrenfies. Exit, ich hoffe, dir geht's wieder viel besser. Auf ein geiles Team. Schönen Abend noch. Dankeschön. Ja, sehr viel besser sogar. Da, Brandmeister Karl-Heinz. Danke fürs Aufmuntern. Bis unser Server. Was? Ich bin verewigt im Server. Brandmeister Karl-Heinz. Der wird negativ. Aber steht der nicht bei uns auch mit in der Telefonbuchliste von den Kollegen? Bin ich bei euch verewigt? Ah, Code-Nascher. Ah, den kenn ich noch. Ein Code-Nascher. Danke für den Euro. Weiß, dass der Typ ist, den ich mir denkt. Der ist das. Er hatte damals einen Typ, der hat immer Donate und der ist einfach Code-Nascher. Link ist mir auch so okay. Okay, wir wollen wieder 10, 18, 17, 76 Mission Road. Ja, jetzt können wir eigentlich ein bisschen mit dem Chat reden. Kommt morgen ein 1,07 Stream. Ich denke nicht, dass morgen einer kommt. Ich denke dann, wenn dann übermorgen. Ich mache ja eigentlich mal jeden zweiten Tag Livestream. Also meistens war das immer so. Und... Und... Ja. Ja. Zune Stimme einmal hoch. Oh, der Nightbot hat es rausgelöscht. Zu viele Emotes benutzt. Perfekt. Schau mal, 5 Sekunden blockiert vom Nightbot. Ich bin random, der arme Junge. Zum Beispiel ist es probiert. Aber ich habe Mittagessen, ja. Kannst du mal Andl mit diesem Enten-Chump-Skatronen? Ja, Andl ist da ja gerade nicht online. Ich kann mal gucken. Ich glaube, Andl ist gerade nicht da. Dann kommt wieder Minecraft. Wenn wir Bock und Spaß dazu haben, wenn die Laune da ist. Weil jetzt gerade ging halt eh gar nichts, ne? Kannst du den Mustang fahren? Nö. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich muss ganz schnell den Ventilator anmachen. Ich bin gleich wieder da. Weil hier wird es gerade ziemlich heiß im Zimmer. Und das mag ich nicht. Ich hoffe, das passt so. Oh, Gott sei Dank Ventilator wieder, ey. Das erste Mal seit lange, dass ich wieder einen Ventilator angemacht habe. Weil ich halt jetzt krank war, ne? Da habe ich mich nicht getraut, den anzumachen. Nicht, dass man davon noch kranker wird. So, aber jetzt wird es lange wieder benötigt. Äh, bis auf. Ich würde mal eben mal einen Anruf in der Garage finden, ja? Ja, mach das. Ahhhh. Bis gleich. Ey, Sacha. Was? Magera jetzt? Ne, ich habe keinen gefunden. Scheiße. Also entweder sind sie einfach viel zu teuer. Ja. Ja. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die hier fertig sind. Ja. 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 Ich habe hier nur eins für den Däumen. Wie ist der Krieg zwischen Kartell und Steam ausgegangen? Weiß keiner. Es geht ja jetzt erst weiter. Für die, die es noch immer nicht verstanden haben, der Server war die ganze Zeit, wo ich krank war, down. Der Server ist genau in dem Zeitpunkt ausgegangen, wo ich krank geworden bin. Eine ganze, also es war eine ganze Woche Ausfall. Wir wollten, also ich wollte eine Wartung starten, da war ich noch gesund, unter Anführungsstrichen. Da habe ich schon, war ich schon leicht angeschlagen, aber war noch nicht so. Da wollten wir Wartungsarbeiten am Server machen und dann ist uns aufgefallen, nach dem, nach der Wartung vom Server ist der nicht mehr richtig hochgefahren. Und da hat es beim Server die LAN-Ports zerschossen oder die Adapter, die, wie sagt man, Netzwerk-Adapter haben es zerschossen. Das heißt, es gab kein stabiles Verbinden zum Server mehr. Der Server ist die ganze Zeit Internet abgebrochen, auch beim Remote die ganze Zeit abgebrochen. Der war jetzt eine ganze Woche lang, über eine Woche, war der down der Server. Und deshalb, wir sind ja umgezogen, wir sind jetzt auf dem anderen Server, ne? Und ich hatte halt keine Zeit, den so umzuziehen auf die Schnelle, weil ich halt krank im Bett lag und ich nur dem im Support geschrieben habe, halb krank. Und das war halt alles... Willst du den Werkzeugkoffer ins Auto haben oder möchtest du den in den Rucksack? Äh, im Auto bitte. Im Auto? Ja, bitte. Okay. Zufall oder Lüge? Warum sollte ich da lügen? Warum sollte ich da lügen? Weil ich war echt, also ich war in meinem Leben noch nicht so angepisst wie bei dem Support letztes Mal, Alter. Ich war so pisst, weil es genau, weißt du, diese Sachen passieren dir dann genau dann, wenn du nichts machen kannst. Das ist ganz schlimm. Du liegst im Bett halb krank und du kannst einfach nichts machen, weil du halt im Bett liegst und du... Was willst du machen? Du bist halt halb krank. Du kannst nicht zum PC gehen mit 38 Grad Fieber und Kopfschmerzen und dann dort den Server neu aufsetzen. Also da zu sagen, dass das jetzt eine Lüge sein soll, bitte. Nee, aber das war echt beschissen, ey. Dieser Zeitpunkt. Genau dann. Ich meine, das einzig Positive, was ich immer noch sagen kann, ist, dass Gott sei Dank der 1 zu 7 kriegt da, dass ich da wenigstens wieder dabei sein kann. Und dass jetzt halt in der Zwischenzeit nichts passiert ist, ne? Es ist halt... Das konnte halt keiner spielen. Aber finde ich schon krass, dass mir da einer schreibt, das ist eine Lüge, Alter. Und ich habe jetzt die doppelten Serverkosten zu tragen und wir sogar den Server umziehen müssen. Wissen Sie, was ich jetzt zahle für beide Server? Für den einen zahle ich 256 Euro monatlich. Und... Für den... Aber das ist jetzt alles schon Steuer abgezogen, ne? Alter, der spinnt. Bist du deppert. Für den anderen zahlen wir 160. Und dann nochmal die 50 Euro Patreon. Das ist alles nur Serverkosten jetzt. Das ist sehr viel Geld, dass jetzt einfach weg ist, weil wir doppelte Servers haben. Das ist richtig beschissen. Aber ja. Ihr müsst den Umzug jetzt machen, weil sonst wäre der Server noch länger down gewesen. Der Server wäre bis heute down gewesen. So, ne, David, ich bin unterwegs. Also deswegen die Pause. Ne, also die Pause war nicht wegen dem Server, sondern weil ich krank war. Sonst hätte ich ja was anderes streamen können. Ich war ja trotzdem krank im Bett, ne? Aber wir hätten sowieso kein RLO spielen können in der Zeit. Wobei, vielleicht hätte ich dann früher den Server schon umgezogen. So, dann wäre dein Fahrzeug schon wieder fertig. Alles klar, dankeschön. Was bin ich dir schuldig? Äh, dreieinhalbtausend mit dem Werkzeug. Brauchst du ne Rechnung? Ne, ich zahl das so. Okay. Bitteschön. Danke sehr. Dann wünsche ich dir einen ruhigen Dienst und fahr vorsichtig. Jawohl, danke, mach ich. Ciao, ciao. Ciao. Boah, was ist das für ein geiles Ding? Das ist schon ein schönes Polizeifahrzeug. Was ist das für ein geiles Ding? Der ist ohne Polizeifahrzeug schön. Ein Auto. Man nennt es Kraftfahrzeug. Ein schönes Kraftfahrzeug. Bitteschönes Kraftfahrzeug, ja. Aber sie ist Mechanikerin, was ja wissen, dass das ein Kfz ist, oder? Ich versprechen. Ja. Ja. Na klar. Natürlich. Wäre er doof, wenn ich. Ja, wäre er doof, wenn ich. Das ist sehr hübsch, das ist dann. Die ist kaputt. Das ist, das ist schön. Okay. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Ciao. Ciao. Boah, paddel. Paddel, paddel, paddel. Überall paddels. Überall. So sind die ganzen Grafikmods aus, wenn man sich Videos auf YouTube reinzieht. Überall diese, äh, water paddels. Mir fällt das Wort gerade nicht auf Deutsch ein. Das muss ich auf Englisch sagen. Pfützen. Wasserpfützen. Das habe ich. Mit der Frage, haben wir gerade ein Office-Heim-Mission-Ropiddy? Ja, positiv. Oh, nee. Oh, bitte nicht husten. Oh, aufhören. Ich habe extra vom Schimmer Hustensaft getrunken. Ich habe gerade angefangen, ja, weitergegen. Aber besser. Und auf dem Hustensaft stand sogar drauf, es kann die Verkehrs, äh, Dings beeinträchtigen. Das heißt, ich sollte hier vielleicht nicht Auto fahren. Der wird einmal übernehmen. Sollten ihr besser nicht Auto fahren, ja. Verkehrsbeeinträchtigend. Wenn man den Hustensaft trinkt. Perfekt, um heute einen Highspeed-Junitz zu benutzen. Perfekt. Die Kollegen dürfen das nicht wissen. Was sage ich mit Andl? Andl hat sich aus Versehen als Ente das Klo selbst wundergespült. Das ist ihm passiert, als er kacken musste. Aus dem Grund wird es jetzt ein bisschen dauern, bis er aus der Gulag wieder unten rauskommt. Aber er schwimmt gerade in Graz durch die Rohre. Also irgendwie wird er schon wieder rausfinden. Ich glaube an ihn. Das ist der Sound, der Spende. Ich glaube ganz fest an ihn, dass er aus der Kloake irgendwann wieder rauskommt unten. Am Schwarzen See kommt er dann raus. So, äh, Sonic 6D war ich heute ziemlich lustig drauf, ne. Sicher der Hustensaft. Ich höre für die beiden Server. Danke, dass du das erwähnst, wieder zu spielen. Akkus, danke schön. Da wurde gerade über den O-M-D gesprochen. 41186, Hauptplatz. Linken 63 für G5. Das ist immer so lustig, wenn der, wenn einfach die Sachen 5000 Minuten später bei euch ankommen. Das ist, also die Verzögerung auf YouTube ist halt echt kacke. Das verwirrt sie auf Twitch. Ich, auf Twitch habe ich drei Sekunden Verzögerung gehabt. Auf YouTube einfach gefühlt ne halbe Minute. Das ist so. Ja, fahren sie hier bitte umgehend zum Supreme Court an weiter und folgt. Ui, umgehend. 41186, Tetsa, das ist Supreme Court. Nein, 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 nein. Ich gehe bitte mehr zum Juro. Nein, nein. Ich gehe bitte mehr zum Juro. X-Trail 13 für ne freie King-Einheit. Mit den Armen stinkt danach sicher. King Dan. King 4. Ja, X-Trail 13 mal zum Casino, wenn möglich. Dort wurde gerade über Drogendeal und ähnliches gesprochen. King 4, wann sie übernehmen. Äh, ich bin nicht am Markt unterwegs, das könnten sie übernehmen, bitte. Ja, sind vormen. Zivile King-Einheit frei. King 24 für King 10. King 24 für King 10. Keine Rückmeldung. Ah, es ist der Lieblings- Lieblings- Zivile dazu. Jetzt brauche ich mal ruppellos, jetzt reizen wir langsamer. Und muss das Ding auch voll machen. Ja. Eintin David ist die Retinator auf Streife. Dankeschön an, äh, Spiral für ne Euro. Ja, King 10 responding. Vielen, vielen Dank. Oh, Taha. Mit 30 Euro für den Server und auf einen entspannten Abend streamen. Dankeschön, Taha. Vielen, vielen Dank. Bist mein Lieblings-Streamer, bist mein Vorbild. Dankeschön, äh, Akasa. Taha, vielen Dank für den Euro. Alter, Taha, vielen, vielen Dank auch für die Fies, ne? Robert ist wieder da, liebe Grüße aus Salzburg. Robert Kaiser, schön, dass du da bist. Hat jemand in der letzten Zeit King 24 gesehen? Alter, der Allerechte. Tschüss. Der Allerechte Robert. Will uns aber wieder rubellose holen. Wette zu Außer Funk. Link in der letzten Zeit für 10.6 Gericht und Außer Funk. Ui. Gewonnen. Ui. Verloren. Ui. Verloren. Ui. Verloren. Ist das beim, ähm, dort wo es runter geht, im Schacht? Moment. Also positiv an der Autobahn am Highway, in der Städtische Highway. Äh, die liegen da schon länger. Ich dachte, dass dein Kollege in Untersuchung oder so macht. Die liegen da, siehst du schon seit einer Stunde rum. Die könnten noch von der Schießerei beim Juve sein. Da wurde ja durch den Funk durchgegeben, dass die, äh, mitgenommen wurden. Tja. Ja, und die liegen da jetzt noch, oder was? Nein. Ich frage ich jetzt nicht, wie ich gerade im Juve oder ist das noch wegen der Aktion von vorhin. Nein, das könnte noch von der Aktion von vorhin sein, dass die liegen geblieben sind. Die Schießerei im Juve ist lange vorbei. Ja, aber das, äh, Problem ist, die liegen da schon seit über einer Stunde. Ich bin da nämlich vorbeigefahren, wo wir die Verfolgungsakt hatten, da lagen zwei an dieser Einfahrt. Ich dachte der macht untersuchen oder sowas. Die liegen da seit ne Stunde rum oder so und durch den Funk kamen, ja die wurden schon abgeschleppt und ich denke mir noch, warum stehen da die Rogen vorhin, weil das habe ich im Augenwinkel gesehen, rechts, die standen in dieser Einfahrt dort unten, hat sich keiner drum gekümmert, kennt man da irgendwo her, ne. Deine Stimme heute, ich lach mich kaputt, echt ist das so schlimm, ist das so, oh, hallo, er war schnell. Bitte nicht kaputt machen, bitte nicht kaputt machen, bitte ich hab sehr viel dafür bezahlt. Hab nichts dafür bezahlt, ich boxe mir da aus. Wenn er so schön wie der vorbeigefahren ist, krieg ich da ein fettes Ticket reingeballert von dem. Linken 41, für Linken 41. Was die waren jetzt? Äh, wie ist er heute wie City? Weil die kriegen vorher auf den Highways mit der Highspeed, da rum. Oh, mir ist er denn eingetragen? Das ist das Handvolle Sprengel. Ich hab den Linken gefragt, wo er unterwegs ist. Schönen Abend noch. Schönen Feierabend, ciao. Ciao, ciao. Ja, weg ist er, das war's. Ja, ist über alle Berge. Über alle Berge, den kehrt nie wieder zurück. So. Ja, der kommt nicht wieder. JNZone, den hab ich noch gar nicht vorgelesen. Ich hoffe, dir geht's wieder besser auf einen... Ah ne, das hab ich schon vorgelesen. Hoppala. Hab ich noch nicht vorgelesen? Ich lese vor... Oh, ich hab schon vorgelesen. Ups. Der Linken vorlieger nicht auf die Fläche. Markus Stadelmeier. Das hab ich noch nicht vorgelesen. Der Stadelmeier Markus. Vielen lieben Dank für den Incontent und den Enchantement. Ich kann's nicht mal... Enchantement. Alter, was ist denn los? Dein Enchantment... Dein Enchantment Table. Boah, ich bin da ja lustig. So, äh, bei Krankheit, äh, durch... Was durchzumachen für den Zerberkuss. Dankeschön, Markus. Das, äh, ja... Ich hab mein Bestes gegeben, mein Bestes probiert. War ich am Klo auch immer, wo ich auch immer mein Bestes. Ich drück halt voll durch. Warte. Ach, ist das schlecht. Ähm, Nele. Erstens, wenn du kannst du mal bitte meine Frau Pascal grüßen. Der Pascal wird gegrüßt. Kannst du die Baustelle durch ein MLO austauschen? Ja, cool. Kannst du die Baustelle am Dings? Ja, lass dich überraschen, was alles kommt. Lass mich überraschen für 3-0. Ich bin traurig, dass ich, äh... Jetzt nicht gefunden hab, dieser rote Wagen, der so schnell durchgefetzt ist. Ah, ich fahr nach Palito. Da ist meistens was... Hm... Los. Aha. Ich fahr nach Palito hoch. So. Der neue Hustensaft. 0% Zucker, 40% Alkohol. Jetzt im Angebot. Ja. Ich weiß auch noch gar nicht, was da drin ist. Das von, von Wick, dieser... Ich guck dir jetzt mal, was da drin ist. Ich, ich nehm nämlich noch so'n Schluck davon, damit ich keinen Husten krieg. Ich mach mal kurz der, äh... Warnblinker an. Oh, jetzt fahr nicht dran vorbei und fahr jetzt nicht so schnell, ich schwör dir. Ja, schön mit 90 fahren, hast du recht. Da ist, äh... Dextrometorpan... Was ist das denn? Was ist das? Das google ich mal. Dext... Was ist das? Ach so. Dext... Dextrose ist doch, äh... Oh komm, Witz. Die noch nicht mehr... Das ist so'n Stück Scheiße, ey. Es war doch klar, dass ich jetzt mir einen, äh... Jetzt habt ihr einen Sessel zum Zugucken. Viel Spaß damit. Es war doch so klar, dass ich kurz meinen, äh... Hustensaft nehmen möchte. Und genau in dem Moment einer mit 200 Sachen Karacho vorbeifährt. dannecin... Obfmm.... äh... King 4 flüchtiger, ähm... Flüchtiger lamborghini Richtung, palito? Er fährt jetzt rechts ran. Er fährt jetzt rechts ran. Heurtin ¿Verkup? Viperin Desbrook? Èh, bitte�� Senator! дjن´t vor... Hab einen D-Trenti rausgesendet. Es glaube, man nennt das Platz loopso. KW. vor, 1086 mit dem Kennzeichen Xian mit X. Theo Werner. So, wir warten auf Backup. Oder nicht alleine, sind so jetzt... Fahrzeug ist zugelassen und versichert auf Theo Werner. Jetzt habt ihr wieder einen Hund, jetzt habt ihr keinen Stuhl mehr zum Zugucken. Alter, war das jetzt eine Kacke, ne? Linken fährt wieder zu Funken. Was war das denn gerade? Ist da gerade ne Ente reingeflogen? Okay, ich werde jetzt einfach gar nichts mehr an diesem Leben... Was, was? Fährt er da in den Obstgarten rein? Treppen circa 20, 25 Sekunden. Und da steht einfach ein NPC mitten in der... Also ich bin sowas von verwirrt mit den NPCs mittlerweile. Wollen wir mal auf Backup? Kennzeichen Xian. 219 da nur gemessen, das ist etwas schade. Der Stuhl war auch cool. Ja, wisst ihr was? Dann habt ihr hier den Stuhl wieder. Bitteschön. Dann habt ihr euren Stuhl. Weil der Stuhl, der war ja auch cool. Der Stuhl war besser, schreibt einer im Chat. Hier hast du den sprechenden Stuhl. Boah, mit 2,78. Oh, Solades. Dankeschön, der sprechende Stuhl sagt danke. 107 Euro mit Fies von Solades. Lachst du besser, wie du siehst, solange man gar nicht durchfallen hat. Das stimmt. Solades, ich küss in den Nacken. Bis später, Kollege. Guten Tag. Ach schön. Wollen. Ähm, wissen Sie, wie schnell sie waren? Okay. Schuss, nee, hauptlich. 219 geblitzt. Oh, okay. Und, äh, haben Sie nicht die Sirene gehört? Ich bin den wirklich von ganz hinten schon die ganze Zeit mitgefahren. Sie sind nicht langsamer geworden. Ähm, nee, die ist mir erst jetzt hier vorne aufgefallen. Ja, ich ritt mal mit dem Führerschein. Ja, kommt sofort. Jawohl. Ich will nicht, ich kann nicht. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja. Die Leute, die wollten einen entsprechenden Stuhl haben, ihr habt ja den entsprechenden Stuhl. Iiiiih, stell dir mal vor, du machst eine Kotstuhle da hin und sagst, da ist ein sprechender Stuhl. Bäh. So, jetzt bin ich wieder da. Das ist der Sound, ich will spenden. Theo Werner. Bewährung, Führerscheinbezug. Front, weg. Ähm, Kollege, in der Highspeed, du könntest ihn vorne anhalten, er hat vorbeigefahren, ist 185 geblitzt. Komm, wir stehen da wieder im Funk. So, äh, kriegen Sie den Führerschein wieder? Ich stell Ihnen einfach ein kleines Knöllchen aus, danke, dass Sie hier angehalten haben. Ich dachte schon, das wird mit Ihnen heute nichts mehr. Äh, das sind 3000 Dollar, die Sie bitte direkt bezahlen müssten. Ich hab's eben nicht gesehen. Ja, alles klar. Also, ich sag immer, immer direkt bezahlen, also Sie müssen nicht, aber Sie sollten. Das war noch ein Auto, Kollege. Weil sonst haben Sie immer offene Rechnungen und, ähm, Warten Sie mal. Perfekt, keine offenen Rechnungen, das passt. Äh, eintreife ich das jetzt nicht, Sie sind 219 gefahren, etwas zu schnell. Machen Sie einfach den Tempomat an auf 130, dann haben wir das Problem nicht. Alles klar, kriegen Sie den Führerschein wieder? Danke. Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt und fahren Sie bitte langsam, ja? Jo. Alles gut. Angenehm dienst noch. Danke. Ich bin vor Ort, hätte ich jetzt expended. Was war das denn für ein Fahrzeug, was du geblitzt hattest? Ähm, Golf 4 müsste es gewesen sein in schwarz. Naja, Tampor, den habe ich nicht mehr gesehen. Die Funk 285, ne? Kingford hinter der AG-Bundamt. Servus. Hallo? Guten Tag. Hallo? Ähm, können Sie mich hören? Ja. Hallo? Haben Sie da gerade vorhin irgendwo einen Vierer-Golf gesehen, der da irgendwie reingefahren ist in schwarz? Tatsächlich gerade nicht, ich habe gerade Robelose gekauft. Oh, okay, alles klar. Jawohl, danke. Ich habe noch kein Glück gehabt. Danke, Fritz, Sam. Alles klar, danke, ciao. Tschö. Hätte er sein können, vielleicht hätte er was gesehen. Hätte er sein können, dann hätten wir den mitgenommen. 185 sind er gefahren nach der Kontrolle. Ah, das wäre schön gewesen, den noch mitzubekommen. Über 3000 Dollar plus. Bagella, so eine Spende für den Server, also im Forum HDL. Du hast gerade im Forum gespendet. Da schaue ich aber nach, was Bagella gespendet hat. Das müssen wir jetzt live begutachten. Lincoln 65 mit dem 1086. Alter, Forum ist full. Mit dem Kennzeichen M13004. Also für diesen Monat ist das Forum full. Warte, das schaue ich jetzt einfach mal an hier. Wer hat mir donated? Unterstützer? Alter, Bagella, 150 Euro. Bagella, 15 Euro vor, vor 8 Minuten. Da geht mal kurz raus, anstatt dass es uns viel macht. Ehrenhaft, Bagella, vielen Dank. Da ist schon mal was bezahlt hier. Vielen Dank, dieser Monat wird ziemlich teuer. Vielen herzlichen Reiz da. Der Ehren, Bagella. Leute, lasst alle mal nie herzlichen für Bagella da. 150 Euro im Forum gespendet. Fünf Server. Ehrenhaft. Warte mal bis zum Tunnel. Der Ehren, Bagella. Tyron, geht es dir wieder besser? Ja, viel besser, danke schön. Alles wieder fit im Schritt. Du bist auf ein bisschen Hüsten, aber sonst gibt es mal ein bisschen Schnupfen und ein bisschen komische Stimme, aber sonst. Ja, das ist gut, eine ist ein, äh, undercover Kollege. Maxi, Moin, Xion, du hast einen Designer für deine Eimel-Legizie, oder machst du selber? Die Eimel-Legenden sind selbst gemacht. Äh, die mache ich wirklich selber mit, äh, Primia. Im Sinne mal 4D. Das war auch schon länger her, dass sie mal, äh, gemacht haben. Boah, der geht mir... Warum musst du denn in der Mitte fahren? Was ist denn falsch mit den Leuten? Boah, regt mich das auf. Danke, Moin, 41286 mit einem blauen T-Glas, äh, Kennzeichen, Robert 214. Danke, Herr Uber. Reste away, äh, Tankstelle. Bitte, Herr Biss. Robert Kaiser, eine gute Besserung wünscht dir... Der ein Robert. Dankeschön, Robert. Der Robert Kaiser. Sag mal, Robert, bist du eigentlich wirklich Kaiser? Ist deine Familie die Kaiser-Familie, die Österreicher? Nee. Wir alle echten Kaiser. Huh. So. Aber, ey, Solardis, ey, vielen, vielen, vielen Damen hier auch nochmal mit, äh, den 107 Euro freuen. Da geht Liebe und Kuss raus. Auf jeden Fall an dich. Der allerechte Solardis. Mit den ehrenhaften Fees nämlich. Das ist immer so schön zu lesen. Dann muss ich nur noch die Steuer absetzen. Weil YouTube zieht sich ja auch, ähm... By the way, ich weiß jetzt endlich, wie viel Prozent sich YouTube zieht, seitdem die Thematik mit Twitch ist, dass er Twitch jetzt 50 Prozent ziehen möchte. Ich hoffe, er ging denn. Ja. Weiß ich jetzt endlich, was YouTube zieht. Ja, Frage, ähm, warst du vorhin beschäftigt? Oder hat sich die Kussierung noch ein Punkt geantwortet? Sie ziehen sich, äh, tatsächlich in Anführungsstrichen nur 30 Prozent. Ich hab gedacht, die ziehen sich 40. Aber YouTube zieht nur 30 Prozent ab. Also, nur Superchat. Das heißt, wenn ihr über Superchat donatet, 100 Euro, dann, äh, kommt bei mir 70 an. Also, sie ziehen sich nur ihre, äh, 30 Prozent. Also, 70, 30 ist das. Weil ich hab ne lange Zeit das gar nicht gewusst. Ich, wisse, mach einfach YouTube und, und ich achte da nicht so drauf. Wenn wir so viele YouTuber immer so drauf achten, wie viel krieg ich dabei raus und so. Da hab ich nie wirklich geguckt, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, seitdem das mit Twitch ist, dass die jetzt 50-50 machen und sich die ganzen Twitcher aufregen drüber, hab ich jetzt mal geguckt, was es bei YouTube ist. Also, das, was eigentlich die Twitch-Streamer haben derzeit, die, äh, in der Vertrag sind, haben ja auch 70-30 Verträge. Also, YouTube, äh, bleibt anscheinend bei 70-30, so wie es aussieht. Aber, ich wusste das halt auch ne lange Zeit nicht. Aber trotzdem, krass, wenn du jemand, also, ihr müsst euch vorstellen, ihr donatet einen, äh, streamer 100 Euro über Superchat, dann kriegt der streamer 70 davon und dann kommt dann nochmal die Steuer halt auch, noch mit drauf, ne. In dem Fall, äh, könnt ihr sicher die Hälfte nochmal dazu rechnen. Nicht ganz die Hälfte. Also, das, äh, Beste ist immer Tipi-Stream. Tipi ist immer die beste Möglichkeit. Äh, Tipi zieht so wenig Gebühren, das ist richtig ehrenhaft. Das ist eben diese, diese Link-Drohne, die es da gibt. Und, äh, Tipi-Stream, da hast du ein paar Cent, äh, Gebühr oder sowas. Den können wir kurz bauen hin. Da kommt halt das meiste an, muss man sagen. Aber ich finde es trotzdem okay von YouTube. Das ist 70,30, das ist eine Sache, das ist okay, wo ich sag, ja. Ups. Paypal. Ja, Paypal zieht halt auch Gebühren, aber es sind halt immer nur so ein paar Euro oder paar Cent, je nachdem wie groß der Betrag ist. Es ist halt, äh, irgendwo zieht sich da immer was ab, ist klar. Jeder möchte ja irgendwie, äh, für die Gebühr was bekommen. Also, die bekommen ja alle irgendwie was und, mein Gott. Also, ich muss sagen, Tipi-Stream, Paypal, das sind so Gebühren, die sind verkraftbar. Das ist nicht so krass wie bei YouTube oder jetzt bei Twitch, wo dann 30 oder 50% gezogen werden. Nee. Also, da ist das, äh, echt, äh, vertretbar. Da sagt man, okay, passt. Wie gesagt, ich finde es auch bei Superchat okay. Es, äh, YouTube muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und ich wusste zum Beispiel das gar nicht, aber wusstet ihr, Twitch macht Minus? Wusstet ihr das? Ich wusste ja ordentlich irgendwie. Dass Twitch Minus macht. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie von Amazon so eine Sache ist, um irgendwie Steuern zu sparen, weil man weiß ja nicht, wie es ist. Gibt ja teilweise so viele Steuer, also, äh, Steuerhinterziehungssachen. Also, jetzt möchte ich niemanden ankreiden, dass sie das machen oder so. Aber es gibt so Methoden, wo Firmen Minus machen mit Absicht, aber dann irgendwie das andere Unternehmen dann aber trotzdem noch Plus macht. Wisst ihr, dann ist das Unternehmen, das eine große Unternehmen macht Plus und das Subunternehmen macht aber Minus. Und so kann man irgendwie Steuern sparen, also, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so krass aus, aber da habe ich auch schon mal sowas gehört, dass sowas gibt. Weil ich, Alter, könnt ihr euch vorstellen, dass Twitch Minus macht? Also, wieso Twitch Minus machen? Ich kann es mir aber am besten Willen nicht vorstellen. Aber ich habe irgendwann erst mal gesagt, Twitch macht Minus. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, wie soll das funktionieren? Wie soll Twitch Minus machen? Aber sicher nicht wegen Prime. 100 Kronen ich wegen Prime, wenn ich sehe, die ganzen Transaktionen, die da sind. Aber ich weiß schon, was im Hintergrund abgeht. Ich weiß nicht, weil es gehört ja Amazon. Es gehört ja alles zu Amazon. 36 Kronen, Steve. Reinfeld, sauber. Der Stuhl war 100 Mal besser. Jetzt neues Meme jetzt. Stuhl ist besser, ja. Oh ne, jetzt ist wieder wer von der Gegenfahrbahn wieder schnell gefahren. Ey, das ist immer da, wo ich fahre, fährt. Keine Sau, ich könnte kotzen. So was, ich glaube, ich stelle mich hier irgendwo hin und blitz einfach. Ich glaube, das ist die Idee, dass ich hier Leute finde. Ich glaube, ich stelle mich oben hin. Ja, ich stelle mich oben an meinen Failed-Spots vom letzten Mal. 200 Kronen, 216, 222, 292. Der andere war Heck, ne? 282, 182, 252, 234. Der merkt nicht, dass ich hinterher bin. 236, vielleicht kriegen wir da nochmal die, äh, 234, 244. Ex-Ray-4 meldet Kocher in folgender Position. Bekannter Anzahl. 236, sag ich ihm einfach. Wechsel auf Off-Road und Respond. Front, away, 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 front, away. Ich kann nicht sagen. Willst du die Kate Hunter sagen? Ich schalte sie an. 236 war man, ne? King Ford, 186 mit dem Kennzeichen BMW, Leerzeichen M8C. Ich hab sie mit 141 vorhin mal gemessen. Pff, ich tut da, führerschein zogen. Äh, achso, Waffenschein, führerschein, sei schon. Führerschein, sperre sieben Tage. Sperre sieben Tage am 22.09. Welchen haben wir denn jetzt? Ne, schade. Oh, ich bin... ...geblitzt mit 400 nach Einsatz von North. Los, spinnt der? Guten Tag. Guten Tag. So, äh, sie waren ein bisschen schnell. Das kann sein. Haben sie gar nicht gemerkt, dass ich hinter ihnen gefahren bin die ganze Zeit? Ne, gar nicht, gar nicht. Seit Sandy bin ich hinter ihnen und messe sie. Ähm, 234 habe ich sie gemessen. Aber mal kurz noch über 240. Da kriegen wir einmal ein Ticket ausgestellt. Ex-Twinit, du wechsel von zwei. Sie haben auch noch, ähm, zweimal Blitzrechnung offen und einmal eine Rechnung in Höhe von 10.200 Dollar. Äh, die Person ist nicht im Start. Ja, da müssen sie mal gucken, wann die da ist. Deshalb ist es immer gut, wenn sie das direkt bezahlen, die Sachen. Na klar. Brauchst du noch einen Führerschein? Den krieg ich dann auch noch mal bitte, genau. Entschuldig. Wir dürfen. Linken vor der Tür und Linken vor der Tür. Wir haben alle Daten abgeschrieben mit dem Computer, das passt. Wir ticken sie wieder. Wir sind getroffen dabei. Dankeschön. Jawohl. Gut, dann bitte. Ich hab sie eben nicht gesehen. Ich hab zwar den schwarzen Lambo gesehen, aber nicht das Punkt, sondern der Auto. Ja. Ui. Der auch ziemlich schnell. Ja. Ich denke, ich fahre dir noch. Dann sind wir wieder Tänel. Schauen wir nochmal, wo der hin ist. Der war sehr schnell. Warte, ist er. KINGFOR 1086 mit dem Kennzeichen TONY. TONY MARONI. Angeweldet, versichert auf TONY MARONI. Am 30.07. war die letzte. Ja gut, er hat sich leider zu schulden lassen kommen. Ich hab jetzt auch keine Messung vorliegen. Ich werde einfach eine Verwarnung geben. Guten Tag. Einen schönen guten Abend. Ich kann mit dem Führerschein. Na klar. Bitte sehr. Dankeschön kriegen sie wieder. Ähm, gibt es einen Grund, warum sie da so schnell vorbeigefahren sind? Ähm, nö. Ich hab's normal über den Highway gefahren. Und so, ne? War schon etwas schnell, ne? Haben sie mich gelasert? Ne, hab ich nicht. Ich will nur eine Verwarnung geben. Dass sie nicht so schnell fahren. Weil, äh, sie sind auch sehr knapp bei mir vorbeigefahren. Und wir hatten dann eine Verkehrskontrolle. Und so wie sie gefahren sind, sah das nicht nach 130 aus. Ja gut, das hab ich von Weitem nicht gesehen. Ähm, Ende Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Also nächstes Mal einfach, wenn sie genau nicht zählen. Vielleicht nicht so knapp vorbeifahren. Weil, das war echt schon etwas knapp so. Mit der Geschwindigkeit. Jawohl. Ich schau noch bei Ihnen, ähm. War aber kurz ein, ein, ein Check. Können Sie mal kurz, äh, den Motor anmachen? Du kannst kurz was gucken. Das ist eine, vielleicht nicht da. Ich sehe, ich, um, Abholung vom Theta. Dann auch schon abholen, äh, das man machen kann. Rechen Theta. Dankeschön, können Sie wieder ausmachen. Das weiß ich nicht. Das ist das letzte Dispatch wieder. Vom Arme, ja. Haben Sie noch offene Rechnungen? Offene Rechnungen? Oh, das müsste ich mal gucken. Da haben Sie noch ein paar, offen, ne? Wer fährt? Äh, ich schau grad mal. Das wäre gut, wenn Sie die vielleicht begleichen könnten. Da sind sehr viele Blitze offen. Oh, äh, ja. Ja, einfach mal die. Äh, dann fährt ich durch. Fährt dann gleich an. Ten four. Machen wir noch mal. Die Beihilfe zur Flucht. Das müssen Sie mal gucken, dass die Person im Staat ist, ne? Die bekomm ich gerade nicht hin. Genau, richtig. Genau, ja. Gut, alles klar hat sich das für mich erledigt. Diesmal langsamer vorbeifahren, dann passt das. Machen wir so. Alles gut, danke. Schön ab. Du musst Sie weiterfahren. Ja, tschüssi. Jawohl, ciao. Klingt vor, dass die Dispatch beendet. Ja, ohne Messung wird es halt schwer, ne? Aber so wie der vorbeifahren ist, war das schon schnell. Schon schneller als erlaubt, das Ganze. Das ganze Grafel. Aber ey, der Spot war nicht schlecht, wo wir gerade waren. Also Spot dort hinten, da kriege ich immer die Leute. Immer in diesem selben Spot, da fahren sie immer schnell. Also nicht am Blitzer. Fangen wir nochmal hoch. Nico, Sven's Lamborghini, Junge, ich bin zu langsam. Der Wagen ist insgesamt halt echt nicht so schnell. Aber ist okay. Wir müssen auch nicht immer den schnellsten Wagen fahren. Am Ende des Tages kommt es auf Skill an. Dann muss ich immer das schnellste Ding fahren. Ist mir aufgefallen, vor allem, wisst ihr noch, wie wir den einen Mercedes gefahren sind? Der war zwar schnell, vom Handling her war richtig kacke. Und wir konnten trotzdem mit so einem Sportwagen mithalten. So einem Supersportler. Die Einheit, die jetzt im Ocean Fert den Täter abholen für Kington. Hört. Ja, bitte einmal das AMR fragen, woher dieser Täter kommt, aus welchem Einsatz der kommt. Und dann die Information bitte an Chief Wi-Fi hintergeben. Ja, stell vor. Hundertprozentig unser Fall gewesen. Wo der auf die Fresse gefallen ist. Wett ich, was mit euch. Noel, die 180. Dankeschön für 249. Äh, Handis. Meine erste Spende, kannst mich grüßen. Das war Handis. Na, Handis. Handis? 132, 1076, das ist Ocean. Nick, klick. Dankeschön für das Fit werden. Lena, unknown. Danke noch für 23990. Was ist das zu hoher Betrag? Dein nächsten Website steht noch 800.000 Abos in einem Million. Ja, muss mal geupdatet werden. Da muss ich mal drüber. Pizzabäcker, Tobi, I'm sorry. Ist schon lange her, dass ich mal geupdatet habe. Äh, das mache ich ja mit mir selber. That's the problem. That's the issue. So, Robert, Kaiser, nein, ist mein Deckname in meinem Server. Achso, okay, mein Deckname. Das war der zweite Jubiliertäter. Positiv. Okay. Ich habe die Tür auf dem Anni, Jubel, war das da Täter. G5, wir haben Funk. Welcher Einheit holt denn gerade diesen Täter ab? Aus den Motions? Haltet zu. Ja, seid ihr schon da? Gleich ein treffend. Ja, perfekt. Wenn ihr den eingeladen habt und die Personalien habt, dann bitte einmal bei mir anrufen. Okay. Mal voll machen, bitte. Ich sehe, dass mir gerade auffällt, auf anderen Servern kannst du gar kein richtiges Tankstellen mitten im RP nehmen, wenn du jemanden überfällst oder so, weil du nicht aussteigen musst. Wie auf Grand RP, da musst du ja im Auto sitzen bleiben, dass du tanken kannst. Tim bräuchte Abhüllung aus Ausfluss. Denken wir jetzt gerade erst auf. Ist ja voll doof, kannst du ja gar keine Rauten mitnehmen. Ich bin ja nicht abholen, ich bin ja dann her. Du bist sogar so erfallen, ne? Alles gut, wir sind ja schon da. Aber uns ist Tankstelle immer der Überfallort, wenn du mitgenommen wirst. 11, David, 10, 8, Mahlzeit. Tyron, geht es dir wieder besser? Ja, mir geht es besser, Dankeschön. Und der Stoneman, der hustende Hurdl. So. Wollen wir irgendwas nicht vorgesehen? Also klar, das ist Nico187, danke für 2 Euro, das hast du mir noch nicht vorgelesen. Und Nele28, erste Spende, kannst du bitte meinen Freund Pascal grüßen? Das hast du aber auch vorgelesen. Gut, dann habe ich ja alles durch, ne? Glaube ich, ja, ich habe alles durch, oder? Du hast es nicht vorgelesen. Ah, hier. Akasa, Freunde. Bist mein Lieblingstreamer, bist mein Vorbild. Dankeschön, freut mich. Das habe ich noch nicht vorgelesen gehabt. Und Adrian Colaric habe ich auch noch nicht vorgelesen. Ich liebe den Streams. Vielen Dank. Also manche Sachen gehen wir immer durch, ne? Wie durch. Ja, Chief Five mit einer Nachfrage im Funkkreis. Welcher Officer hat einen Täter, der vom Motorrad gefallen ist, ins Krankenhaus schicken lassen? Ähm, King Four. Ja, King Four, warum, äh, nach Dienstanweisung wurde der Täter unbewacht ins Krankenhaus geschickt worden, ist dann jemand mitgefahren. Wir haben ihm einen Täterstatus gegeben. Ja, genau. Und in der Dienstanweisung von PD und AMR steht, dass keine Täter unbewacht im Krankenhaus zu sein haben. Ich war jetzt in dem Fall, bin ich abgezogen, aber wir waren zu zweit und, äh, ich habe ihm nur die Täter, äh, Dings gegeben. Den Täterstatus. Ja, das verstanden richtig, aber sobald der Täter, also die Person einen Täterstatus hat, äh, wird sie in AMR als Täter geführt und muss überwacht werden, sozusagen. Ja, ich war, ich war bei der Abholung nicht mehr dabei. Ich war nur dabei, wo er, ähm, also ich habe ihm den Täterstatus gegeben und ich bin aber dann abgezogen und als er abgeholt wurde, war ich nicht mehr dabei. XF22 wieder von Gainz. Ja, ja, hab ich verstanden, super, dankeschön. Ich müsste jetzt schauen, äh, wer da dabei war, genau. Ja, super, danke, ich kümmere mich. Dankeschön. Ich war nicht dabei, ich habe ihn... Ich habe gedacht, er erklärt das, also ich habe, ich habe ihm nur einen Täterstatus gegeben, aber ich war ja nicht mehr da, äh, Dings, ich kann ja gar nicht, bin ja in der Highspeed drin. Seit wann haben wir das mit der Begleitung? Dienstanweisung. Da musst du den mit begleiten, ich dachte, wenn du einen Täterstatus hast, ist der... Oh, das ist wieder so kompliziert, ey. Wollen wir kurz gucken. XR3, zurück von Gainz. Aber es ist ja eigentlich nicht auf meiner Scheiße gewachsen, wenn ich da weggefahren bin und damit die dritte Zugendate bei der, äh, Einweisung. Ich war halt nicht mehr da, ich bin weitergefallen. Er meinte, er macht das schon. Hm. Haben wir die gar nicht hier drin? Nee, 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 nee. Ach, die haben das auf einer eigenen Seite irgendwo. Ach, scheiß drauf. Das ist ja wie diese eine Liste da von diesen Fahrzeugen, die man nicht fahren darf. Wisst ihr noch? Wo ich den, äh, Porsche gefahren bin, den 911er. Den darfst du nicht fahren. Mir scheißegal. Wir sind ja jetzt 100 gefahren, hinter mir, da wäre so schiss gerade. Wir sind ja auch schon 100 gefahren. XR22, 1050. Geht's dir wohl? Ja, mir geht's in Ordnung. Oh, 100. 196 von hinten? Da ist doch keiner entgegengekommen. Ist da wer entgegengekommen? Mit 196? Das ist der Sound, ob ich weggehe. Ach, laber jetzt nicht, du. Stoßstange abgefallen, perfekt. Der war mitten auf dem Heimann in der Stoßstange. Was ist denn da los? Ah ja, da fährt er, da fährt er, da fährt er. Da ist er. Das ist der, das ist der, der uns entgegengekommen ist, ne? 177, 180. Ich hab mich ein bisschen bedeckt hinten. 169, 180, ich hab ihn geblitzt gerade vorhin. Ich fahr gerade Richtung Palito hoch. Gut, da kommt hier wahrscheinlich gleich ne G Klasse mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Welche Fahrtrichtung? Ähm, Richtung, äh, Linken 6-Tourisierung Funk und Back to Red. 10-4. Jetzt Höhe Hühnerverarbeitung gleich Richtung Tankstelle. X-Ray-1 für King-10. Wird. Kurz Zeit für ein Telefongespräch. Äh, 10-4. Ich schicke dir meine Nummer als Dispatch. 5, äh, Adam-32. Linke 6-Tour-Informativ, äh, 3 Fahrzeuge von der Nationalbank. Vor der Tür, äh, parken die dann noch? Äh, parken dann glaube ich nur, ich fahr mal kurz vorbei. Kann bei euch mit dem Anmarktwagen vorbeifahren. Naja, checkt Pappen, wenn noch nicht was geht. X-Ray-13-Informativ, bei Sägewerk, eine Person am Jagen, daher Schüsse. 5, für Adam-32. Keine G-Klasse. Keine G-Klasse kommt mir entgegen, der muss auch von dir kommen. 5. 5. X-Ray-4, call P. 5 heißt, es kommt immer nur 5 an. Chief, 5. Der hört jetzt. Ends mit. Wir haben einen TTS, ich hab schon versucht, sie anzurufen, sie eben nicht auf. Ja, ich fahr im Telefonat, ich komm runter in die Zellen, ja? Noch, jetzt gerade am Ausschuss, haben wir jetzt einen TTS im Auto, ich dachte, ich soll ihn hören, sobald ich ihn hab. Ja, ne, alles gut. Also, ich komm dann gleich runter in die Zellen, da können wir nicht. Naja, der kommt da nicht. Ja, dann fahrt. King-4, gibt es irgendwie Updates zu der G-Klasse, die ist mir nicht entgegengekommen von Palito? Ähm, ja, die ist in Palito-Taxen gefahren. Der hat mich gerade im Gespräch verwickelt, deswegen, als konnte ich nicht Bescheid geben. Ich hab ne Idee, was ich mach. Hier ist Fluch hier drüben. Ich hab dir meine Nummer für Dispatch geschickt. Lass, wir blitzen hier rein. Wenn da, wer zu schnell fährt. Oh, ich hab das. Ich hab den Kurzcode P Die Uru ist mit den Kennzeichen Monster mit 3 Achso, blitzt er den, ok So krieg ich das hin, dass er hinten blitzt, ok Und da wer mit 130 schon fährt ist er durch, ne 100er Zone Oh, da kommt er 200 Das ist ne Führerschaftnahme 4186, Bender 635 für 635 Oder 10 120 Fahrgarten mit den Rope, geht die vorbei Lass uns mal kurz in der Tiefgarage mit den Rope Ja, tut wohl, können wir machen Das ist ne Führerschaftnahme Das ist ne Führerschaftnahme Igor Igor Kieschenko Telefonnummer, offene Bewährung 30 Minuten zur Höhe Perfekt, Waffenschein ausgestellt Waffenschein ausgestellt Waffenschein ausgestellt DMV Drive Weapon Passt Aber auch genau zu, er fährt mit Tempomat Hallo Sie wissen, dass ihr 200er Tempomat in ner 100er Zone nichts bringt Wenn sie durch den Tunnel fahren Da sind sie mit 200 geblitzt worden Im Tunnel Im Tunnel Im Tunnel X-ray 13 informativ Ein viel zu schnell orangener Nissan R35 Ja, ich rieb ab hier den Führerschein Ich weiß sie gerade ganz schlecht weil gerade mein Schumpel geht äh, sehr laut ist Ja, aber Parkplatz Können Sie mir bitte eingefallen und zeigen Sie mir erstmal Ihren Dienstpark Kann ich Ihnen gerne zeigen wenn Sie das wollen Also, ich hatte da schon mal schlechte Erfahrungen Er ist jetzt auf dem Parkplatz Reicht das? Ja 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 Jawohl Auf aktuellem äh Deinem Spielekopf hat mich aber sehr schnell überholt ich war mit 90 unterwegs Hm, wenn du keinem Erzeugnis ausfasst kann man nichts machen Ja, da eigentlich immer überholt und sicherlich weiter zu schnell fahren Ich stimme ich mal send die Ausfahrt Ich habe das Kennzeichen nicht geguckt ob der durch ist AMG Braun Blau Ja, ist zugelassen Was ist das der Führerschein? Äh, Sie wissen was mit dem Führerschein passiert wenn sie doppelt so schnell fahren ne? Äh, wie gesagt ich wusste nicht dass das eine 100er Zone ist tatsächlich Ja, bevor sie reinfahren steht Fett um drüber 100 und die 100er Zone wird dann hinten aufgehoben Also die wird dann Also die wird dann Ja, wie gesagt ich hatte das schön Ja Ja, alles gut wissen sie es jetzt Genau Hier insgesamt ist 200er Tempomat ähm Boah, für Lincoln 45 Sehr schlecht wenn sie das machen weil hier ist sowieso alles 130 maximal So Können sie mal aussteigen bitte Dann brauchen wir jetzt mal ähm Also sie können sich abholen lassen von Kollegen oder ein Taxi rufen Ja Würden sie dann einmal von der Tür wegtreten Ja Adam 32 King King 4 für Adam 32 Hier auf die Seite Machen wir hier drüben alles Sprecher mit Namen an Ja So Mal kurz gucken Äh, kann mich einer abholen? Sven Rumpe für Adam 35 Äh King 4 hört So Kurze Frage Was wird dem Täter vorgeworfen vorgeworfen, der gerade mit Schrope die ist bezüglich eines äh Vorfalls Ja, ja Ähm Überhöhte Geschwindigkeit äh Also eigentlich Führerscheinabnahme Entziehung einer Amtshandlung weil er zweimal geflüchtet ist und ja Frau, danke Moment, wieso bin... hä? Ich bin nicht geflüchtet Nicht sie, äh ging gerade um einen anderen Fall Ja, hatte ich gerade am... Ja, hatte ich gerade am... Ne, ne, ne Ehe Mal schauen, was waren das hier nochmal die neue Strafkatalog... Sache Da hab ich noch nie einen Führerscheinabnahmendings gehabt Aber er hat einen Führerscheinabnahmendings gehabt Aber er hat einen Führerscheinabnahmendings gehabt Bitte? Er ist jetzt gerade Palito losgefahren Richtung East Highway Einer Sache müssen sie mir verraten Was will ich denn verraten? Wie können sie... in den Tunnel reinblitzen? Wenn sie da so... Wissen Sie... Ich... Ich verstehe Sie gerade ganz schlecht Was sagen Sie? Wie können Sie in den Tunnel reinblitzen? Ich hab den... mit dem Heck Richtung Tunnel gestellt Man kann den, äh... Blitzer auch hinten einstellen Man kann vorne und hinten blitzen Und das Heck stand Richtung Tunnel Das heißt seitlich aus dem... aus dem Fenster hier Also hier Ja Wurde in den Tunnel reingeblitzt Auf der Seite So runter Und, äh... Da muss man auch ein bisschen Glück haben Dass man da auch blitzen kann Aber ich hab sie tatsächlich erwischt damit Es ist eben noch der Radarfall offen Habe ich? Ja 616 kurz Tentern Oh gut Jetzt nicht mehr Und ja aktuell steht noch ein Kopf hier So das einmal auch noch bezahlen 5000 5000 Das sind 5000 Dollar genau Ähm... Und dann haben wir hier noch die... Ja eigentlich wird hier alles abgenommen Auch der LKW Führerschein, ne? Äh... So ist man noch mal ausgefahren Aber wir müssen jetzt den kompletten Führerschein nachmachen, ne? Ich... Ich... Ich entziele einfach hier den, äh... Den Führerschein und die Verkehrsregeln müssen sie einmal neu machen Der LKW Führerschein und Motorrad Führerschein ist ebenfalls in dem Fall ungültig, weil sie die Verkehrsregeln nicht haben Sie müssen so gesehen, ähm... Verkehrsregeln neu machen und den Pkw-Schein Äh... Ist das wirklich alles noch mal für Adam 32? Ne, ne... Das Auto ist jetzt wirklich... Äh... Ich hab den gestern so gekauft Den haben sie so gekauft? Ja, dann kann ich gleich meinen Notizblock offen lassen, perfekt Ähm... Schauen wir gleich mal Wieso? Äh... Ja, Hupe, Hupe, Polizei Hupe ist illegal Muss, äh... Ausgebot werden Echt jetzt? Ja Ich steig schon mal an Oh... Ich fahr gleich zur Werkstatt, das hatte ich tatsächlich nicht mehr bestätigt Aber wir müssen die erste Führerschein stellen So, das sind 3.000 Dollar und abbauen müssen sie sie, ne? Ja, mach ich Perfekt Schreibe ich Ihnen mal schon was auf, hier Ähm... Witzrechnung, haben sie noch 3 offen? Echt? Doch, so... Okay Ich glaub ich sollte 3.000, oh Gott So, einmal die Polizeigruppe und dann einmal einen Führerschein kriege ich mal von Ihnen noch Damit ich sehen kann, ob sie überhaupt fahren dürfen Sie hat einen, aber sie sollten sie nicht fahren lassen Ähm... Ja, pass auf, äh... Das ist gut gesagt Dann bitte noch ganz kurz dann bei mir bleiben Ich checke, ob du schnell den Führerschein atmet Dankeschön, spiele ich wieder bei Ihnen Bitte, am besten ins Auto einsteigen oder hier rechts rüber an die Planke, dass nichts passiert Ich stelle mich hier ganz am Rand Jawohl Ähm... Haben Sie den Abschlepper gerufen für Ihr Auto? Achso, ne Nicht, bitte einmal rufen Dann macht das mal nur 10-1 King 4 für Adam 32 King 4 hört Führerscheinabnahme, ja, nein Äh... bezüglich den Motorradfahrer Genau Äh... positiv, ja, abnehmen Ähm... wurde auch mit erhöhter Geschwindigkeit doppelt geblitzt Also, doppelte Geschwindigkeit Luftentziehung an der Amtshandlung, richtig? Ja, positiv Ja, positiv X-Way 16 wieder back 10-8 So Sorry, Frau Gruß, heute wiederholt Bitte über die Geschwindigkeit geblitzt werden Das ist am 8.9. passiert, das passt Äh... die MV Drive hat sie alles Äh... das Kennzeichen Ich checke nur schnell das Kennzeichen, ob sie kriegen den Führerschein wieder Äh... danke So, ich noch schnell das Kennzeichen abgucken Du dürftest, äh... Motorrad oder Bus fahren, du solltest gar nichts fahren Ja Das sagt die, die sich auf geraden Strecken überschlägen Ähm... ich mach noch schnell ihren Eintrag fertig Und dann können sie gleich los Ja, klar Herr Office So... Eintrag fertig machen Ich bin die ganze Zeit hier angerufen So... Uber... 2, 1, 4 war das, ne? 2, 1... 1, 2, 4... Ach, ne... Uber... 2, 1, 4... Mein Gott, Alter Das war Igor Genau, der war das Der Igor Igor... Igor... Kischenko heißt er, ne? Ja Da machen wir eine Anmerkung Führer... Führerschein... Mit... 200 in... 200 Kam einen... Geblitzt... Keine Sperre. King 4. Boah, ist ja mal eingetragen, darf er weiterfahren. Ja, dann macht ihr den mal den Dispatch und trotz noch einen Moment. Alles klar, bleiben sie noch so lange da, bis der Abschlepper da ist? Na ja... Ich weiß ja nicht, wie sie den bezahlen wollen. Es wird ja irgendwie bezahlt. Ich hab mit ihm ausgemacht, er bringt den zur Werkstatt und ich hol den da später. Okay, alles klar, dann machen wir das so. Nicht vergessen, Fahrzeug absperren, sie dürfen weiterfahren. Okay. Eine Frage noch. Können Sie uns Begleitschutz geben? Ich habe Angst, dass sie sich auf gerader Strecke überschlägen. Kann ich leider nicht. Weißt du was? Ich lass dich einfach hier stehen und fahr ohne. Sie kann gerne herkommen und den Führer schon abgeben, wenn sie das möchte, freiwillig. Bitte wahrscheinlich wieder viel diskutieren. Das möchtest ja nicht. Warum sollte ich meinen Führerschein abgeben? Warum? Ja, wenn er das schon so sagt, dann... Ich bin nochmal weg. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag mit, ne? King 4, Trinity 6 beendet. Okay, jetzt weiß ich warum. Guck mal, wie die fährt. Wollen wir mal mal gucken. Irgendwann hat mich doppelt und dreifach angerufen. Jetzt müssen wir mal da zurückgerufen, wer das war. Nee. Hallo? Ja, grüße. Bitte. Ja, Sie haben angerufen. Vorhin zweimal. Ich war gerade in einer Verkehrskontrolle. Ich konnte leider nicht abhören. Ja, tut mir leid. Ich bin derjenige, der wegen dem Täter gerade im Schrope beschäftigt ist. Und ich wollte halt nur fragen, weil sie sich im Funk nicht gemeldet haben. Nee, ich habe nur gerade sehr schwer den Funk verstanden, weil eben da gerade eine Führerscheinabnahme war. Hat sich das Problem erledigt oder gibt es noch was? Naja, es hat sich erledigt. Ich war mir noch nicht sicher, ob eben, wie gesagt, der Führer schon abgenommen werden soll. Aber das hat sich jetzt, haben sie gesagt, abgenommen. Okay, perfekt. Alles klar. Dankeschön und schön diesmal. Ebenfalls. So. Aber ey, dieser Spotteil ist echt hart fies, ne? Die 100er-Zone da hinten. Ey, die ist ja richtig geil. Das werde ich richtig abusen. Ich werde das richtig ausnutzen für meinen, für meinen Freitag. Freitag? Ich habe einen sehr tief fliegenden Privathelikopter jetzt genau über der Palito Tankstelle. Ist das der Typ Zwift mit so einer rot-grünen Lackierung? Negativ Zwift. Für mich ist der komplett schwarz. Pink Four Feather. Fliegt jetzt Richtung East Highway. Ich bin hier auf dem Berg. Nee, East Highway. Nein, das ist echt, wenn ich mir vorbeifliegen. Schauen wir das mal an. Aha, schön. Ja, der fliegt etwas tiefer. East Highway ist gerade drüber. Knapp drei, vier Metern über der Tankstelle hergeflogen. Haben wir näher Warn in der Luft? Aber es könnte mal eine starten. Wer will eine besetzen? Dann vor Linken, 36, 36. Mission Roam, naja, 1 zu besetzen. Oh, Danken, bitte. Dann noch eine dazu. Na, Tuning Freak, danke für 2 Euro. Sie will F. A, S, A, S, A für 2 Euro, 6 Cent. Ich bin auf dem Weg Mission Roam. Wie ist 2022? Ich habe den Nachrichten geschrieben auf Insta. Kannst du bitte mal schauen. Ich, äh, Insta-Postfach ist leider voll, Leute. Ich kann auf Insta nicht jedem antworten. Ich habe euch schon einmal gesagt, warum mein Insta-Postfach so voll ist. Weil es sehr lustige Menschen auf dieser Welt gibt, die dir jeden Tag schreiben, Tag 1 bis zu den die Antworten, Tag 2 bis zu den die Antworten. Wenn das 200, 300 Leute am Tag machen, ist das Postfach sowieso so voll mit Sachen, dass du nichts mehr sehen kannst. Plus dann die ganzen Reaktionen. Und wenn du eine Story postest, kriegst du immer eine Reaktion rein. Also keine richtigen Nachrichten, kriegst du einfach eine Reaktion. Und Instagram hat das Postfach nicht extra gemacht. Mal hier hunderter Radar. Nicht extra gemacht, dass man, ähm, diese, dieses, äh, Postfach vielleicht teilen könnte mit Story-Postfach und, äh, Privat-Pi-Pi-Privatnachrichten-Postfach gibt es leider nicht. Jetzt ist das Postfach so voll mit Sachen, die einfach, ja, keine richtige Nachricht beinhalten. Dass du halt niemals im Leben ne scheine Nachricht lesen kannst auf, auf Insta. Insta ist echt scheiße für sowas. Leider. Also wenn ihr erhofft, dass ich auf Insta mal zurückschreibe, es ist eher unwahrscheinlich leider. Es liegt aber leider an, an der Software von Instagram. Leider. War mal früher besser. War mal übersichtlicher. Fütterst du deine eine Million Fußraumspinne gut? Ja, immer. Immer doch. Die Fußraumspinne wird immer, äh, gut gefüttert. Chameleendolmer wieder, äh, alte Streams angeguckt, als du krank warst. Keiner will sie hier verarschen. Oh, das ist, das ist alt, ja. Keiner will sie hier verarschen. Ey, weil der Spot hier ist schon assi, ne? Weil hier hinten, äh, das ist ne 100er Zone. Wenn du da durchfetzt mit, ähm, ach, wisst ihr was, ich stell nur das Gerät neu ein. Wir müssen im Menü. 140 machen wir hier, 100, 120 stellen wir ein. Ja. Alter, wenn du hier durchfetzt mit, äh, mit 100, mit 130. Bist du schon 130 Kammer, bist du 30 Kammer drüber. Und du hier mit über 200 einfach durchrast, ist der Führerschein weg. Das ist echt ein fieser Spot. Den werde ich mir merken für die Zukunft. Ach, ist das schön hier Blitzen. Favorite Spot, um Führerscheinabnahmen zu machen. Und weißt du, weil hier vorne, so, Kontrollpunkt aufgehoben, 130. Hahaha. Aber ist das fies. Ich hab so richtig fieses Lachen bei der Sache. Es gibt ja noch so einen Spot da vorne am, äh, West Highway. Hier vorne, können wir den auch machen. Aber hier ist es viel lustiger, weil du fährst hier um die Kurve und siehst nicht, dass da ein Auto steht auf den ersten Blick. Wir blitzen hier raus, in die Richtung. Ach, Tim T, danke fürs Zitwerden, Tim, vielen Dank. Ich soll mich, äh, Fiedler grüßen, grüß mal dich, jawoll. Grüß geht raus. Handels, gute Besserung, war schön. Tyrant, auch danke für deine Doni. Robert Kaiser, den Namen habe ich, äh, dank dir, Ehre. Aha, 121, von wo? Linken 53 für Komischner. Ach, der macht ja auch noch die Gegenfahrbahn, scheiße. Ach, da mach ich aber wieder 130 oder 140 rein, oder sonst. Ach, egal. 18 David, Linken 36 und 7, zusammen R1, 108. Gestartet 21 auf 55. Front, weg. Ja, jetzt wird das, jetzt wird das mal mitgeblitzt hier. Warte, ich stelle nochmal um den, den Probel. Wir? Front, weg. Front, weg. Front, weg. Front, weg. Das ist grüß schon mal ein Anfall. Drück wieder 140. Passt schon. Drück auf 140, dass ich... Wie ist die Verkehrsenhaltung bei dem Herrn Wutsch aus? Stand by. Diskussionsfähig. Diskussionsfähig? Ich überleg jetzt, ich glaube ich hau mir ein bisschen, äh, Hustensaft rein. Ich hoffe, dass genau in dem Moment... Ah, da kommt wer! Clear. Closing. Front, weg. 167. Aber leider keine 200. Ging vor, 1086 mit dem Kennzeichen Worscht. Ich wollte mir gerade mal ein Ding machen. Party... Papera. Oh, ob der da drin sitzt. Guten Tag. Motor bitte ausstellen. Achso, Entschuldigung. Ich glaube, ihr der Führerschein. Ähm, ja. Das ist der Sound, der wir spenden jetzt. Sind sehr leise, flüstern sie im Auto. Oh, Kinken, keine Angaben. Entschuldigung. Ah. Entschuldigung. Ich habe nur zu ihm gesagt, er soll aussteigen sollen. Ja, ja. Alles gut, danke. So. Ich habe ihren Führerschein noch immer nicht bekommen. Oh, der wird, äh... Der Kollege wird, äh... Müsste mal öfters, äh, länger aussteigen. Entschuldigung. Hat doch ein bisschen gedauert. Äh, jetzt kann sie den Führerschein mal geben. Danke, jetzt habe ich ihn bekommen. Danke. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ihr Kollege kann wieder einsteigen. Danke. Kannst du wieder weinen. Ja. Basti. Ist wirklich der Basti. Basti-Paar. Hat viele offene Rechnungen. Am 29.08. Oh, nein. Bitte nicht wieder so jemand. Hat zwei Wochen Zeit, die zu begleichen. Ansonsten Verhandlungen, Sozialstunden. Das müsste jetzt eine Woche her sein. Natürlich ist das eine Woche her. Jetzt haben wir den siebten. Teil für komisch, ne? Also wenn er jetzt eine fette Rechnung hat, kann ich die wieder zusammenrechnen und dann wieder 5.000 Stimmen Rechnung geben. Gerne. Ausfriedensbruch. Einfach. Bis gleich. Ach, gar keinen Bock drauf, ey. Ähm, könnte der Fahrer mal bitte aufsteigen, dass wir, ähm, wegen der Strafe so draußen reden können. Danke. Bitte, mal rüber. Was ist denn das überhaupt für ein Lamborghini? Das ist ein Schaufahrzeug. Schaufahrzeug. Aber hat das eine Modellbezeichnung? Entschuldigung. Hat das eine Modellbezeichnung? Ich mach' schon wieder zurück. Äh, Aventador. Ja gut, den, den hab' ich auch. Den SVJR hab' ich. Ist ein normaler Aventador. Ne, normaler. Nicht. Hm. Ähm. So. Sie sind ein bisschen schnell gefahren. 100, äh, über 160, denn ist 100 im Tunnel. Ich muss, ehrlich gestehen, Position 1A. Mhm. Das hatte ich bisher noch nie. Sinds ja nicht der Erste, der hier rausgezogen wurde. Aber bei der Position, ich hab' da noch nie einen Polizisten gesehen. Ich muss bitte einmal bezahlen. Haben sie noch offene Rechnungen? Ähm. Ich bin dabei, sie abzubezahlen. Ja, wir haben da nämlich folgendes Problem gerade. Äh, sie hatten eine Woche lang Zeit, die abzubezahlen. Ja. Das... Ja. Richtig. Ich bin aber tatsächlich in Urlaub geflogen. Äh, das ist trotzdem problematisch. Das stimmt. Das heißt, sie können die Rechnung auch nicht bezahlen, wie ich ihn gerade ausgeschlagen habe. Achso. Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn sie dieses Thema begleichen können, das wäre mal super. Ja. War das die? Jawoll. Ich muss nochmal mit meinem Chief Rücksprache halten. Ähm, wie wir das jetzt am besten angehen. Können sie sich dabei, äh, sich hier hinsetzen am besten? Äh, ja. Kein Problem. Jawohl. Einfach hier hinsetzen. Da, wo ich gerade bestanden habe. Dann gleich das schon im Funk. Jo. Dann bleiben wir hier. Chief to your Chief. Achso, zwei Wochen Zeit zu begleichen. Ach, dann passt das doch. Nee, dann passt das. Ich dachte, eine Woche steht zwei Wochen. Okay, sie haben gerade Glück. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, sie haben, ich habe, ich habe falsch gelesen. Ich dachte, es ist eben eine Woche Zeit zu begleichen. Es sind zwei Wochen Zeit zu begleichen. Ähm, ausgestellt am 29. 29.08.2022. Ab dem Zeitpunkt hatten sie Zeit zwei Wochen, äh, die offenen Rechnungen zu begleichen. Danach bekommen sie, äh, Sozialstunden. Das heißt, sie haben noch Zeit. Ich habe das anscheinend falsch gelesen. Okay. Alles gut. Aber dann bitte, am besten, also wenn ich so ein Auto sehe, was sie da fahren, dann verkaufen sie doch den Schlitten und begleichen sie ihre Rechnung. Das ist nicht mein Auto. Achso. Gut, das wusste ich nicht. Schön wär's. Ja, gut. Das ist nicht ihr Auto? Nee. Warum bekomme ich dann auf, warum bekomme ich dann auf ihr Kennzeichen, ihr Namen zurück? Das ist mein Bruder, Basti Papera. Das läuft auf Paddy Papera. Ach, ich dachte, das ist derselbe Name. Warte mal, passt. Sie sind jetzt, sie sind jetzt Basti. Basti, genau. Genau. Genau, sie sind Basti. Und das Kennzeichen ist auf Party. Ui. Genau. Ich habe auch jetzt Basti gedacht, okay. Alles gut. Ja, dann krieg ich aber nochmal einen Führerschein von dem Kollegen. Dass ich das abgleichen kann, ob das wirklich... Ja. Ja, hier ist. Einmal frei, freilich. Ist einer von euch an der Kamer unterwegs. Positiv. Klingt der Digga dann komisch noch zu. Alles klar hat sich das. Kriegen sie wieder einen Führerschein. Dankeschön. Ja, ich dachte nämlich, das ist jetzt diese Person auf den ersten Blick. Das habe ich gar nicht verstanden, dass sie gleich heißt. Ja, das ist in der Undercover King. Bei uns ist immer grittig. Okay. Ja gut, dann hat sich das. Jawohl. Dann muss ich hier schon weiterfahrt. Dankeschön. Danke und im Sohn. Ruhigen geht's. Tschüss. King10 fährt gerade überall mit Drogendeal vorbei. Ich fahre aber weiter an den Markt. Das war. Gar nicht mehr, Alter. Ich habe nichts mehr gerafft jetzt. Ja, unten in der Stadt, oder? Es ist der siebte zehnte. Ich habe ihm gesagt, wann das ausgestellt wurde. Schau mal. Ich weiß, dass der siebte zehnte ist. Es steht hier nur, dass der... Oh mein Gott. Der neunundzwang. Ach du Scheiße. Ich bin so ein Losti. Wobei das wäre jetzt Meta, wenn ich das jetzt mit ins... Ich lasse weiterfahren. Ich lasse... Ich bin ein Losti, Alter. Ich habe gedacht, der neunte steht drin. Es steht ja der achte drin. Und wir haben ja schon den zehnten. Der hat über einen Monat die Scheiße nicht beglichen. Wie lost kann ich sein? Aber ich kann ihn jetzt auch nicht anhalten, das wäre das Meta gewesen. Der hat jetzt einfach nur Glück gehabt, dass ich wieder so lost war. Und gedacht habe, wir haben den neunten. Wir haben ja schon den zehnten, Alter. Der ist... Ja, seit sechs Wochen ist der drüber. Ich kündige. Ich kündige einfach. Ach du Scheiße. Aber ich kann ihn jetzt gar nicht anhalten. Das wäre doch jetzt Meta, wenn ich ihn jetzt anhalten würde. Weil die Info habe ich durch euch jetzt. Kann ich nicht. Das werde ich jetzt sicher nicht machen. Aber ey, es ist... Es ist wieder der Punkt... Es ist der Punkt wieder erreicht. Wo ich mir denke, wie dumm kann man sein mit dem Datum. Ich habe gedacht, wir haben den neunten. Ja, wir müssen den zehnten natürlich. Aber ey, was soll ich denn machen? Ich war den ganzen neunten, weil ich krank. Natürlich merke ich das. Weil ich das nicht. Ich bin... Ich hab den... Ich hab den Monat ja gar nicht richtig angefangen. Neunten krank geworden und den zehnten noch auskuriert. Ich bin ja durchkrank gewesen. Ich hab den... Ich hab eigentlich den Monat durchgepennt. So ne Scheiße. Schönen guten Abend. Ah, nee. Warte, Zoom. 8, 6. Nico Hunter. Weißt du, ein Dreck, Alter. Hätte ich den... Hätte ich doch nochmal geguckt aufs Datum. Hätte ich doch mal aufs scheiß Datum geguckt. Der Datumhund, Alter. Ich schwöre ist das. So, jetzt zieh ich mir aber hier nen Hustensaft rein. Jetzt reicht's mir. Wenn denn jetzt raste wieder mit 5.000 Karate durch, würde ich mir mein Hustensaft endlich mal herrichteinander stimmen. Koni ist zu viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es liegt am Hustensaft, ja. Es liegt am Hustensaft, ja. Es liegt am Hustensaft. Wir sind alle dafür, dass es am Hustensaft liegt. Ich weiß, wir haben ja noch nirgends wo Auffällig irgendwo gesehen. Also, ich zumindest das nicht. Ach, der hat grad so'n scheiß Lack, Alter. Der hat so'n scheiß Lack gehabt. Der hat so'n Lack gehabt, dass ich so'n Losti bin. Wie schaut's für'n Kollegen aus mit dem Fahrzeug, gibt's da? Coach vorher hab' ich keinen mehr gesehen. Gut, da kommt einer. 200. Zugarscheinabnahme. Die nächste. Oh, ey. Tief Air 1 hat Pflanzen. Es sind so um die 30 Stück. Wir haben auch drei Personen vor Ort mit dem U-Rost, mit dem blauen, sind aber nicht maskiert. Dann unbedingt Bodycammer von den Gesichtern. Mach. Mach. Mach schon. Hustensaft genommen und die nächste. Führerscheinabnahme ist da. Guck mal, mach schon mal wer da drinnen sitzt. Wenn der aggressiv ist. Ich hab grad gehört, wir denken gleich. Ich hab doch das gleiche nochmal gesagt wie du. Wenn dieser Typ aggressiv sein sollte, Mason Walker. Wenn der aggressiv ist, hole ich nen Backup. Und kooperativ ist. Wir schauen gleich mal. Ja. Offene Rechnungen. Waffenschein ausgestellt. Illegale Waffensitzentführung. Versuchter Mord. Entziehung in der Anzahlung. Es sieht anscheinend keine unkooperatives Verhalten am 21.02. Oh, super. Soll ich nen Backup? G5 informiert einmal im Funkkreis. Sobald heute Verkehrsanleitungen mit Kartellmitgliedern stattfinden, müssen Sie sich bitte immer eine zweite Einheit dazu. Oh, ich wüsste, ob das ein Kartellmitglied ist. Ich hab keine Ahnung. Guten Tag. Guten Tag. Hier mal bitte den Führerschein. Okay. Ich kann sie gerade nicht ziehen durchs Fenster. Wenn man die Scheibe unten rauskommt. 1 am Autohaus unten. So. Dankeschön. Haben Sie bekommen? Nein. Ah, dann hast du jemanden. Ist jetzt doch wer drin bei Ihnen? Ja, mein Kollege. Der müsste einmal wieder aufsteigen, jawohl. Dankeschön. Alles da, danke. Ach nee. Ach nee. Das ist nicht die Person, die ich gerade abgefragt habe. Äh. Clear. Closing. Meinbach. Ich hab Meinbach eingegeben. Ach so eine Scheiße, ey. Gehört dem ja auch nicht. Oder? Doch. Nee. Tobias Weber und der andere heißt Sergej Weber. Alter. Ich denk mir jetzt gerade. Das ist doch nicht der Typ. Meinbach. Okay. Sergej. Siminov. Nee. Der heißt ja auch nicht Weber. Alter. Was sag ich denn für eine Scheiße? Siminov. Das geh ich mal durch. Also irgendwas stimmt da nicht. Smirno. Sergej. Ich hab die Unterne die sich expandiert. Arbeitet beim FD. Bei Straftaten ist bitte. Äh. Nee. Das ist egal. Achso. Muss informieren. Offene Rechnung hat er. Ist das der Typ da drüben vielleicht? Kennzeichen. Tobias. Ich frag mal ob das der Herr. Der Herr Sergej ist. Hustensaft kickt schon. Entschuldigung. Ich suche einen Herrn Sergej. Sind Sie das? Ja. Krieg ich mal bitte von Ihnen Führerschein? Ja. Abzusichern dass das ihr Fahrzeug ist. Weil das ist auf sie zugelassen. Ja das ist dem Herr sein Fahrzeug. Wir sind Kollegen. Deswegen guck mal fahren. Ja ja. Ich muss das nur abchecken. Aber lass Pass kriegen sie wieder. Hätte ich davor noch sagen. Ähm. Könnte der Fahrer mal kurz aussteigen. Dass wir hier draußen bringen können. Die jetzt hier oben ist. Da ist ein Herr. Der hat geholzerte Fistola. Okay fair besser. Wir können ja mal schon was nachgucken. Ja. Dann von Linken train die 10 97. Tobias hinter die Plange. Ah ja. In die Plange. Kommt vielleicht wieder von Hürgens. Der hat dann Bretter vom Zeck. Oh ne. Nicht so wie letztens. Äh. Sie sind da Tobias Weber ne? Richtig. Genau der Fahrer sind. Ja. Ich bin auch vor Ort. Nein. Oh. Ich kann das nochmal für sie. Für sie abdünsten. Aber ich glaube das wurde einmal abgeändert. Im Strafkatalog. Hallo. Hallo. Ich. Das ist geeicht das Messgerät. Das ist exakt geeicht. Gibt es da eine Prüfung? Ja. 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 Also informativ. Die Personen sind gerade schon mit dem Officer am gewendeten. Das ist doppelte Geschwindigkeit. Haben wir ja. Das haben wir mal umgeändert. Davor war es anders. Ähm. Das war bei den 30 kmh drüber war das anders. Ne? Bei doppelter Geschwindigkeit. Wo ist denn das? Die Personen, die da oben an der Bergstütze waren, die waren entmaskiert und der Kollege spricht gerade schon mit denen Geschwindigkeit doppelt so schnell Zum Beispiel mit 130 Du musst doppelt so schnell sein Und wenn da steht Geschwindigkeitsübertretung doppelt so schnell heißt es, du musst doppelt so schnell sein und mit 100 kmh bist du doppelt so schnell von 100 Das ist doch die doppelte Geschwindigkeit Und das ist jetzt nur ein Messergebnis Das ist jetzt 261, das ist ein bisschen irritierend Aber das ist die Geschwindigkeitsübertretung ab 30 kmh zum Beispiel, das haben wir auch umgeschrieben Da stand Geschwindigkeitsübertretung stand hier nicht ab 30 kmh, da stand mit irgendwas stand da anders, dass man das nicht definieren konnte, aber doppelt so schnell ist einfach doppelt so schnell Da gibt es kein Wenn und Aber Also Strafkatalog steht doppelt so schnell Mit 100 kmh sind sie exakt doppelt so schnell Da ist kein Weg dran vorbei, dass das bezahlt werden muss Das sind 5000 Dollar und Führerscheinanzug Ja, alles easy Kommen sie mal her dann zu mir, dass wir das mal machen könnten Es gab mal das Problem mit dem mit den 30 kmh anscheinend, aber das wurde auch schon umgeschrieben Das war mal ein bisschen komisch Das war mal ein bisschen komisch Das war letztes Mal beim anderen Pediler, der hat gesagt Ja, nee, ich hab eine Einkammer so gesehen auch Nee, nee, es steht nämlich Es steht im Strafkatalog steht eine Zahl drin, zum Beispiel Ähm, ein Beispiel drin, was schlecht definiert ist Bei 130, ne 261 zum Beispiel Aber es steht im Strafkatalog Es ist doppelt so schnell Das heißt, wenn sie doppelt so schnell fahren von der Geschwindigkeit Dann, und wenn sie 100 drüber sind Dann sind sie doppelt so schnell Und das ist eindeutig So, ich entziehe ihnen den Verkehrsträger müssen sie neu machen Und den Pkw-Führerschein Ich werde ihnen keine Sperre ausstellen Aber eine Strafe Wir haben keine Dünme und nichts dabei Können wir jetzt Fahrzeuge suchen Die dann bitte einmal bezahlen Und, ähm Genau, Umzeihaltung haben sie nicht Fakt mal nach, ob ihr das Auto durchsuchen dürft Wenn sie nein sagen, dann Hat sich das auch erledigt Fahrzeug, kann ihr Kollege weiterfahren? Ja Dann müssen sie sich abschleppen Oder was? Nix für 22 nochmal mit der Frage Er hat ein Kollege Zeitpunkt am Ausstatt zu Also, der hat das ja seinen Gesamt Mh, alles klar, dann hat sich das Können wir auch gerne mal tauschen Mein Kollege hat eine Bob-der-Baumeister-Serie geguckt Er wird gerne mal den Lambo fahren Das ist ein schöner Lambo, muss man sagen Sie haben Bob-der-Baumeister geschaut Ja, das hat er geguckt Was hat das mit dem Lambo zu tun? Er möchte einmal mit ihm tauschen Dass sie eine Runde Bob-der-Baumeister gucken Und er fährt Ja, aber guck mal, du kannst doch nicht mehr fahren Du kannst ihn ja nicht mehr fahren Ja Das ist schlecht Dann gucke ich jetzt Bob-der-Baumeister Nö Doch Ich mach die Bade Gut, dann, äh Jetzt mal Fahrradtausch, ne? Willi, einen schönen Tag noch Jo Ebenso, lange, tschau Ja 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 X2610 informativ im Lamborghini sind 60 die Max Ja 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 und es sind auch 3 Personen hier oben, also mit der Auffassung von den Pflanzen her bis jetzt zu sehen, Jenny Butch, Henry Butch und Jeff Kempe ich fordere keine Person auf, ich bin nicht in 16 footpeat gegen den kommt man in die Richtung der fieseste Spot IoVest hier drin, ich schwöre, ich liebe es ich liebe diesen Spot, ich glaube der wird demnächst von sehr vielen Cops geschätzt ich mein 5000 Dollar ist viel Geld, ne? es ist ja viel Geld Feuerfighter, ja moin, grüß dich hast mich, ne den vermisst, der Feuerfighter tödlich, schön dass du dir bist ich dich schon erkläre, wofür du dann gefreut bist ähm, King 4, ich bin ähm, Palito Nähe ja, könnten sie das dann übernehmen, einmal dokumentieren und die Ermittlungsakte packen äh, ist das Offroad, ich bin leider als Highspeed ja, so positiv ist es leider Offroad ja, dann kenne ich das nicht die Einheiten vor Ort die Einheiten vor Ort bitte einmal kurz ein Foto machen, die die Ermittlungsakte packen wie sind die Personalien der Täter? ich muss jetzt das Leute, ich bin gleich wieder da ich muss ja ganz schnell, ähm, Toilette und ich muss ganz schnell das Ding hier auswaschen wenn jetzt hier irgendwer mit 50.000 Karate durchfährt dann ist das jetzt einfach so, okay? dann ist das jetzt hier einfach so wenn die Kollegen am Hauptplatz lassen sie sich von dem Herrn Stritzi da nicht vollquatschen äh äh noch fährt hier keiner durch ich, ähm, hab jetzt schon mein, äh, Dings ausgewaschen meinen Becher muss man ja immer auswaschen diese Lustensaftbecherchen den tue ich jetzt nur zurück dann gehe ich schon auf Toilette und ich hoffe, dass ich bis da uiuiuiuiui ja, ah hinterher, hinterher, hinterher hinterher, hinterher, hinterher hinterher, hinterher, 201 hinterher der Stuhl ist wieder da da ist er 201 ich hab'n geblitzt ah ah ist das ne Gutmachung Gott sei Dank war ich nicht auf Klo Gott sei Dank war ich nicht auf Toilette Gott sei Dank war ich nicht auf Toilette Ich hab'n so lange nicht auf Toilette scheiße warte, warte, warte Warte, warte wenn will er da wenn wir waren T6 äh ich glaub ich hol mal splash H6 so lange hat Fabi und lange hinten drin 10-4 ist oben noch ein Kollege, beziehungsweise noch Dieter? 11 David ist am Ohr, ist oben. Warte, wieviel ich jetzt an den Stuhl gescheitert hab! R1 Informativen, Dieter sind in der Ermittlungstaktor. GmbH. Jo, wir fangen dann an, die Pflanzen zu zerstören. X2-R22 ist 10-7. King-4, bräuchte mal bitte Unterstützung bei einem 10-86? 2 Fahrzeuge angehalten. Ich weiß nicht, ob das Kartell ist, ich hab keine Ahnung. Aber 2 Maybachs in Lackierungen derselben, da hol ich lieber Backup. Ich weiß nicht, das kann auch eine Gang oder so sein. Wenn die zu zweit anhalten und dann eine Führerschnappnahme entsteht, dann ist das ganz schön blöd. Aber Alter, dass ich mich jetzt auf die Schnelle da noch hingehockt hab, ne? Und jetzt noch schnell auf Toilette wollte. Ich wollte gerade auf Toilette gehen. Das ist das Handzeichen im BH, müssen wir mal gucken. Wer das ist? Dennis? Wenn das Kartell ist, ist das eh nicht schlecht, wenn wir Dings haben, weil ich hab... No plan... Ne, sieht nicht so aus. Wobei da haben wir einmal 20 Pflanzenanbau. Der andere Fahrer vorne weiß ich... Warte, ich muss jetzt nochmal auf die Dashcam gucken. Da hab ich das andere Kennzeichen ja auch drauf. Das schau ich mir schnell an. Genau, der ist hier mit 201 durchgemeldet, aber volle Kanne. Der andere... Zu wild Kennzeichen, das zweite. Das zweite ist das zu wild Kennzeichen, das gehen wir auch mal durch. Äh, zu wild? Und Samuel. Sie kommen zusammen, sind zwei Brüder. Der hat nichts. Hallo. Guten Tag. Ich hol mir den Führerschein. Natürlich. Bitte schön. Alles klar, danke. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Jawoll. Ja, der hier hat einfach angehalten. Äh, die gehören anscheinend zusammen. Ich glaub das sind Brüder oder so. Ja, die hat mich vorher schon, weil sie beim... beim Anleger, Bootseinleger ziemlich knapp vor mir über die Sperrlinie gefahren sind. Ah, okay. Auch zu schnell? Nee, aber ich hab sie halt angehalten und verwarnt. Ja, weil der hinten ist etwas sehr zu schnell gefahren im 100er. Okay, alles klar. Weil deshalb hab ich dich auch nochmal dazu gerufen. Ähm, ist ne Abnahme. Okay, alles klar. Aber ihr hier nicht? Nee, er hier nicht. Innen hab ich nicht geblitzt. Ich weiß nicht, wie schnell er war. Okay, dann kriegen sie ihren Führerschein. Klingt hin, kommt nochmal an die Nähe. Können Sie mal kurz aussteigen? Natürlich. So, bitte mal zum Straßenrand, so da was klären können. Und zwar, Ihnen wie folgt, Sie sind am... im Tunnel. Da ist eine 100er Zone. Ja. Da sind Sie 201 gefahren. Das heißt, Führerschein ist weg. In dem Fall, also die müssten Sie neu machen. Und das Fahrzeug müssten Sie abholen lassen oder abschleppen lassen. Okay. Und da kommt ein bisschen ne Strafe auf Sie zu. Informativ, ja. Ähm, ne Radarfall haben Sie auch noch offen. Achso. Moment. Die 5.000 Dollar müssten Sie auch mal bezahlen. Informativ, angeblich soll irgendwann am Hauptplatz eine Person bedroht werden. Äh, aussehend plus Standards ist nicht. Also Führerschein erhalte ich mir. Gerade noch negativ. Äh, Pkw ist zum Nachmachen, so auch zu den Verkehrsraum. Also die Theorieprüfung ist ein sauberer. Fahrzeug können Sie sich gerne selber entscheiden, ob Sie es abholen lassen möchten oder ob Sie den abschleppen lassen. Ja, ich denke... Das war ja klar, womit die Person bedroht wurde. Äh, Fahrzeug muss jetzt abgebracht werden. Angeblich laut einer Dame wurde eine Person entführt. Äh, die Person kann im Funk nicht sprechen, aber die Funk lassen sich drücken. Alles klar. Also bezahlt haben Sie das. Äh, haben Sie auch schon die unbezahlte Blitzrechnung bezahlt? Äh, die habe ich gerade bezahlt. Perfekt. So, ähm. Wie gesagt, am besten Abschlepper rufen, Fahrzeug stehen lassen. Und, äh, da können Sie auch beim Kollegen mitfahren. Also Sie können jetzt einen Abschlepper rufen, Sie müssen jetzt nicht da warten auf den, wenn Sie das mit dem ausmachen. Dann können Sie gleich gleich weiterfahren. Äh, und wann kann ich wieder zum Führerschein fahren? Ähm, dann können Sie direkt wieder nachmachen. Ich bin keine Sperre. Ah, ok. Ok, perfekt. Ich werde jetzt mal die beiden tragen. Das ist schöne Fahrzeuge. Können Sie mal County einhalten, die Fliegerbanken im County einmal abfahren? Alles klar. Ok, perfekt. Dann, schöne Weiterfahrt, ja? Ja, schön, links. Ja, schön, links. Ja, dankeschön. Ah, woher? Ah, woher? Na, ich muss mal in Ordnung zu stehen, dass ich kein Führerschein mehr habe. Ich rufe kurz den Mechaniker. Kannst du mich da mitnehmen? Ja, wir warten aber, oder? Das Mechaniker, das muss ich sagen. Wie wird? Sollen wir jetzt für die Gefangenentransporte noch die vorherigen Fahrzeuge nehmen? Markt. Oh. 42 informativ. Die entführte Person heißt Tim Schäfer. Info, danke. Info. Hat noch jemand Kontakt mit denjenigen, die im Funkkanal sind, wie der Entführte? No one. Hat jemand Kontakt mit der Person, die die Entführung gegeben hat, dass der Entführer den Funkknopf drücken kann? Perfekt. Äh, Kollege hat sich erledigt. Kannst du sagen, ob ich noch Kontakt mit der Person habe, die in dieser Stimme habe, ja? Vorher schon abgenommen. Der fährt jetzt bei seinem Bruder ist wahrscheinlich mit. Ja, positiv, ich stehe gerade mit den zweiten Personen auf den Hauptplatz. Alles klar, hier wohl. Danke fürs Anfahren. Herzlichen Glückwunsch. Gerne, ciao. Wir werden einen genauen 10-20 bitte. Okay. Fliegerbank, Pillbox Hill und West L.A. sauber. Den linken 14 möchte ich jemanden auf oder rein halten. Was ist da passiert? Faktisch, die Personen sind gerade irgendwie weggegangen, ich sehe es jetzt nicht mehr. Haben wir denn eine Beschreibung über das Fahrzeug? Faktisch. Winkel 68 mit Offroad Responding. Oh je, das ist gut passiert. Winkel 68, ähm... Clear. Auf die Fresse gefahren. Vorher, Nationalbank Clear. Informativ, die Personen, die einen Dispestrui haben, haben sich ganz vom Hauptplatz entfernt. Sichtkontakt ist ebenfalls negativ und ich habe keinen Angusen. Dann ruft er noch mal an. Geiselnahme gerade gewesen, anscheinend. Wurde mir nicht genommen. Ich frage mich gerade, was da passiert ist da hinten. Tja, der Spot ist fies, ne? Der ist echt fies der Spot da hinten, dass wir da rein blitzen können in den Tunnel. Das ist echt geil fies. Genau sowas habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Damit kannst du ja richtig die Leute abnehmen. Und wir sorgen für Sicherheit, dass die Leute nicht immer mit dem 200er Tempomat durchrasen. Weil sie sich schon so sicher fühlen mit dem 200er Tempomaten. Und hier, wenn du hier mit 200 geblitzt wirst, war es das, ne? Ach, ist das schick und schön, ne? So, und jetzt gehe ich aber auf Toilette. Jetzt muss ich wirklich dringend so langsam. So jetzt Leute, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, dass jetzt keiner geblitzt wird. Weil sonst bin ich Endsmatt. Wobei ich schon jemanden bekomme, aber trotzdem. Ich bin gleich das, ich bin sehr gut. Einmal einfach so. Ich blöse. Ich bin ganz schön. Front, away. So cool. Okay, einer ist in der Front zu schnell gefahren, aber der ist dann hier nicht durch. Okay. Passt. Ne, war die Frontantenne. Das heißt, da vorne ist wer zu schnell gefahren und nicht hier. Dann ist es gut. Ich dachte schon, hier wäre wer da durchgefahren. Außer der Blitzer hinten hat nicht geblitzt. Das war natürlich doof. Aber der, na doch, der blitzt. Ein bisschen besser hinstellen. So, Elias Losberg. Sagen wir dann, wie sie es sind? Magna Lump. Im Schwabenland sagt man nicht Tschüssi. Sagt man Adele. Und das, obwohl Adele irgendwann mal Hello gesungen hat. Ich wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. Oh, schau. Ich habe die ganze Zeit. Wir sind in der Hände. 147. Das gibt nötig. Das ziehe ich nochmal. 147 gefahren? Soll ich den anhalten? Schon, ne? 30 kmh drüber. 30 kmh drüber. 147. ist ein bisschen kapfloser, ne? Ähm. Das ist ein Kopfloser, ne? Bist du deppertig gut erschrocken. Hey, Jojojo, schauen wir mal, ob das die Jojojo ist. Guten Tag. Servus. Ich habe wieder einen Führerschein. Natürlich. Giorgio, Adolo. Natürlich ist er 1,87 Meter. Ich glaube, das ist die höchste... Ne, die meisten Spieler haben das irgendwie, 187. So, Giorgio, schauen wir mal, das ist also wirklich eher... Giorgio, gucken wir mal. ... 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 Passt, dann fahre ich schon mal ins Mission Row. Easy. Bevor du rüberfährst, hallo? Könntest du noch ganz kurz warten, bis du den anderen mitnimmst ins Mission Row, weil ich habe keinen Platz in meinem Auto. Ja, klar kann ich auch. Ich habe nämlich leider nur zwei Sitzer und kann ihn nicht vorne mitnehmen. Ich dachte, ich soll ihn mitnehmen. Achso, ich weiß nicht, wer nimmt den mit von euch? Ich dachte eher, weil er ins Mission Row fährt. Den fahr ich, muss ihn ins Mission Row führen. Achso, dann macht euch das bitte aus, wer ihn mitnimmt. Ja, easy, easy. Perfekt. Ich nehme noch die Handschellen-Schlüssel ab, die drei Stück. So, Glock 17, jetzt Glock 18. So, Taser. Also, an ihm habe ich jetzt eine doppelläufige Schrotflinte, eine Glock 18 und eine AK-47 im Kopfraum gefunden. Hm. Ich will nicht verbessern. Ich will nicht verbessern. Im Prinzip ist der Schläger. 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 Passt, sonst passt das. Gut. Würden sie mitnehmen. Okay. Sim-Card habe ich aber noch nicht rausgenommen, müssten sie ja noch machen. Alles klar. Okay man. Und die rechte, glaube ich, gar nicht vorgelesen. Könnte eine oder zwei einheitlich zu mir zur Unterstützung kommen bei den Pflanzen? Ja, der linken Felsen respawnert. Dann hier auch mit. Ähm, AK-47. Glock 18. Doppelläufige Schrotflinte. Mit dem Herrn vorgelegt. Gut. Fahrzeug müssen wir abschleppen lassen hier ebenfalls. Hol ich den Abschlepper. Boah, scheiße. LPD. Zwei Fahrzeuge müssen zum... Was? Boah, bin ich froh, dass wir die noch bekommen haben heute. Bin ich froh. Aber die hätten mir auch gar nicht sagen können, was jetzt der Sinn dahinter war, dass die mir einen Ausweis gezeigt hat. Also... Ich dachte, das wäre so lost gewesen. Ja, kann man mit dem Fahrzeug. Ich bin mit dem Motorrad da. Auf jeden Fall. Und die sagten mir einfach, nee, er hat einen Grund gehabt. Also ich denke mir so, welcher Grund? Ja, für den gibt es eigentlich gar nicht. In der Zwischen ist übrigens auch... Hier ist dann selber eingefallen. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund. Das ist ja nicht lost. Kann eh vielleicht gut sein, dass die Kollegen schon die Täter gefragt haben. Hallo. Konrad von der Mechanikern hier. Wie kann man Ihnen helfen? Ja, hallo LPD hier. Hier gab es gerade eine Verfolgung. Und da stehen jetzt zwei Fahrzeuge, die zum Abschlepper gebracht werden müssen. Ist ein relativ einfacher Auftrag. Die stehen direkt hinter dem WeJob. Sind zwei Autos. Kann man direkt zum Abschlepper bringen. Oh, okay. Wie groß sind die ungefähr? Bitte? Wie groß die Fahrzeuge ungefähr sind? Ähm. Beim einen Fahrzeug handelt es sich um ein Ferrari Coupé. Das andere ist eine Audi Limousine. Okay. Werde ich anfahren. Alles klar. Danke. Wiederhören. Klingt vorfällig. Tschüss. Ja, dann fängt er zu mit einer Frage. Die Maybachs, die zu schnell fahren, sollen wir die trotzdem anhalten oder ignorieren? Anhalten. Ja, dann bräuchte ich aber Backup, weil das sind bestimmt 6-7 Stück. Okay. Die sind Richtung Myropark am PD vorbei. Dann halt, zieh dich an. Sind das die Goldenen? Positiv. Ja, einfach fahren lassen. Teil vor. King 4 für Link Street. King 4 hört. Äh, die Frau Tuaka, äh, kommt hier an Verbrecher Flüchtenden? Positiv, sie ist umgestiegen. Äh, ja, die ist, die ist zweimal umgestiegen. Positiv. Das ist abgeschleppt. So. Abgesperrt, die Fahrzeuge, dass die nicht geklaut werden. Oh, ich muss ja meinen, äh, ich hab ja meinen Werkzeug-Casten tatsächlich. Dann kann ich die Windscheibe wieder schick machen. Machen wir das gleich mal. Dann wird die wieder schick gemacht? Ja! Mach mal die erst mal schick. So. Achso, der ist ja hinten drin, ne? Der Werkzeug-Casten. Ach, schick. Ich bin Waffenarsenal heute dabei. AK-47 ist da. Ich hoffe, das klappt, ne? Ähm, ziemlich sass, was der da macht, ohne Licht zu fahren. Sehr suspicious. Sass. Sehr sass. Haha. Also, die Wunderbande. Guck ich schon seit vier Jahren bis zur Liste. Dankeschön. An die, äh, eins, eins, die Wunderbande. Joker-Ghost und Eisenbahn-TV2 sind Wipp geworden. Danke dafür auch. Das Wippeln. Ich halte mal nur ohne Lichtwert. King 4, 1086 mit dem Kennzeichen ASV. Mark Koffermann. Angemeldet und versichert auf Mark Koffermann. Da hab ich grad schon aufgehalten. Ja, der fährt... Der fährt ohne Licht, deshalb. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, bitte mal Motor abschalten. Und... Ich hab's jetzt nur mal angehalten, weil sie ohne Licht fahren. Will ich? Das ist mir grad nicht aufgefallen. Ja, sie sind schon vorne am Parkhaus ohne Licht gefahren. Ich geb mal einen Führerschein, bitte. Okay, bekommen sie. Kleinen Moment. Ehm... 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 Außerhalb vom Fuß fliegen. Gut, dann fahren sie weiter. Na klar, machen wir. Sagen Sie, ich seh im Rückspiegel. Ist das dasselbe Modell? Äh, nicht ganz. Das ist ein normaler Aventador, da hinten steht. Sie haben ja ein SVJ oder wie das Ding heißt, oder? Äh... Es ist ein SV... Aventador SVJ. Ah, okay. Ja, ich hab einfach nur ein Aventador da hinten stehen. Standard Version. Gut. Schönen Tag noch, ne? Jetzt eine schöne Nacht. Alles klar. Ciao. Ebenso. Ciao, ciao. Will ich verarschen? Will der mich verarschen? Ich dachte grad, der verarscht mich. Ich dachte grad, der will mich verarschen, Bruder. Der fährt los. Hat wieder das Ding nicht an? Ging fort, hätte ich dieses Expanded. Ich dachte, der verarscht mich. Das Licht fährt nämlich nicht an, bis er jetzt da losgefahren ist. Ging fort. Ging fort. Würdest du jetzt mal zum Beispiel pro PD Center kommen? Ging fort. Schau mal mit... Oh! Der hat einfach beide aufgeladen. Der Ehrenbruder. Das ist ein riesig, richtig geiler Auftrag für den, Herr Bruder. Fahren wir doch mal hin. Ach, was ist denn jetzt los? Ich hoffe, ich werde nicht mitgenommen und... ...den Zellentrakt, ey. Jetzt hab ich richtig Bock drauf. Ich seh ja gleich angeschrien von jemandem. Guten Tag. Guten Tag. Äh, brauchen Sie wen oder kommt schon jemand? Äh, ja, ich wollte fragen, ob mir mal einen Waffenschein ausstellen könnte. Äh, muss ich vielleicht mal gucken. Bin gleich wieder bei Ihnen. Ähm, haben Sie ein Dispatch geschrieben? Nein, noch nicht. Wollte es gerade tun, weil ich dachte, hier ist keiner. Ähm, ich frags sonst mal unten. Bin dann gleich wieder da. Alles klar. Jawohl. Ähm, King Feuer, da steht jemand an der Rezeption beim PD. Da möchte jemand einen Waffenschein haben. Ich erinnere mich nicht, dass wir ausgerufen haben, dass wir welche austeilen. Ja, er meinte sonst, er möchte einen Dispatch sonst schreiben. Deshalb. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht ausgerufen zu haben, dass wir Waffenscheine heute ausstellen. Machen wir das nur per Ausrufung. Also, ich habe eigentlich immer ein lustiges Beispiel. Mhm. Ich wollte es selber gerade sagen. Wenn du einen Kiosk hast, der zu ist, gehst du dann zum Kiosk hin und rufst den Besitzer an und fragst, ob der für dich aufmacht, oder wartest du, bis der Kiosk aufmacht? Naja, wir sind ja kein Kiosk an sich. Wir sind ja 24-7 da. Wir haben eigentlich nie zu. Das ist das Problem. Ja, die Zulsteinstelle ist ja mehr oder weniger halt extra. Nee, aber haben wir irgendwo feste Zeiten, wann wir die ausstellen? Nee, gar nicht. Es werden Ausrufe dann gemacht. Ja, aber eben, der weiß das ja nicht, wann oder wie, wo, was läuft. Weil das ja einmal so, einmal so ist. Ja, ja, klar. Also, in der Theorie klappt das eigentlich immer, dass irgendjemand da ist, den Waffenschein ausstellen kann. Mhm. Also habe ich jetzt gefragt, ob er da ist, so an sich, weil der jetzt oben wartet und... Keine Ahnung. Achso. So, ich gerufen habe, du hast noch den Ausweis von dem Herrn, den bräuchte ich. Den Ausweis von dem Herrn? Achso. Ja, gut. Und 60 Mord. Eigentlich... Alles schön. Ja. Danke. Eigentlich habe ich ihn da wieder zurückgesteckt, anscheinend er nicht. Der meinte, dass du das schön hast. Ne, ich habe ihn aus seiner Hose rausgegangen und wieder reingesteckt an sich. Aber vielleicht ist er ihm runtergefallen oder ich weiß auch nicht. War mir so schlecht gelaunt. Kann schon mal passieren. Na gut, danke dir. Gut, bitte. Da fühlt er mich jetzt sehr gut. Perfekt. Nicht alle mit einmal. Muss ich. Nicht mal auf mich. Hier ist es mal so in die Hosentasche gucken. Da hast du seine Hosentasche rausgenommen. Ja, das muss ich so nicht sagen. Was ist das? Linken 68 für Linken 13. Linken 68 für Linken 13. Linken 68 für Linken 13. Hallo. Ich habe da unten geredet mit denen, die meinten, dass wir hier öfters Ausstimmen machen. Das heißt, da wird einmal angekündigt, wenn einer da ist, dass man einen holen kann. Und dann kann man den hier abholen. Eigentlich. Alles klar. Perfekt. Dankeschön. Dann wissen sie Bescheid. Perfekt. Tschüss. Ciao. Ich habe sie erstmal weggeschickt. Ich bin so nett. Ja, das Problem ist, einmal werden die ausgestellt, dann wieder nicht. Ey, das ist so ein Chaos manchmal. Wir sollten echt vielleicht mal fixe Sachen feststellen wie sowas. Da sagt er ja, wir sind ja kein Kiosk. Das sind wir auch nicht. Wir sind die Polizei. Wir sind 24-7 da. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Komm mit irgendein Dispatch. Komm ich lass den. Positiv. Er ist kurz vor. Oh, okay. Ich wollte ihn schon anhalten, ja. Wegen dem. Irgendein Bumsen. Da an dem. Hier. Das ist natürlich an der Säule da gestanden. Aber das Problem ist, die stand nicht mehr da. Das heißt, man sieht sie ja nicht. So ein Kack. Herr Kardos, Aloha. Gruß von der Ostsee. Dankeschön an die Ostsee wieder. Von Kardos. Für 5 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weiß nicht. 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 Joker Ghost. Das ist mal vorgelesen. Tobi mal vorgelesen. Ben's Mice mal gleich auch vorgelesen. Aus Mönchengladbach. Uiuiuiui. Fast nicht gesehen, Bruder. Äh, Lincoln Six. Ich würde so in 10 Minuten ungefähr mit einer R1 starten. Hat jemand Lust, was sich. Das war ja der Kollege. Der mir vorhin über das Auto drüber ist. der arme. Es tut mir so leid, aber ich konnte nichts dafür, wenn der über meinen Lambo drüber fährt. Mit vollem Karako. Oh, mein Husten. Du willst Husten? Saft bringt es. Ey, der bringt sich gerade gar nichts. Ganz in Zeit Husten. Das habe ich gesehen, ne? Den halten wir jetzt aber an dafür. Für Newton mitten auf der Autobahn. Ging fort in 86 mit dem Kennzeichen Lucifer. Henry Butch. Zulassen versichert. Henry Butch. Achtung, Kartell. Dann bitte einmal Backup. Ja, 10 vor links Richtung. Wie kommt? Doch, Kartell. War mir unsicher. Ah, Lucifer mit Z. Stehst du statt auswärts? Da kommt gerade so ein zweiter goldener Maybach dazu. Ah, der fährt jetzt wieder weg. Ah, ich bin gleich da. Linkenfeld für Informativ. Henry Butch hat keinen Führerschein. Ah, super. Dann bitte noch mehr Backup bringen. Lexi hat jetzt unter... Informativ sind da auch mehrere Personen im Fahrzeug. Dann bitte noch zwei Einheiten zu uns. Das wird so 14 mindestens. Textiert 1,5 Kilometer. Ah, ja, ja. Da müssen wir jetzt gucken. Er hat den Motor auch nicht aus. Das ist schlecht. Noch zwei Einheiten holen. Bevor wir da durchstarten. Also Führerschein fährt er ohne anscheinend. Der Herr Butch. Angehalten habe ich ihn eigentlich nur wegen einem übertreten. Ob es auch die andere Spur gefahren ist. Das kommt immer mehr. Über mehr kommen, mehr Kollegen. Das ist schon geil. Da sind so viele drinsitzen, müssen wir schon aufpassen. Mal aufsteigen, zu Beginn. Lexi 32, informativ. Es wurde ein Lexus vom Wilhelm durch der gestohlen. Farbe beige, Breitbau. Und hatte Tuning-Felgen drauf. Falls ihr den seht, anhalten bitte. Kannst du auch so ein Beaker getragen? Ja, ich checke das mal aus. Ich schaue mal. Hallo. Ähm, ich geh mal bitte in den Führerschein. Ja, dazu müssen wir unsere steigen. Ja, bitte. Dann stecken Sie mal aus als Fahrer. Dann kommen Sie bitte, äh, wird zu mir. Bitte schön. Alles klar, danke schön. Ähm, ist der Butcher da? Ja, der ist da. Ähm, ich muss nur bestätigen, dass das, äh, weil es sein Fahrzeug ist. Möchte ich nur mal von dem Herrn den Personalausweis oder Flüberschein. Reicht, reicht Ihnen das auch durchs Fenster oder sitzt er mich da hinten? Ja, kann auch gerne aussteigen. Ist nicht das Problem. Henry? Was denn? Ich habe mir gerade Schnürsenkel gebunden. Wolltest du raussteigen? Ja, ich bräuchte nur den, äh... Ah. Oh, das war jetzt nicht normal eigentlich. Was brauchen Sie? Ich schreibe mal bitte von Ihnen, äh, den Personalausweis bitte. Ja, klar. Ich tue mal so, dass er sich nicht gesehen ist. Das passiert manchmal. Alles klar, danke, dann hat sich das, ich bin sogar einsteigend. Genau. Ne, das, äh, ich darf, ich darf nicht fahren, deswegen fährt er. Ne, ne, das, ne, ne, das geht's auch grad gar nicht. Wir haben jetzt nur noch mal abgeklärt, ob das, pff, ihr Fahrzeug ist. Nicht, dass das eine Klausel oder sonst was. Ne, das ist meiner. Das ist meiner. Jawohl. Ihr fährt ihn halt bloß, weil ich, äh, darf er nicht bis Sonntag. Jawohl. Gut, dann können Sie wieder einsteigen. Ging nur darum, dass, äh, wie Sie ja vorhin die, ähm, Autobahn überfahren haben. Die, die wir in die Gegenfahrbahn sind und dann dort umgedreht haben mit auf der Autobahn. Ja, ging vorher, ich hoffe, du hast mitgehört. Ist nur meine persönliche Meinung, du bist ja die Zahnke. Ja, warte, dann, äh, wie viele Einheiten seid ihr dort? Warten Sie mal ganz kurz, um gerade was im Funk zu klären. Ja, warte, dann kommt noch ein paar, also, ich komme auch noch. Äh, 10-1, bitte. Informativ, ja, Botschaftgartenab B90 beim Aussteigen genannt, wir würden gleich einmal festnehmen, wegen legalem Waffenbesitz. Äh, gibst du mir T20, bitte. Bist raus. Äh, das Problem ist, ich, äh, ich bin mir sicher, dass das, äh, so eigentlich nicht passieren hätte sollen, aber... Ja, nichtsdestotrotz, äh, wenn er in die Hand immer einsteigen hat, dass er auch in die Hand, wenn er aussteigt, da hat er selber Schuld. Äh, hast auch recht, ja. So, ich ehrlich gesagt auch, ich steig auch mit Waffe in die Hand ein, um, wenn's auszusteigen. Das hat dann nichts zu tun, dass es halt versehen ist, ne, selber Schuld. Äh, wer soll das untersucht worden, wenn ihr... So, Entschuldigung. Äh, ich bräuchte mal von Ihnen, dann nochmal, äh, dann ein Autogramm bezüglich dem Problemchen auf der Autobahn. Das ist, glaub ich, noch ganz schön, ein Matizblock schreie ich da schnell auf. Und zwar, weil sie eben, äh, weil sie eben, äh, die Spur überfahren haben. Äh, bei uns ist alles okay. Okay, Lukas hat ne Spur überfahren auf der Autobahn, kriegt ein Knöllchen. Ähm, wo ist denn das hier? Sperrlinien überfahren? 8,7 Kilometer, ich bin grad fast mit 300 in LAFT reingefahren. Oh, fuck. Machen wir Sperrlinien überfahren. 1.000 Dollar sind das. Das wäre immer 1.000 Dollar zu bezahlen. Er ist nicht selber gefahren, äh, wurde gefahren. Wurde es verrehen oder was ist durchgefahren? Wow. Das wäre dann einmal wieder zum Zahlen. Äh, eh, mal eine Kickstarter 19. So, und dann einmal gut, äh, haben sie bezahlt, ne? Ja, hast bezahlt. So, mal ganz kurz gucken bei Ihnen wegen den mitzuhalten Rechnungen, da haben sie noch was offen. Sie haben, äh, 15.000 Dollar Notaufnahme, dreimal, kann sie das bezahlen? Ja, ähm, ja, kann ich bezahlen, äh, zwei sehe ich auch, eine zu bezahlen, weil bei den anderen, die wurde irgendwie doppelt abgebucht und das konnte ich irgendwie noch nicht klären, irgendwie. Dann müssen sie beim Start ein Ticket aufmachen. Ja, okay. Dann werden sie dann ein Problem haben, wenn es doppelt abgebucht wurde. Ja. Und dann hat sich das, wenn das hier drin steht, mal ein Problem, das sind dann dreimal offen Rechnungen. Ja, okay, mach ich dann. Ja, okay. Gut. Dann hat sich das Problem erst mal, ähm, erledigt. Okay. Jawohl. Äh, ich hab... Nächstes Mal halt nicht mitten auf der Autobahn umdrehen, sondern abfahren und dann die Auffahrt benutzen. Ja, okay, hab dich drauf vermissen. Jawohl. So. Ja. Ist ja jetzt fertig, oder? Genau. Das heißt, ich blöd dich einmal und dass du mit dem Gesicht gegen das Fahrzeug gehst. Zum Fahrzeug, ne? Ne, zu meinen. Genau. Ähm. Geh einfach gegen den Mustang zum Koffer. Genau. So, genau. Sind wir dann einmal achten und kalte Hände? Ich würde die einmal untersuchen. So, jetzt mal gucken, wo das dabei hat, ne? Ne. So, seine Rechte. Ich wollte erst mal weg gucken, weil sowas passiert mir auch öfters, wenn ich noch eine Waffe dabei habe. Aber eigentlich hat er recht. Eigentlich ist er selber schuld, wenn er mit P90 eingestiegen ist. Da hat der Cop nicht unrecht. Er ist selber schuld. Aber eigentlich, wenn du halt logisch denkst, RP-technisch, du würdest niemals mit Absicht mit einer P90 aussteigen. Aber weißt du, wenn du vergessen hast, dass du mit eingestiegen bist, bist du trotzdem selber schuld, ne? Der ist ja festgeleitet. Der ist ja festgeleitet. Der ist ja festgeleitet. Der ist ja der LK64-108. 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 Der ist ja der Anwalt sonstiges. Der BR-Anwalt. Der ist ja der Anwalt. Der kann sich über jemand um den letzten Distitch kümmern. Da braucht jemand Hilfe, wenn man überhaupt sagen. Der hat ein Festnahme. Ich nehme ja mal alle Schusswurfen abnehmen. Das F2-17, die P90, springende, sowas wie doppeläufige. Wollen Sie warten oder wollen Sie weiterfahren? Wenn ich weiterfahren darf? Sie werden free to go, Sie könnten weiterfahren. Dann alle verfügbaren Einheiten bitte zu meiner Position. Wird er zum Mission Road PD gebracht oder? Denk mal schon. Wird er Mission Road PD gebracht? Wird er mal wieder? Ich gehe auch schnell raus. Mein Kollege, nimm gute Mitte mit. Am besten fahren Sie rückwärts da raus und dann drehen Sie um oder weiß nicht wie Sie es machen am besten. Also am besten in die Richtung. Oder hier rechts vorfahren können Sie auch. Ja, genau. Ja, scheint es, als dürfte die Person jetzt auch wegfahren. Ich probiere jeden Fall Acht geben, weil der meinte, dass der hier äh... der Chesson braucht. Wird mal weggebracht. Ist ja doch nicht rum, steht hinten. Ja, ja. Was ist das für ein Auto? Jetzt erst. Der Hust ist halt echt brachial schlimm, ne. War grad weg, warum wird ja eine festgenommen, weil er eine Waffe ausgepackt hat. Eine P90. Illegale Waffe. Hast du direkt gesehen beim Aussteigen. Hab zuerst so getan, als hätte ich sie nicht gesehen. Nein. Selbst wenn ihr mit irgendjemandem ein Problem haben solltet. Ähm, heißt das noch lange nicht, dass... Ähm... Wollen wir nicht in PD quatschen, auf einen Kaffee dann? Auf... Kaffee... Hier im Halbe, dann stehen wir noch ewig. Dann können wir in PD, dann haben wir denke ich noch Zeit. Gut, fahrst du den hin? Zum, zum Beispiel in PD? Ja. Ja, klar mal. Illegaler Waffenbesitz, ne. Äh, P90. 1076, zum Beispiel in PD. Wenn ihr denkt, was das für ein Einsatz ausgelöst hat, nur weil er über eine Sperrlinie gefahren ist. Ich mach immer aktiv. Äh, Anhaltung Code 4, eine Festnahme. Das ist halt echt krass, was das ausgelöst ist. Äh, du musst nur über so eine Sperrlinie fahren und so einen Unfall und dann zack, bist du weg. Sehr schön. Na dann, bis wieder. Äh, Kollege für dich zur Info, wenn er was antreffen sollte, ich hab ne Bodycam. Er hat auch grad gesagt, dass wir ihm die Waffen zugesteckt haben. Äh... Ja, King 4, ebenfalls Bodycam, beim Aussteigen die P90 gesehen. Ich hab nur Suchbitter Bodycams, alles entspannt. 10-4. So. Der Fahrzeug ist auch. Äh, der ist in den Explorer, ähm, Schaffektor, der ist schon losgefahren. Äh, der, an den Explorer, äh, wo bist du? Hier ist die Steinway, Stadteinwärts. Ja, fahr mal ein bisschen langsamer, ich komm mal hinterher. Ich kann vor. 2-8-20, 7-5. Ah, ist das schönes Wetter hier. E-2-8-20. Exerce ist mit ner Frage, befindet sich grad eine Einheit beim Estimulabendid? Ist ja aber ganz viel auf dem Weg dahin. Ok, dann vorhinten, in der Einfahrt, liegt ein Duranco. Und der Abschlepper steht da, könnte da jemand aufwachen, würde. Damit der abschleuen kann. Ich könnte vielleicht noch eine Einheit mit dazukommen. Der Effekt, super. War da vorne, fährt nämlich ein goldener Maybach. Der goldene Maybach. War aus. Der goldene Maybach. Die Maybachs, die verkaufen sich wie warme Semmeln auf RLU. Das ist unglaublich. Alle fahren sie Maybach. Das 1er 7 hat damit angefangen. Die schwarzen Maybachs. Also wir waren die, die damit richtig weggefetzt sind. Das weiß ich noch. War extra keiner auf der Straße. Wir brauchen mal mehrere gepanzerte Fahrzeuge, muss ich ehrlich mal sagen. So ein SUV wäre geil, ein gepanzerter, ne? Kados, gute Bestimmung dir. Dankeschön, Kados. Mir ist Zimmer, man. Danke, dass Sie sich da haben. Zertifikat 56, danke für den Euro. Du machst einen Euro. Grüße aus Deutschland, wie geht's dir so? Ganz okay. Ich hoffe, dir auch. Zertifikat. Tobias Herrmann, danke für den Euro auch. Die Katze probiert gerade durch die Tür zu kommen. Hört ihr die? Hinten? Das Kartell war jetzt eigentlich nett. Ja, muss ich sagen, die waren sehr kooperativ heute. Das sehe ich gerne oder sowas. Aber es ist auch nur eine Kleinigkeit. Also was da jetzt war, das war eine Pipi-Fax. Hat sich jetzt schon eine Einheit und den Würschlag-Kommierer gekümmert? Würschlag-Aktion. Was? Lieg mir negativ. Dann mal bitte eine freie Steuerung. Ach, Würschlag-Aktion und was? Maybach-SUV wäre geil. Ui, das stimmt. Ja, Goldner Maybach fährt jetzt hinten lang. Ja, da geklaut ist mit ihm auf der. Ja, positiv. Check mal, bis jetzt hat das Tor hinten noch abgeschlossen ist. Linke 63, respawning Fahrzeug-Dippschall. Alle verfügbare Einheiten, einmal bitte zum Mission Row PD. Ja, Linke 63, respawning mit Row. Ah, dunkelroter U-Ross, Goldner Maybach und grüne G-Klasse umkreisen uns mit Row PD. War aber nach vorne. Aber wie gesagt, eine Einheit mal bitte zu dem Verunfallten. Setzen Sie das Verschieb. Der Person ist am... Failert dann fahr schnell zur Verunfallten-Person, wenn du da heiß wie bist. Geh schnell raus und dann fahr so. Die Person ist an ihrem Kofferraum. Womöglich steckt hier illegale Sachen weg. Alter. Was? Hä, was hat das denn gerade? Ich hab grad mein Auge gekratzt. Auf einmal geht hier alles in die Luft. Wo so keine Geist, oder? Auf einmal gehts. Auf einmal geht's. King 4 Mission RPDI getroffen. King 4 Mission RPDI getroffen. King 4 Mission RPDI getroffen. Einmal bitte Kennzeichenabfrage PAN und MEER. M-E-E-R. Die Katze tritt gerade richtig durch da draußen. Die Personen, die wollen wir überwarten. Dann bitte kurz erst zwei Kennzeichen überprüfen. PAN wäre das Erste. Daniel Korn ist ein Security Mitarbeiter. M-E-E-R. Fiona Griffin, keine Ahnung. Das ist die olivgrüne G-Klasse und der schwarze Autobus. Informativ für den Herrn Butsch. Den fahren wir nachher zu den Sozialstunden mit meinem Suburban. Ich check. Ich würde dann noch mit eskortieren. Vorne. Ich check mal ein bisschen Hauptplatz da. Ein bisschen Kreise. Ja genau. Also die anderen Einheiten können jetzt erstmal hier so ein bisschen umkreisen. Ich fahre aus dem PD bis hin. Katze bitte. Unglaublich. Linken 63 für 11, David. Ach weißt du was ich jetzt einfach die Katze rein. Ich habe keinen Bock mehr. Ja dann lasse ich die Katze halt aus dem Sack. Weil der geht mir auf den Sack. Mal gucken dann. Warte komm setz mal. Oh krass. Jetzt bist du ins Mikrofon. Und rein jammerst. Komm. Jammer. Hm? Jammer jetzt. Jetzt bist du. Jetzt bist du. Jetzt musst du jammern. Mal gucken mit dir. Ja. Kann rauskriegen. Ich würd den mal kommen. Linken 13, Kennedy 6, Postleit 2, 60, 17, Superintendent 6. Jetzt kann ich ihn benötigen, ob er nicht wollte, ist das schön. Jetzt muss ich die Tür wieder zumachen, warte, fasziniert. Was? Sie waren noch dabei. Jetzt will er wieder raus. das problem ist der klopft an der tür da mache ich auf dann geht er wieder der ist einfach nur darum zu nerven für sonst ist er nix da hat er kackt er die pool die budel voll fressen trinken scheißen das hat man hat sie trotzdem ich habe den lukascreen jetzt keine auskunft über den budge gegeben so richtig wie sieht es aus am mr rau wer noch gebraucht bleibt nur so ein bisschen umgebung ja der kollege ist gleich fertig mit der abarbeitung und dann fahren wir ihn einmal kurz noch zu den sozialstunden informativ der herr butsch kommt jetzt einmal runter zur tiefgarage in meinen zuburben und dann fahren wir einmal richtigen hauptplatz der budge ich warte oben an der ausfahrt was denn hier passiert hast du das handy und funkgerät von mann putsch dabei ja check habe ich dabei hat das kartell überschlagen oder ne warte gebe ich dir gleich unten in die tiefgarage war nicht schon polizei da oder so also das muss ich jetzt mal checken darfst du mal fahren war da schon in die tiefgarage ähm kolzen am eibach nee schaden versuch was wett fertig sind nicht raus oder hallo hat wieder gesagt äh ist da wer drin im auto nicht mehr die sind beide gerade mit dem anderen wagen weggefahren müssen die nicht eigentlich hier polizei rufen äh war gerade eben schon da der meinte es ist vielleicht soweit wie gesagt wir haben gesagt sie sind noch nicht soweit wir sind noch nicht soweit was haben sie gerade gesagt mit der polizei äh nee die meinte es ist soweit also ich darf umdrehen also okay alles gut ja ich habe natürlich geguckt was ist oder was da passiert ist also polizei war schon da das wusste ich nicht ich weiß nun nicht was hier passiert ist aber ach der wird zur dings gebracht ja gut ähm so eine strecke sich zu überschlagen kriegt eigentlich nur mal Ayus hin da könntest du sogar recht haben ja mach's jetzt hier vorne renn nicht so weit nach hinten das schafft nur mal Ayus und kreist den Hauptplatz ich check das mal ab was der macht den vorderlich 11 david back to nate servus also die frau von bulge war auch gerade eben da wollte jetzt wissen wo er ist und alles habe ich jetzt auch nicht gesagt jetzt kannst du ja sagen dass er am Hauptplatz ist ach der vor jo alles gut vier hier der vor gut dann fangen wir zurück auch noch gelb und wenn du deine katzen äh deine katze liebst lass sie nicht raus äh ja einmal für alle einheiten nochmal schreibendienst wieder aufnehmen danke für eure einsatz vorratschaft das ist auch der grund warum wir die nicht raus das problem ist wir haben eine katze die ist auf dem bauernhof aufgewachsen die kann auch nur draußen aufs klo gehen weil die sich das angewöhnt hat die wurde nie dazu erzogen dass sie drinnen geht das heißt wir haben eine katze die raus geht und draußen aufs klo geht und alles ähm und wir haben schinkt die reingelassen ja wir haben noch zwei andere katzen die sind aber nur drin die gehen nicht raus weil ich habe sehr schlechte erfahrungen gemacht und dann runter geht auch so was nein weil wir haben sehr schlechte erfahrungen gemacht dazu wie ich Katze rauslassen ähm wir haben ja eine katze gehabt die haben wir rausgelassen die ist nicht mehr wiedergekommen die ist ich glaube eineinhalb jahre alt geworden das ist eine sache die ist ganz schlimm weil du weißt nicht was mit der katze passiert ist das kann irgend so ein psychopath mitgenommen haben deshalb es stimmt schon wenn man eine katze wirklich lieb hat lasst sie nicht raus es ist ganz schlimm aussieht die katze ist damals schon rausgegangen und ihr könnt die nicht mehr zurück bringen weil wenn sie dann einsperrt ist der arm wird die eine katze die wir haben die müssen wir leider rauslassen und ich würde sie auch drin lassen aber es ist immer eine katze die sehr scheu ist das heißt sie gehen auch nicht mit fremden Leuten mit ähm wenn ich jetzt die anderen katzen rauslassen würde die gehen auf ich habe eine mietze die auf Menschen zu eigentlich sind ja Katzen sehr scheu und Kabi ist von den Mietzen wenn zum Beispiel bei uns haben wir mal so ein Installateur bei uns im Haus der ist verrückt geworden der wollte unbedingt zu dem Installateur der hat der hat zugeguckt was der macht hat ihn beschnuppert und alles also der ist richtig auf Menschen fixiert der checkt das auch nicht dass Menschen auch böse sein können natürlich wenn ich den rauslassen würde wenn ich den rauslassen würde ich glaube der würde irgendwo anders in der Familie finden wenn ich den irgendwie einpacken würde deshalb Katzen nicht mehr rauslassen ne ja wie gesagt Taddle der ist auf einmal verschwunden ich weiß halt bis heute nicht was mit ihm passiert ist unser Taddeus der ruf einmal weg sehr traurig eigentlich war meine erste Katze die ich jemals hatte bis heute bin ich da sehr traurig drüber er hat einen Chip und kann man orten ein Chip ist kein Ortungsgerät wir haben alle unsere Katzen chippen lassen auf Taddeus ein Chip ist kein Ortungsgerät was viele immer denken ein Chip ist nur dazu da wenn eine Katze aufgefunden wird zum Beispiel gefangen wird und dann wird sie zum Tier heim gebracht oder so dann können die den auslesen dem Chip und wissen wem die Katze gehört aber wenn du einen Chip hast nicht ein Ortungsgerät so ein GPS-Sender kannst du zwar kaufen für eine Katze das ist so ein Halsband und ein riesen großes Ding was die dann mit ihm tun muss und du musst dann immer aufladen aber man soll Katzen auch gar nicht Halsbänder umtun die können sich daran auch erhängen also es gibt auch schon Geschichten von Katzen die sich selber erhängt haben weil die halt ein Halsband hatten und dieser Schutzmechanismus nicht ausgelöst hat aber das ist ein Irreglaube dass man also das ist ein Irreglaube dass Chippen heißt dass die dann GPS oder so haben das ist kompletter Schwachsinn aber ja das Katze rauslassen ist halt echt nicht gut manche nehmen R-Tag ja aber wie gesagt das ist halt so ein Ding das musst du trotzdem irgendwie an die Katze ranbringen meistens dann halt mit so einem Halsband und ein Halsband sollst du eine Katze auch nicht umbinden vor allem wenn sie raus geht kann die sich schnell daran erhängen das ist eben auch blöd also es gibt eigentlich kein perfektes ich lasse die Katze raus das gibt es leider nicht vor allem wenn ich mal geguckt habe bei uns in der Gasse da wurde eine Katze überfahren und als ich das gesehen habe war ich echt fertig gefahren mit dem Leben das war echt nicht schön die wurde vor unserer Haustür einfach überfahren und wir sind dann drauf gekommen wir haben die Katze gehört und dann haben wir dann der Nachbarin gegeben die lag bei uns in der einen Fahrt tot das war nicht schön es sah gleich aus wie unser Tattel wir dachten nämlich zuerst dass das unsere Katze ist dass die zusammengefahren wurde und wir die jetzt erst gefunden haben oder so weil das war ziemlich knapp da dran an der Sache aber ähm war eine andere Katze und umso mehr habe ich mir gedacht ich will keine Katze hier mehr rauslassen weil die wurde einfach tot gefahren und wurde einfach liegen gelassen um 4 Uhr morgens oder so war das einfach mitten in der Gasse niedergefahren worden das Ding das ist so traurig ich verstehe ich verstehe auch Leute nicht die die Katze dann einfach liegen lassen ich habe die Katze nach Wochen gefunden tot am Randstreifen aber trotzdem besser man kann letzte Ära weisen ja das stimmt schon weißt du was das ich finde es so scheiße sich das anhört mir wäre das lieber gewesen dass ich weiß was mit meiner Katze passiert wäre als dass sie einfach verschwunden wäre mir wäre lieber gewesen ich hätte sie gefunden und hätte sie irgendwie begraben können oder oder einäschern können oder sowas und beim Taddle weiß ich halt bis heute nicht was passiert ist ob der eine neue Familie hat es kann ja zum Beispiel auch sein dass ihn irgendwer mitgenommen hat und er hat jetzt irgendwo eine neue Familie oder so man weiß es halt nicht also wenn er noch leben sollte dann hoffe ich dass er eine schöne Familie bekommen hat aber ich vermute mal nicht dass er eine Familie gefunden hat weil er war halt auch gechippt und sobald der Chip drüber läuft bei einem Tierarzt und irgendwann gehst du halt mit einer Katze zum Tierarzt außer du bist ein ich weiß nicht ein Volltrotten der das nicht macht und muss mit einer Katze zum Tierarzt gehen wichtig und richtig dann wird ja auch angezeigt dass der gesucht wird der Kater und dann werden wir ja angerufen also der ist ja immer noch registriert deshalb ich kann mir kaum vorstellen dass die Katze halt nur klebt weil sonst wäre da irgendwie mal ein Zeichen von gekommen oder so man weiß ja nicht aber vielleicht mal so in 5 Jahren auf einmal kriegst du einen Anruf und dann sagen sie ja wir haben hier eine Katze gefunden jemand hat sie mitgenommen und die ist jetzt irgendwo ich weiß nicht in Italien hat sie ja mitgenommen man weiß es ja nicht was die Leute machen immer schade sowas hat meine Katze aber ausgelassen bis alles gut liegt wahrscheinlich daran dass ich auf dem Land wohne ne hat nichts damit zu tun ich meine schon am Land hat sie es noch besser als in der Stadt aber es kann immer was passieren die kann halt immer angefahren werden oder irgendwo eingesperrt werden das ist ja auch so schlimm wenn ich so überleg ich stell dir so eine Katze aus als du sie mal einsperrst im Keller oder so kann ja mal passieren wenn die irgendwo rumstreunt jemand lässt die Tür offen oder so ein Garagentor offen lassen dann macht derjenige die Garage zufährt auf Urlaub und dann oh das offen oder so dann ähm dann ist die halt auch dort eingesperrt und verhungert dann da drin das sind auch so Horrorvorstellungen die ich jetzt einfach nicht mehr haben möchte die ich jetzt einfach nicht mehr haben möchte indem ich meine Katze raus lasse so ich habe auch nie gedacht dass bei den Katzen was passiert und eh bei den Katzen was raus lassen ich habe keine Frage Wenn dann vielleicht mal ein Katzengäge bauen wäre ganz gut. Da hat es die Katze gut. Ein Katzengäge. Jetzt überlege ich nämlich, ob ich mal ein Katzengäge für die Mützen bauen soll. Dass wir jetzt ein bisschen raus können. Jetzt sind es noch zwei Fahrzeuge hier. Wir gehen zwei Detailer. Das ist der blaue BMW hier. Und wie hat den BMW gemacht? Hat nichts gemacht. Ehrlich klingt vor, der blaue BMW hat langweilige Fahrzeuge. Der, wo er jetzt durchführt. Die Schrotflinte. Blauer BMW? Der ist ein weißer Rad vorbeigefahren. Nein, der ist jetzt gerade in die Gasse rein, bei dem Offroader. BMW fährt ins Parkhaus, will nicht anhalten. Er will ihn nicht anhalten. Ne, wollte nicht aussteigen. Ich habe ihn nicht drum gebeten. Ja, dann erstmal unten zubauen, dass er nicht mehr rauskommt. Die weißen BMW kommt zurück. Die weißen BMW kommt zurück. Die weißen BMW kommt zurück. Erstmal asozial den Weg blockieren. Erstmal asozial den Weg blockieren. Das ist so, dass er dann nicht im Kofferraum ist. Das ist ein Ab... Ja, weiß ich nicht. Was ist mit dem? So eine Art Rappe. Ihnen wurde die Waffe voll abgenommen. Also du hast ihn aber schon durchsucht, oder? Ja, habe ich. Kofferraum ebenfalls? Darf ich durch? Wir können auch den Kofferraum noch durchsuchen. Dann kannst du einfach in den Kofferraum gelegt haben. Und das ist so unkooperativ. Ja, durchsuche auch den Kofferraum. Ja, los, such den Kofferraum. Ja, ich bin im Kooperativ, weil ich euch gerade sowas von hasse. Warum, was ist denn passiert? Am besten legen sie auf die Sputflinte. Was ist denn passiert? So eine Rappe ist im Kofferraum. Ja, irgendein blöder Wichser hat es mal 120 Meter in mein Auto gelegt, während ich Nikrachin gemacht habe und mir was zugesteckt. Dafür habe ich dann erstmal gesessen und der ist wahrscheinlich entkommen. Wegen jemanden, der Inas reingelegt hat? Ja. Ja. Ich war halt in der Nähe von diesem Ölfeld, war ich da an der Küste, war ich in der Küche machen, Aussicht genießen mit meinem Opferdauto, Fahrt zurück. Ja, irgendwann wurde ich gesehen da mit einem Raptor. Auch das sieht ähnlich aus wie ihrer Seite. Habt ihr Kofferraum durchsucht? Ja, aussieht ein schönes Ding, was du nimmst. Das nächste Mal tun sie bitte die Waffe, wenn sie weg ist. Einfach in den Kofferraum rein. Jetzt nicht so klein, dass ich jetzt das Auto noch aufkaufen muss. Ja, dafür können wir nix. Ja. Einfach abspielen nix. X-ray 27 für 16, komm. Man kann dir auch das aufknappen. Der ist richtig mad. Der hat überhaupt keinen Bock auf seinem Leben. Ach komm. Ich bin noch am Kofferraum jetzt. Ich weiß ja nicht. Was willst du denn von mir? Was will der denn von mir? Will der sich noch mehr... Ach weißt du was. Ich lass sie einfach rum. Das ist ja unglaublich. Es gibt auch viele Katzenasser, weil sie Vögel lieben. Es gibt insgesamt sehr viele Psychopathen da draußen. Wir hatten mal so einen Katzenmörder. Der hat einfach, ähm, Katzen, ähm, komplett unnötigerweise, na gut, ist ein Katzenmörder ganz klar, hat der den den Bauch aufgeschnitten und so. Und hat die dann lebend zurückgelassen, dass die halt extra leiden. Also solche Leute gibt es. Und wenn ich weiß, dass es solche Leute da draußen gibt, dann umso weniger lasse ich meine Katze raus. Weil es gibt so viele verrückte Menschen da draußen. Ich meine, hab ich euch jedes Mal erzählt, dass hier die, ähm, die Schwester von Chandel ihre Katze, äh, höchstwahrscheinlich der Nachbar umgebracht hat. Weil die, äh, die, weil die Katze, weil das war eine ältere Katze, die hat halt in den Garten vom Nachbarn gekackt. Das hat den Typen so aufgeregt, dass er gesagt hat, äh, wenn die Katze auf sein Grundstück ist, dann bringt er sie um. Und was ist passiert, die Katze, äh, wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Laut, ähm, Arzt. Also wer kann es wohl gewesen sein? So auf die Art und Weise. Der hat die höchstwahrscheinlich zusammengeprügelt. Also es gibt so bescheuerte Menschen da draußen. Es ist unglaublich. Kannste nicht ausdenken, was es für Müll an Menschen da draußen gibt. Weil er eine Katze in den Garten geschissen hat. Es ist wirklich, also... Es ist halt die pure Wahrheit da draußen. Also ich kann es euch empfehlen, lasst die Katzen drin. Es ist wirklich schlimm. Ich hab, ich war auch immer der Ansicht, ich lass meine Katze da draußen, da hat sie es schön und so. Aber wenn ich, weil ich weiß, was da draußen für Leute rumlungern, das ist halt echt nicht schön. Und vor allem, ich hab schon eine Katze verloren da draußen. Ich weiß nicht, was mit der passiert ist. Das ist halt das Ding. Ich will jetzt hier keine Angst machen. Ihr sollt nur mal drüber nachdenken, ob es so gescheit ist, eine Katze draußen zu halten. Weil ich war, Leute, ich war nämlich immer derselben Ansicht, lass mal die Katzen draußen, als sie ein schönes Leben und so. Aber es ist, es ist halt, es ist halt trotzdem, du hast halt immer irgendwo dieses Gefühl, es kann was passieren, seitdem die eine Katze verschwunden ist. Und, ähm, es ist bei mir nochmal eine Katze fast verschwunden, weil ich die rausgelassen habe. Die zweite. Die ist aber Gott sei Dank wieder zurückgekommen. Nach, ähm, drei, vier Monaten ist sie wieder aufgetaucht. Ich hab gedacht, die war weg. Es war eine Zeit, wo es mir echt scheiße gegangen ist, wo ich gar nicht drüber geredet hab. Das hab ich euch auch nicht erzählt, was da passiert ist. Da hatte ich so ne Down-Phase, da ging's mir so beschissen, weil die Katze weg war. Die ist aber... ganz weit weg von hier, von mir. Woanders wieder aufgetaucht. Jemand hat, äh, sie gefunden, hat den Chip abgelesen. Die hat sich verlaufen. Die hat sich einfach verlaufen, die Katze. Hat nicht mehr einen gefunden. Und hätte diese Dame diese, diese Katze nicht gefunden, dann wäre die jetzt halt nicht mehr da bei mir. Also es ist, es ist echt schlimm, was alles passiert, ne. So, der wird mitgenommen. Also man muss echt aufpassen auf die Miezen. 222 kmh. Kennzeichen 1. Hat er sich nicht gesnackt, ne. Ging vor. 1086 mit dem Kennzeichen 1. Hat er sich nicht ernsthaft Kennzeichen 1 gegönnt. Aaron Taylor. Berufsstatus Mitarbeiter LAPD. Ah, wirklich jetzt. Hallo. Hallo. Ihr habt dich viel zu spät gesehen, Mann. Äh, 222 kmh. Mhm. 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 Komm, hau raussetzt das Fußgeld. Ja. Es steht ja LAPD Mitarbeiter. Ja. Mhm. Ich muss dir das trotzdem ausstellen. Ich weiß. Auch nicht schlecht. Wir kennen uns. Hast du nicht gesehen, dass ich da gefahren bin? Ja, wir kennen uns. Ist es nicht aufgefallen, dass ich da gefahren bin? Nein, es ist jetzt zu spät. Ich dachte, es wäre ein Kopflose Lambo oder sowas. Mhm. Ah, schön. Geschickes Time, siehe. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin auf ganz gechillt gefahren und auf einmal hinten 222. Ja. Und bitte alle bezahlen hat sich das. Ja. Selbstverständlich doch. Aber ich habe neuen Spot gefunden. Ich habe heute Rekord in Führerscheinabnahmen. Okay. Ich habe heute vier oder fünf Führerscheinabnahmen gehabt. Ähm. Weiß ruhig, stehe mit dem Auto. Wo? Du kennst da vorne diese Unterführung, diesen Tunnel, ne? Schon über dem Walmart, oder? Ja, was? Schon über dem Walmart, oder? Oder meinst du den... Ja, über Walmart, über Walmart. Wenn du vom Palito kommst, der Tunnel. Ja, ja. Da ist 100 drin, ne? Und ich stelle mich in diese 100er Zone rein. Und blitze in den Tunnel rein. Assi. Du Assi, du. Boah. Ich hatte heute schon vier, fünf Abnahmen. Uiuiui. Das ist ja... Ja, vor allem sehr viele fahren mit 200er Tempomat da drin. Ja, ja. Das ist sowieso ganz lustig, weil sie denken, ja, die können wir ja nichts mehr mit 200er Tempomat fahren. 130er und dann ist dann 100er, da ist der Führerschein weg. Ja. 100... 180 wäre noch okay. Ja, das wäre noch okay. Ja, das wäre noch okay. Aber heute ganz viele mit 200, 201 und so erwischt alles Führerscheinabnahmen. Ja, ja, ja. Ja. Ich bin natürlich erstaunt, dass so viele den Spot Sandy Schoss Abfahrt der Brücke nicht kennen. Ich habe da vorne 20 Leute geblitzt. Die Brücke. Kannte keiner. Sandy Abfahrt. Mhm. Auf der Brücke. Ich habe mich da in den... Ne, ne, schon unter der Brücke. Ich habe mich da mit dem Mustang in den Bus geschleppt. Ja. Boah, das hat keiner mehr. Keiner. Ah, okay. Krass. Ja gut, dann schöne Weiterfahrt, ne? Dankeschön. Wie so schnell. Ich versuch's. Ja. Schönen Dienst noch. Danke. Das ist ja einfach mal geblitzt. Hattet ihr mir einen Führerschein gegeben? Ich habe glaube ich auch vergessen, zurückzugeben, oder? Ach, geht schon passen. Hätte ich schon reingeschmissen haben, den Führerschein. Habe ich ihm in die... Habe ich ihn ins Fenster geschmissen? ja leute lasst die katzen es ist wirklich gut oder baut euren katzengehege es ist das problem ist halt wenn die katze draußen ist da könnt ihr eh nichts mehr machen das ist meistens ich und zu spät aber wenn ihr euch mal eine katze wohl meine empfehlung ist wenn ihr den platz habt im garten macht so ein gehege wo sie mit wo sie rausgehen kann und so eine so wie eine terrasse halt mit einem wie sagt man in der katzenklappe raus wo sie dann auch ein bisschen draußen chillen kann so nicht den ganzen nacht drin ist das ist so eine idee die ich jetzt hatte wo ich überlegt das zu machen ist viel zu weit weg steppe im komfort im vorfeld fahrzeug liebst ja dann jetzt zumindest aber es heißt nicht dass eure katze verschwindet zum beispiel meine eltern die haben einen charakter der überlebt alles das heißt ja nicht dass eure katze verschwindet oder so ich sag's euch empfehle es euch wenn eure katze lieb habt und keine angst haben wollt dann lasst sie drin meine eltern haben einen kater der hat alles überlebt in seinem leben der ist auf der ist gefühlt schlaf ist er mitten auf der straße was geschlafen als er noch in der stadt gewohnt hat er wohnt jetzt in der stadt der kater und müssen sich vorstellen dass die mietzen einfach immer nach hause gekommen ist und jetzt auch nach dem umzug ist die auch immer nach hause gekommen und die hat sich auch zum beispiel mal vergiftet durch eine maus hat wer ratten gift gelegt dann hat er maus gefressen mit ratten gift war kurz vorm sterben meine eltern haben ihn gefunden er hat das selbst das hat überlebt diese vergiftung dadurch das ratten gift und das ist so eine katze der überlebt euch alles der heißt ja nix ne hallo schokoriegel tschuldigung ja yes obala das fahrzeug hier wurde als gestohlen gemeldet der wollte uns anfahren und ist dann ausgestiegen wollte uns prügeln und dann musste man ja schließen oh also sie haben sich gewehrt schätze ich mal genau ja ok gut weil ich hab zum drittplatz gesendet eigentlich ich bin hier mit zehn kammer dann hab ich die wand geküsst weil es gar nicht so prima fährt ja und lag auf der leite und die feuerwehr und die mechaniker waren nicht mehr da ja so lange sie auf der seite liegen ist ja alles gut so lange sie nicht auf dem kopf liegen ist problematisch genau dann hat meine kuppel hier geholfen und hat mich ja kurz angestopst dass wir auf alle vier räder liegen und dann ist der durchgedreht der herr da ne schätze ich mal irgendwie genau ok verstehe ich gut alles klar hat sich das wunderbar tschuldigung jawohl hink vor fahrzeug diebstahl negativ hink vor fahrzeug diebstahl negativ keine gefahren rein und das ist schön aber ey das musst du aber auch mal schaffen dass die katze im grundstück bleibt ich würde das glaube ich nicht schaffen katzen sind ja sehr eigensinnig und wollen die wollen die welt erkunden und gehen auch ziemlich weit weg sogar die frage wird das pdf und der mechaniker noch abholen ich glaube nicht ehring 14 wurde über du musst halt schon Glück haben dass die katze drin bleibt noch dass sie ja nicht aus gehege raus ballert oh süß die geht den weg entlang und kommt wieder nach hause ist auch geil ja unsere katzen leider nicht wenn wir uns rauslassen die gehen ziemlich weit weg also indem ich weiß wo unsere eine katze gefunden wurde weil die dort sich halt verlaufen hat die hat sich echt weit verlaufen die ist über zigtausend straßen gefühlt gegangen und war halt echt eigentlich relativ weit weg so das ist schon krass wenn man sich drüber nachdenken dass manche katzen so machen wenn sie weg sind wir gehen schon weit mindestens dann wenn du die katze rufst und sie kommt nicht dann weißt du sie ist echt weit weg gerade weil wir haben ähm wie gesagt wir haben jetzt nur noch eine katze die raus darf die die raus kann weil sie halt drin nicht kacken gehen kann die geht nur draußen kannst du es auch nicht mehr beibringen da ist der zug schon abgefahren wenn du die rufst draußen die kommt direkt die mietzen die ist direkt da und wenn die einmal nicht kommt dann weiß ich dass sie weit weg sein muss weil du musst sie nur einmal rufen und sie ist vor der tür eigentlich ist halt auch geil wenn man solche katzen hat wenn man sie ruft und sie kommen direkt ich weiß direkt wenn das nicht stimmt ich weiß direkt wenn das nicht stimmt aber dann gelost ei für ein zini willi die wurst wie ich heiße eine katze rüber fragen darf ähm darwin, kabi und äh mara sie ist eigentlich bis wir nennen sie mal miss flusch also sie wir sagen zu nimara sie ist einfach miss flusch für uns unser flusch haben wir unseren darwin und halt den kabi kabi ist der jüngste und der der am blödersten von allen ist und jede katze ist unterschiedlich also ähm katzen sind nicht gleich jede katze hat den eigenen charakter also das kannst du es ist es sind komplett drei unterschiedliche äh denken für heute nochmal kurz unter frage hier hat jemand von euch vorhin niemanden aus dem hauptplatz ähm befleid von seinem fahrzeug crownvik nick äh wiesmann wenn du deine katze liebst das adresse zum beispiel vorgelesen ähm luis zimmermann dank von euromarktsrichter bin jetzt erst dabei auf einem guten stream dankeschön danke nochmal luis zimmermann äh kardus gute besserung dir vielen dank kardus so schon lesen dann wohl ja schon lustig wenn eine rupture ist mit der katze an der leine rausgehen das habe ich auch schon mal gemacht äh problem ist wenn du mit einer katze an der leine rausgehst äh möchte die immer mehr und mehr erkunden und dann tut sie dir irgendwie auch leid ne ähm ich habe das auch mal gemacht mit der mit der leine rausgehen habe ich probiert und äh und äh das problem ist die katze fängt dann an dauerhaft an der tür zu kratzen dass sie immer mehr raus möchte das ist dann eher so ne ich sag mal eher unschill für die katze wenn sie was möchte und sie kann selber nicht raus müsste man die leine nehmen und dann füllen sie die ganze zeit raus und du kannst halt nicht ich würde sagen unsere katze sind sehr chaotisch also die ähm wir haben auch so einen katzenhaushalt ist wie eine katzen wg die katzen verstehen sich untereinander an sich ähm aber sie sind keine best friends also sie können sich also manchmal streiten sie ganz selten mal dass sie dass der eine den anderen mal anknurrt da müssen sie schon einen schlechten tag haben aber sind zum beispiel so voll nicht diese kuschelkatzen dass sie sich ineinander kuscheln und sich gegenseitig abschlecken oder so überhaupt nicht jetzt sag ich auch immer jede katze ist so anders und du hast halt drei katzen und sie akzeptieren sich so aber sie sind jetzt keine best friends sie sind halt wie ähm man sagt eine wohngemeinschaft bei katzen ist halt toller es wird halt toleriert was liegt halt auch daran weil alle unterschiedlich alt sind wir haben die immer mit abstand geholt äh es sind alle vom alter her immer ich glaub zwei jahre abstand glaube ich alle jetzt kurz überlegen ja doch alle katzen sind glaub ich zwei oder ein jahr abstand das heißt die sind alle immer nach und nach gekommen ich glaub das ist auch der grund warum die sich nur so akzeptieren und nicht so wirklich lieb haben find ich immer so ein bisschen traurig wenn ich mir so andere katzen anschaue die sich so gegenseitig reinkuscheln und sich gegenseitig abschlecken und so überhaupt nicht die lieben da rum dafür sind sie halt sehr auf menschen fixiert das merkt man halt also die sind sehr auf uns fixiert und nicht so also man merkt auch die eine ey der wird so extrem wir haben einen kater der wird so extrem neidisch wenn sich eine andere katze zu uns legt das siehst du im gesicht also der kriegt so einen richtigen so einen richtig neidischen ausdruck er ist immer richtig angepisst wenn sich eine katze zu uns legt aber die sache die sind halt ist halt so das sind immer alle anders jede katze kannst du nicht vergleichen man denkt sich auch immer so Katze ist Katze aber so ist es nicht ja Max Richter danke für eine Rune ich glaube wir gehen jetzt bald mal Richtung 107 das ist schon wieder zu spät das ist schon wieder 5 Stunden Stream heute jetzt haben wir einen Katzentalk Stream draus gemacht oh wir sind kurz vor 6.000 Likes wir brauchen noch nicht mal mehr 50 Likes Leute hau mal drauf hier oh er liegt sogar neben mir hallo Spatzel du hast dich da hergelegt auf die Box oh süß äh der darf hier nicht stehen den will ich nochmal ankreiden zwei Autos falsch geparkt das werde ich nochmal mitnehmen die zwei falsch geparkten Fahrzeuge hallo servus da stehen zwei Fahrzeuge falsch geparkt vor der Tür äh ja ok dann parken wir um ja aber schau wir parken wir um ich könnte den beiden jetzt einen Strafzettel ausstellen ich mach es jetzt aber nicht äh der hier parkt zum einen zu nah an dem äh ah der ist umgefahren na perfekt ja der steht schon die ganze Zeit äh der liegt schon die ganze Zeit oder ja gut den will ich jetzt nicht ankreiden der stand schon vorhin so aber der Wagen steht auf jeden Fall falsch ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe es tut mir leid ich pack gleich hin ja alles klar sie hat den sie hat den até ja sie hat den Ich war auch in einem Lamborghini, da hat es mich überschlagen. Genau, ja. Ja, 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 doch, weißt schon. Ja. Ah, ja gut, weiß ich schon. Alles klar. Perfekt, also ruhigen Dienst noch. Dankeschön. Es ist jedes Mal, bevor ich Feierabend mache, bevor Schichtende ist, gehe ich dorthin und kack die Leute an, die hier falsch parken. Dark Arrow, wegen dem Chip kann man auch beim Auflesen auch mal Zahlendreher geben, war bei unserer Katze normal. Zahlendreher geben? Was ist denn ein Zahlendreher beim Chip? Es kann Zahlendreher beim Auslesen des Chips geben, dass der falsch anzeigt, oder was? Die falschen Zahlen, dass die umgedreht sind, oder wie? Davon hätte ich noch nicht gehört, was du das meinst. Äh, Finek, Dankeschön für 590. Äh, da habe ich Glück, dass ich mitten im Wiener Wald wohne. Maximal 5 Autos am Tag und rund ein Dutzend Nachbarn. Das sind aber auch norwegische Waldkatzen. Ui. Jetzt mal 10-7 und ich tue mal meine Waffe racken. Meine Waffe racken! Slash Waffe! Ja, Robert! Danke! Okay. So. King 4 10-7, schönen Abend noch. Eberfalls. So. Die CAD. Ja. Oh. Strafkatalog. L-Documents. Äh, nein, 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 nein. Wo sind denn da die Strafen? Der Nah. Wo ist denn das? Sag mal, ich bin die blöd. Bin ich komplett blöd gerade. Mit dem Yellows Operations. Da muss ich hin. Ah, hier King 4. Schau mal, jetzt hat das gelassen. Komisch. Rumpeswenn. Rumpeswenn. Ui. Da ist ein Rumpeswenn. So. Bergstar ist eigentlich noch offen. Ja, die ist schon übelst lang jetzt offen. Wir sollten die mal zumachen so langsam. So. Bin ich froh, dass ich heute keine Fußraumspiele mehr machen muss. Hahahaha. Bin ich froh. Keine 7.000 Likes. Ah. Oder waren das immer die 8? Ne, die 8.000 waren das, ne? Oh, bin ich froh, dass ich die heute nicht machen muss. Hahahaha. Oh, ne. Husten. Ah. Nicht husten jetzt. So, Leute. Ähm. Ich bedanke mich für alle, die heute dabei waren. Das erste Mal wieder streamen mit ein bisschen Husten. Ich hoffe, ich habe das nicht ganz so gestört, der Husten. Auch wenn es die einen oder anderen sicher gestört hat. Das LAPD ist außer Dienst. Jetzt gehen sie alle. Cool. Ähm. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Gibt es eh Like? Ne, gibt es nicht. Perfekt. Dann lasst ein Fortnite-Tanz da. Ich hoffe, das sieht keiner. Ist ja so peinlich. Ich habe noch immer kein Haus. Und, äh. Ja. Meine VIP-Nachricht. Das lese ich auch noch vor. Nächstes Stream wieder 1 zu 7. Kuss, Kuss. Vielleicht. Ich denk mal ja. Ja. Sissi. 1,2,3 RO Dank für 1 Euro 7 Cent. Noch am Ende des Streams. Vielen Dank. Und Pascal Fuchs. Heute Mitglied seit 21 Monaten. Hat er sich gesnackt, die 21? Oh, äh. Stritzi kann ich wieder schreiben. Schön. Kennst du Main-Kuhn-Katzen? Natürlich. Eine sehr große Katzenart. Aber, ähm. 4.000 Likes auf bottom. Ja. Erstmal reinschallern da. Auf die 10.000 Likes. Ne, Main-Kuhns sind schöne Katzen. Aber sehr riesig. Und auch sehr pflegen die Dinger. So. Der Husten hat das noch lustig gemacht. Gut. Dann werde ich jetzt immer mit Husten streamen. Und immer mit Stuhl. Immer mit Stuhl. So eine wunderschöne volle Nacht. Schreibt hier noch. Eine wundervolle gute Nacht. Eine wunderschöne volle Nacht. Von lustiger Lacher. So. Jetzt aber wirklich Leute. Was bekommt Gisela Brot dann für den Rheinbein zu sich? Da musst du im nächsten 1 zu 7 Stream gucken. Wenn es soweit ist. Da sah ich halt nur nix was da passiert. Da dürft ihr euch drauf freuen. Also Leute. Vielen Dank für Leute die dabei waren. Ich verabschiede mich. Tschüssi Kowski. Bis zum nächsten Mal. Outereien. Macht's gut. Ciao, ciao. Und Kuss.